Musik Nun, erstmal herzlich willkommen Ja, sorry, dass das ein kleines bisschen länger gedauert hat Wir haben genau eine Stunde Aber manchmal kann man sich die Probleme nicht aussuchen Die man dann halt noch kurz bekommt Nichtsdestotrotz seid ihr jetzt erstmal alle hingekleidet Ich denke im Verlauf des Tages würde es sich niederlegen Dass eure Namen dann überall zu sehen sind Ob nun mit dem Neustart oder wenn ihr aus der Range seid Und dann wieder dahin lauft, wo die Namen sind Ich sehe zum Beispiel Wex noch seinen Namen Naja, ist ja auch egal Ja, bedenkt, dass ihr den Namen mit Slash, Name und den Namen ändern könnt Jederzeit Im Chat Im Chat Im Chat, Slash, Name, Leerzeichen und dann was auch Könnt ihr auch im RP machen Wenn ihr zum Beispiel eine Kapuze überzieht und irgendwie nachts irgendwo rumschleichen wollt Schreibt ihr einen Cognito über den Kopf oder sowas Nur, dass ihr diese Name-Funktion verstanden habt Aber versteht, ihr müsst immer aus Out of Range laufen Also ein bisschen weiter weg Irgendwo in den Wald Namen umändern, wieder zurückkommen Dann ist euer Name sozusagen da Also dafür müsst ihr nicht unbedingt komplett das Fund ausloggen Das mit den Seeds und mit dem Klein-Player-Gedöns Sage ich euch jetzt nochmal in der Reihenfolge, damit ihr das einfach habt Wenn jetzt einer von euch an der Burg ist Und der andere ist irgendwo ganz weit im Süden Dann, wenn ihr euch in der Mitte des Dorfplatzes wieder trefft Nach einer gewissen Zeit Seht ihr nicht mehr so aus, wie ihr euch vorher getrennt habt Dann müsst ihr natürlich genau diesen Befehl wieder ausführen In der Konsole Schreibt es euch am besten irgendwo auf Ne, kleine Randnotiz Dass ihr das habt Und dann führt ihr halt Den Befehl wieder aus Manu, da war er weg Da ist er weg Ist er weg? Er hat sich selbst gelangt Ja, nur dass ihr das Hinter dem Quatsch ist Das Spiel hat leider keinen Charakter-Editor Das wisst ihr leider alle Man ist immer mit dem, was die Lotterie einem da gibt Irgendwie gestraft Mehr oder weniger Und wir schummeln da ein bisschen Wenn man das kleinzeitig ändern kann Also wenn ihr diese Datei ausführt Dann ist das immer nur für euch selber Nur das, was ihr seht Deswegen, wenn alle das relativ regelmäßig machen Können sie damit regulieren Dass sie die Leute in ihrem Umfeld halt so sehen Wie es in dieser Datei steht Wenn jetzt alle hier auf einem Ort sind Dann müsst ihr das halt auch ständig machen Wenn ihr jetzt hier hin und her reist Oh, gesundheitlich Müsst ihr das halt ab und zu irgendwie mal wiederholen Damit ihr euch nicht alle irgendwie Damit ich kein kleines Mädchen bin Hallo, könnt ihr mich hören? Nein Hallo Sehr gut Nein Ganz kurz Ja, ich glaube, man kann nicht dauerhaft lange reden Ja, ja, da hat sich ein kleiner Bug eingeschlichen Wenn ihr diese Datei ausführt, seht ihr alle anscheinbar so, wie es sein soll Aber euch selber müsstet ihr noch mal manuell Ja, leider kann ich mich selber nicht mehr hören Ich glaube, das kommt von IFA Das kommt von IFA Hallo, hallo Ich glaube, das kommt von IFA Ja, jetzt kriegst du sie wieder raus Okay Also, was ich nochmal sagen wollte Immer erst die Seed Also diesen Seed-Config-Befehl ausführen Und danach tut ihr Und danach macht ihr diesen Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt Aber ich kann mich gerade gar nicht mehr hören Also diesen kleinen Punkt Player Seed Leerzeichen mit eurer Nummer für eurem eigenen Damit ihr euch selber halt wahrnehmt und seht Wenn ihr mal Tag drückt oder so Das könnt ihr weg machen, als für die Admins Nicht mehr zum Beispiel weiblich seid, sondern männlich seid Was ihr euch da ausgedacht habt Das ist mal die Reihenfolge Kann man dafür einen Beispiel vielleicht für einen Keybind auf den Discord stellen oder so? Das wäre super nice Nee, man kann das nicht so lange Ich kann mir leider diesen Keybind verfehlen Schade, okay Aus technischen Gründen ist es halt leider so Ja, ihr müsst euch das sagen, wie regelmäßig ihr das machen wollt Weil das natürlich nur aus eurer Sicht Wenn ihr das gar nicht macht, dann seht ihr halt die ganze Zeit Alles hier quatschig und der König ist ein kleines Mädchen Und was auch immer Wenn ihr es regelmäßig macht Gerade in irgendwelchen coolen Orten, wo viele Leute sind Dann seht ihr, ist halt euer Seherlebnis besser Also das nur kurz zu diesem komischen Player Seed Dings Bums Genau Wir schreiben es euch auch nochmal gerne im Discord auf Damit ihr euch das einfach nochmal rauskopiert Dann machen wir einfach nochmal nochmal ein extra Channel So Zweites Thema ist Zweites großes Thema ist Erkundet gerne die Map Seid Naja mit eurem Leben im Einklang Aber Wenn ihr an Sachen kommt Wo es euch vielleicht zerreißen könnte Oder sonst irgendwas Dann müsst ihr halt ein bisschen aufpassen Vielleicht geht ihr heute den ersten Tag vielleicht noch nicht so weit raus Und schaut euch erstmal Naja das Dorf Die Umgebung Euer Haus Was ist ich an Und bleibt noch ein bisschen gediegen Der dritte Punkt Der wichtig wäre Oder am zweiten Tag Mit vollen Händen ausgeben Denn wir wollen ja Wir haben ja eigentlich kein Wirtschaftssystem Aber versucht mit dem Geld andere Leute Naja Aufträge erteilen Sachen holen Irgendwas Damit die Damit die halt Damit ihr Interaktion habt So ein bisschen Und kauft auch gerne Also ihr könnt ja Zum Schmied gehen Oder zur Schneiderin Markttag ist ab morgen Erst öffentlich Ihr könnt natürlich heute schon Waren veräußern Wenn ihr ein bisschen Lust darauf habt Stimmt der Markt ist heute noch zu Aber der eigentliche Markttag Ist dann halt ab morgen Genau Ihre Uhrzeiten Wann das nochmal ist Kann ja nochmal Schagges gleich sagen Diesbezüglich Passt auf euer Leben auf Wenn ihr Scheiße baut Dann seid ihr halt Ripp Und tot Der Tod ist Endlich Und ihr kommt nicht mehr Als diese Person wieder Naja Ja also Genau genommen Es ist halb andersrum Ihr könnt eigentlich nicht sterben Ihr seid Man wird wieder aufgehoben Aber wer storymäßig stirbt Ist tot Können aufgehoben werden Oder steht nach 5 Minuten Wieder alleine auf Aber ihr könnt nicht weiter sterben Es sei denn ein Spielleiter Legt fest Dass ihr jetzt tötbar seid Das passiert natürlich Im Idealfall nicht Nur wenn ihr wirklich Euch die Hinrichtung verdient habt Oder so In dem Fall Seid ihr perma tot Dann spawnt ihr hier wieder am Hafen Seid aber theoretisch Ein anderer Charakter Also vielleicht einfach Ein enger Verwandter Wer dann Brutbein Schwimpschmager Stiefvater Keine Ahnung Irgendwas Genau Genau Also Die größte Gefahr ist nicht Dass ihr irgendwie stolpert Und sterbt Sondern dass ihr Es euch mit einer Person verkackt Mit der es euch nicht verkacken solltet Also Ja Wir sind gespannt Wie sich das alles RP mäßig entfaltet Ansonsten ist heute kein Ist heute erstmal so ein Reinkomntag lockerer Morgen ist so Alltag Mit Markt Und was Toro eben schon meinte Wir werden heute ein RP Event haben Um Nach wie vor Wahrscheinlich 21 Uhr 21 Uhr Ich bin da nochmal zur Burg zu kommen Das wird auch gleich Im RP dann nochmal schön rausgeschrien Hier von den Leuten Nur dass ihr es jetzt nochmal wisst 21 Uhr bei der Burg Ähm Und ansonsten ist heute einfach Ganz gemütliches Lernt euch kennen Lernt die Map kennen Guckt euch um Guckt euch Guckt euch alles an Und Kommt einfach rein Wo ist denn hier Das Schwein Und ansonsten Wenn ihr Probleme habt Macht ein Ticket auf Ich würde versucht Zu helfen Ähm Beziehungsweise Also wenn ihr irgendwo Naja Wenn ihr jetzt irgendwo Vom Bär angegriffen werdet Und ihr seid tief im Wald Und könnt halt nicht mehr aufstehen Dann ist halt keiner da Ähm Ich helfe Ich helfe Willst du das denen auch erzählen Dass die nach einer gewissen Zeit Wieder da sind Oder sie könnten schon nochmal Ein Essen Du bist so ein Tunnel Klaus Das hab ich gerade erzählt Sehr gut Tunnel Klaus Wo ist damit Das ist unser König Applaus für den Tunnel Klaus Ach wie wir so warm In dem Kostüm Ich sterbe 21 Uhr sind 2 Stunden Du hast genug Zeit Anzukommen Handgeklapper Handgeklapper Klatsch Handgeklapper Die Wendzeit ist ja auch begrenzt Handgeklapper Wie Wie kann man die Modes machen Ist der Vater immer B gedrückt halten B B drücken Nee nicht A B Ich brauch was zu essen Ich glaub Wir haben alle Die Modes Ach so ja Die Essenssache Wir werden nachher Glaub ich nochmal Was in die Menge Jetzt für den Anfang Wenn morgen der Alltag Einkehrt Dann kauft ihr natürlich Essen Beim Markt Und dann müsst ihr halt gucken Wie ihr mit eurem Geld Haut Haltet Dass ihr nicht mehr hungert Heute werden wir euch Da irgendwas hinwerfen Und denke ich mal Irgendwie nachher Essen Gebt uns Sorge Nein Wir sind doch keine Schweine Warum riecht ihr dann wie welche Füttert Ich hab zu viel Geld vom Staat bekommen Für Duschen So Sollen wir den Kuchen essen Ich hab keinen Hunger Ich hab keinen Hunger Ich hab keinen Durst Ich gebe aber das Geld trotzdem aus An alle Also ich kaufe trotzdem Essen und Trinken Aber Ich hab keinen Hunger Und keinen Durst Die Ausgangssituation Ich hab keinen Hunger katastrophal glaube ich auch ein paar besucher schon unter uns wir sind zurückgekehrt von einer riesigen rattenklage das hat uns alle betroffen das heißt jeder ist erst mal interessiert steht mein häuschen noch wie sieht es mal im feld aus wie sieht es in meiner werkstatt aus weil die ratten waren einfach überall unser großartiger könig hier schagos von rastelot hat tatsächlich keine kosten und keine mühen gescheut eine auswärtige kammerjäger bande hier auf die insel zu lassen und es ist also standpunkt jetzt ich bin mal drüber geflogen rastelot ist rattenfrei ja das heißt wir sind mit captain hollers schiff hier am wunderschönen hafen angekommen ist meine putze falls jemand was will ich mache mich auch ich bin der hafenmeister und wir treffen uns alle jetzt hier gleich in game in der rolle und werden dann natürlich die schloss entourage begleiten die vorneweg hier neben sind ja schon die reizende prinzessin die sich gerade überkippt oder was macht sie da und werden dann sie richtung schloss wandern wir haben an richtung freilich mittelalter so die richtung schloss wandern und dann mit den ganzen dörflern und bauern richtung dorf damit ihr schon mal den hauptweg hafen schloss dort auch kennt und dann ist erst mal freies spiel kennenlernen leute kennenlernen figuren kennenlernen ihr wisst ingame kennt ihr euch meistens schon und ja dann um 21 uhr geht es wie gesagt dann gemeinsam in burghof das wird aber auch noch ausgeschrien in game ihr bekommt jetzt gleich noch essen die mods die admins wissen bescheid dass sie euch gleich mit bärenfleisch bewerfen das ist euer hab für heute ja da seid ihr satt dann eigentlich damit wer keins bekommt schreit ganz laut oder sagt hilfe ich habe kein essen bekommen dann kriegt ihr auch gefüttert das ist galle galle ist immer an meiner seite das ist auch wirklich kein rattenfleisch ich wäre mir doch nicht so sicher ich nehme die vegane alternative bitte die alle essen brauchen ich habe sieben kinder ich bräuchte ein bisschen mehr rattenfleisch wer ein bauplan hat sollte diesen ok abgeben weil den gibt es eigentlich so nicht wer also wirklich diesen bauhausen plan kann sie mir gekommen soll ich mir geben wer so ein bauplan hat der ganze mehr kommen hier oben also wenn es los geht nicht vorher schon ja erst wenn es los geht kannst du auf den rasen stellen und einfach dranhauen mit dem schwert alles klar alles klar um zu klatschen postboten zuerst die unsere zukunft darstellen als bürgermeister verlange ich dass das einfache folgen zuerst das ist ein bisschen unangenehm aber ich glaube du hast ein falsches drin drauf du hast nämlich noch einen schlafanzug an du spielst mit deinem leben scheiße ich habe eigentlich verstanden was er gesagt hatte das also das danach hallo herr magister hallo das war aster ich bin dran ach das war aster braucht noch irgendjemand essen dann kommt zur küche wo ist das schwein da ja ich weiß da kannst du diese drunk ding da machen ich habe ja diesen doofen soundbuck dass alle so abgehackt sind also nicht alle du aber ja ich dachte wir reden die ganze zeit mit dir das warst du gar nicht aber ich kann hier nicht neu connecten muss ich gleich machen wenn wir muss ich gleich machen wenn wir durch die stadt gelaufen sind das schöne holz das schöne holz stimmt vielleicht hilf weit weg fliegen und wieder herkommen seid ihr alle mit essen versorgt hier soweit ja doch alle die satz sind bitte zum hafen kommen schon mal danke alle die satzen zum hafen hafen versammlung hafen gare formation formation wilder haufen es gibt ins wasser gefallen ist er tot und der erste ist schon reingefallen jetzt im hafen bürger ansonsten würde er geschunden dann geht das das rp geht dann los ja darf dann nicht mehr also ab dann in rolle und sonst in richtung habt ihr alle verstanden so cool doch letzte worte hilfe hilfe wieder mit dem ade wir haben was da verloren nicht schlimm alles gut alles cool ich habe es raus geschafft ab jetzt zählt ich werde erstmal die erste halbe stunde werde ich keine ahnung haben meine rede ja ja nun mein könig gare alles gut gare lass erstmal den pöbel vorlaufen schön dass ihr alle wieder da seid bürger von rasterlot herzlich willkommen wartet wartet lasst dem könig vor dem könig und sein hofstaat wartet gebühren der abstand herrschaften ihr wisst doch wie es ist schön dass ihr alle wieder da seid vielen dank an kapitaner holler und ihr prächtiges schiff ich war noch nicht überall aber ich sag mal mein haus ist rattenfrei so ähm der könig steht da noch wir warten noch mit gebührten abstand ich gehöre zum hofstaat aber ich mache was ich machen möchte alles sehr 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 froh wieder daheim zu sein aber ich bitte euch macht mir nicht gleich so viel arbeit also im sinne von ich mach wirklich was ich möchte das volk höre die anordnung des königs wer steht da noch unten am hafentor der erscheine hier mit eine ansprache des königs ich sehr toromir erster seines namens von schlotzschmerzwanstein verkünde hiermit die worte des königs die dort lauten sir shaggis erster seines namens befiehlt am einundzwanzigsten glockenschlag des heutigen tages aufzuwarten vor der burg es werden wichtige neuigkeiten verkündet warum steht der hofner der königliche noch im höbel mache sehr sich auf zum könig ich kann mich durch danke danke nun sehe ich dort hinten auch noch den königlichen magier diesen hexer der solle doch auch zum könig und solle nicht da hinten stehen ich muss doch kurz zu meinem untertan lasst mich durch mach Platz lasst den magier durch kümmer Platz bitte nun liebe werte adelsgenossen bürger pöbel und drecksvolk zuhört am einundzwanzigsten glockenschlag habt ihr euch zu versammeln für eine wichtige audienz in diesem sinne eure häuser wurden gereinigt von der rattenplage und indessen könnt ihr euch auch ja nun nur die königliche gerade sei es zu danken dass eure häuser ja ja euer könig sind sie sicher dass er die richtige person ist das einzige was er schafft ist die leute mit seiner langwelle zu töten hoch dem könig 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 ja ja hoch dem könig hoch dem könig hoch dem könig das genau dann heißet euch auf 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 Und schaut, ob vielleicht noch ein oder eine andere Rattel saß, dann sollt ihr beim Kommandanten an der Wache, der später im Dorf zu sein scheint, naja, euer Berichter... Wieso laufen wir eigentlich? Wieso hat niemand ein Pferd mitgebracht? In der Tat... Ich glaube, euer König Jor ein Pferd würde uns auch nichts nützen. Vater, erhört mich aufs Boot gepasst. Erfälst du mich nicht? Ich höre dich, Tochter, verzeih, das ganze Fußgetrappel hier, das schmerzt in meinen Ohren. Warte, darf ich jetzt an das Erkundin gehen? Nein, erstmal werden wir das Schloss erkunden, ob es auch rattenfrei ist. Du verlässt sowieso nicht das Schloss ohne Begleitschutz. Schwertig. Gab es ein Autowalk? Habt ihr das alle gehört? Gar nicht so, niemand lässt mich auf den Weg aus dem Schloss ohne Begleitung. Natürlich. Na nur. Natürlich eurem Fehlbarkeit. Wer ist verantwortlich für diesen Schmutz in meinem Königreich? Der Holzfäller. Ich wünsche, dass der Holzfäller zu mir gebracht wird. Man bringe mir baldigst den Holzfäller. Oh, ein Lied, ein Lied. Ich glaube, ich habe Instrumente aus. Das muss ich gleich anmachen. Ich glaube, ich habe Instrumente aus. Aber warum? Twitch Rivals, glaube ich. Ja, ein Auge auf die Prinzessin. Ja, und nicht alleine. Zurück. Und Geist des Königs. Wieso brennt ihr in den Wald? Oh Gott! Er macht den Glück! Galle! Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Meine Fehler. Ich bin begeistert von der Magdeknatur. Nicht mal vor einem simplen Schwein könnt ihr mich beschützen. Also das ist ja wirklich... Schweinerlaut, wo mein eigenes Schwein... Schweinerlaut! Ich bin begeistert von der Magdeknatur. Ein Schweinenfreier Weltbaden. Sind sie verletzt, mein König. Hast du ja auch, Prinzessin? Holt sich keine Krankheiten. Weg da, weg da. Geht er weg. Weg vom Schwein. Auf, auf, bevor der gemeinde Pöbel aufschließt. Nein, nicht anfassen. Wir müssen zum Schloss. Der Pöbel, der Pöbel! Der Pöbel, der Pöbel! Der Pöbel, der Pöbel! Bleiben Sie stehen, Abstand halten! Muss man sein Haus selber bauen? Nein. Euer Ehren, es scheint, als müssten wir die Königsgarde wieder sortieren. Die müssen disziplinieren werden, wie es aussieht. Wirkt nun doch sehr zerstreut. Ich sehe hier zwei Soldaten. Ich bin ja auch noch da, Majestät. Ihr werdet nicht getadelt, ihr seid anwesend. Und ihr? Sehr Christianus, dein König. Sehr schön. Ihr beide werdet von mir offiziell beauftragt, die anderen zu tadeln. die map sieht richtig geil aus ich möchte gleich auch noch zeigen also die ist wirklich die ist fantastisch also machen öffnet das tor sehr gut sehr gut die burg scheint gut bewacht ich bin auch sehr glücklich wieder da zu sein dass ich das den ganzen tag immer gesehen vor 18 jahren als die tor sehr gut sehr gut die tor machen müsste auch getadet werden sie haben gerade ungeziefer hinein gelassen in die burg wieder legt ich erwarte viel tadel und leute ist nicht jetzt ich verstehe dass aufgrund unserer reise die routine hier etwas durcheinander gekommen ist aber sowas ist absolut unverzeihlich und verzeihlich so und verzeihlich sehr gut und verzeihlich die punkte inspiziert werden nach langer abwesenheit muss die burg inspiziert werden ich habe ich habe auch noch nicht alles gesehen ich habe auch noch nicht alles gesehen ich kenne nur den rohbau ein schönes heim wie wundervoll fülle diese alle hier mit klängen ja meine majestät die musik mache ich nachher an also ich habe sie gerade deaktiviert ich mache es aber gleich an ich höre ihn aber auch gar nicht singen ich hoffe dass es jetzt klappt alle königlichen familien anhänger zu offen und bedienstete sind wohlbehalten ins schloss eingetroffen ganz wunderbar ganz wunderbar doch ohne muss ich erwarte euch gleich zu einem gespräch unter vier augen wir müssen über disziplinar maßnahmen reden ich bin äußerst unzufrieden aber natürlich mein könig dann versammle ich sofort die ganze brigade und werde sie aufstellen lassen für ihre majestät das sieht geil aus hier oder die bäume hinter dem fenster ich möchte das nicht hören hört sofort auf nein sing mir ein lied über darüber wie die weisheit des großen könig schagos der rastalot vor der rattenplage gerettet hat das ist doch ganz einfach so versuche er seine stimme auf dauerhaftigkeit zu stellen da sind das ist das promptuale gesangliche gewölbe dieses wunderschönen schlosses fülle ja die tat ich bereits aber mein gehirn scheint nicht so funktionieren wie man sich das wünschen würde gleich funktioniert das ja ich bin dezent amüsiert der geduldige ward leicht ungeduldig fisco meine kinder werden ungeduldig sie sehen beide äußerst gelangweilt aus fisco auf die audienz matte auf den audienzteppich sofort mit dir ich glaube er wollte dann baden verloren mir scheint mir scheint er ist weggetreten die befehle für immer noch nicht ich glaube der hof da ist offiziell kaputt der wahl ist tot bitte ich habe mich wohl verhört unter meinem helme nun serfiskus scheint ich bin nervös wegen des baden bestrafe davidorf zu meiner belustigung natürlich herr davidorf kommen sie sofort mit nach unten männer aufstellung in kreisform oh immer um herr davidorf ja ja mein lieblings spiel sehr gut und jetzt spielen wir das königliche spiel der davidorf drehe sich und drehe sich drehe sich im kreise er drehe sich im kreis er drehe sich er drehe sich im kreis er drehe sich im kreis stopp und er hat leider das schwert getroffen nicht den stein nun schnitze ihm ein schnittlein ein und alle verrückt schneiden sie los sehr gut die strafe wurde verführt wir müssen das jetzt noch etwas mitmachen wir müssen hier dringend weg ich danke dir oh vater das sollte es nicht denn das oh vater ein gar herrlicher schwung prinz frank mit ihren zitter süßen arm haben sie diesen schuf zu boden geschuftet das war fantastisch das möchte ich auch später machen ich habe fähigkeiten ja aber ich habe den tönen nicht gezeigt davidorf steckst du schon wieder königliche gabe wir machen gleich entgegen königliche gabe einmal hier mit kommen ich bin schwach geworden meine hoheit es tut mir leid wo der tisch ist aufstellung das muss zack 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 gehen so einmal durchziehen ja so singe er davidorf ist da wir sind wieder da das ist da wunderbar wir sind nun hier und das gönn ich und wir sind wieder da vater mir wird ganz unwohl mir wird ganz unwohl ich glaube mir schwindelt ich glaube mir schwindelt ich glaube mir schwindelt oh es geht wieder ich glaube ich glaube es geht wieder vater ich habe mich erholt lass mich dich zu deinen lass mich dich zu deinen gemächer begleiten jungen junge dort du erinnerst dich dein gemach ja vater ist das schön wieder hier zu sein ich danke dir eure hoheit katergast ich sehe ihr habt es auch wohl behalten hier wieder zurückgeschafft und rastalon der bade möchte was das dürfte ich in meine gemächer ein kipp ja so gehe er in fort danke eure hoheit eure hoheit ich muss den turm inspizieren die rattenplage hat auch uns verscheucht der turm der turm wartet wo ist der turm ist der von hier zu sehen noch klein euer turm ist viel zu klein ich kann ihn nicht von hier sehen wie erbärmlich äh so denn entschwindet zu eurem turm wir müssen später reden über dieses debakel hier folgen sie mir das stimmt wir sehen uns werter herr könig alle mitkommen ja meister ja ok 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 ich weiß was ich sagen will äh ich muss wirklich noch die erstmal hier raus wir müssen erstmal hier rauskommen wo ist der prinz der war doch gerade noch da schreit aber auch rum dieser torlust nun dann mal sehen wie wir hier rauskommen Sir Willem Lentus ihre aufgabe sollte es eigentlich sein ins Dorf zu gehen und die Dorfwache äh 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 zu ersetzen so öffnen sie das tor was äh naja sie wissen schon sie haben es doch selber gesehen dieser dieser andere Dorfdeb da der die Dorfwache spielen sollte der ist doch ertrunken als wir die die Überfahrt hatten ja ja ich werde noch öfter ich werde noch tausendmal sie sagen ich werde noch fünf ich werde jeden Tag sie sagen ich werde ich werde niemals dieses andere das kriege ich nicht rein sie haben es schon versucht heute und gestern ich komme von sie nicht weg Galle hast du dir was zu essen geholt mein Meister ja ich habe ein Stück Schweine konntest du den Bauern was wegnehmen ja ich habe noch ein Stück in Reserve mhm lecker Schweinefleisch unser Turm steht noch immerhin ist das schön ist das schön die Rattenplage die über die Insel herzog ich glaube da immer noch nicht dran meinen sie das war ein abgetastetes Spiel das ist selbst wenn wären es nur Ratten gewesen so ein Quatsch was könnte das denn sonst gewesen sein mein Meister das müssen wir noch rausfinden Galle schau mal ob dein Raum noch schön aufgeräumt ist ich schaue nach mein Meister ist das schön hier mein Meister ist das schön schön tschüss ja ich bin ihnen immer noch zu dank verpflichtet dass sie mir diesen Ort hier überlassen haben mein Meister ja das war das Mindeste die Piazza so ein Kabuff unten im Keller sind die nach oben ja ich muss gucken ob noch alles so ist wie wir es zurückgelassen haben stehlen können die meisten Leute hier nichts aber wer weiß was passiert ist darf ich auch hochkommen mein Meister ja ja komm hoch alle ja komm hoch alle ich muss kurz die Musik ein bisschen leiser machen ist das ein bisschen in Ordnung mein Meister es scheint so auf den ersten Blick dürfte hier nichts passiert sein ich muss jetzt kurz am Desktop komm schon komm schon komm schon schon besser schon besser schon besser schon besser ja es waren echt viele Leute auf dem Schiff ja das mit dem Leck stört mich wir müssen auf jeden Fall ein paar Informationen über einige der Mitreisenden rausfinden es waren sehr komische Gestalten mit auf dem Schiff wen meinen sie mein Meister eine Frau in weißem Gewand eine Frau in schwarzem Gewand von beiden ging eine unheimliche Energie aus wollen sie dass ich mehr über sie herauskende mein Meister das wäre auf jeden Fall zum Vorteil zumindest müssten wir rausfinden wo die beiden wohnen die werden nicht in der Stadt leben haben sie noch weitere Informationen mein Meister der Aufenthaltsort von den beiden Zauberanfängern nennen wir sie mal würde mir schon viel weiterhelfen Ok Möchten sie Meister dass es jetzt los ist Zieh los Galle und sei bis zum einundzwanzigsten Glockenschlag wieder hier Alles klar Ihr habt euch wohl Danke ich muss ich muss eine die Musik bringt mich auch ein bisschen durcheinander deswegen habe ich sie ein bisschen leiser gemacht aber ich muss erstmal reinkommen ich komme aber rein ich denke Meister Galle Meister 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 Ich bin über diese Tiersstelle hier Ich bin über diese Tiersstelle, mit Schnelle gestoßen ich bin über diese Tiersstelle oder der Entweg ist an Verzieh dich, ich kümmere mich um den Rest da hat der kleine weine alarmanlage aktiviert so aber jetzt erstmal jetzt kann ich euch kurz was erzählen herzlich willkommen zu Rastalot ich spiele den Magier der Insel ich muss erstmal reinkommen vor allem die Wortwahl und so macht mich komplett fertig ich spiele sozusagen die rechte Hand des Königs bin aber auch für den Fortschritt der Story ein bisschen verantwortlich ich tue mich unglaublich schwer mit der Wortwahl da werde ich aber noch ein zwei Tage und ich habe das auch die Art wie ich reden will ist noch nicht final ich will auf jeden Fall ein bisschen langsamer reden aber das ist in wenn man sich das im Kopf durchgeht ist das einfacher als wenn man es on the fly macht wenn gerade irgendwie wer vor dir ist aber das kommt alles noch auf jeden Fall mein Magiaturm ist relativ gut geschützt ich kann auch zaubern ich kann euch theoretisch ein bisschen was zeigen aber theoretisch will ich euch auch noch nicht zu viel vorweg nehmen deswegen will ich alles nach und nach deswegen will ich alles nach und nach erst zeigen ohne dass ich euch was kaputt mache deswegen zauber ich auch noch nicht ich habe aber mehrere Möglichkeiten okay also anscheinend ach so ja klar ich habe die Alarmanlage wieder angemacht ja das ist aber nicht die Stimme von Galle ach doch was aufgeregt oder was ich war in Sorge mein Meister das ist meine Magie Galle die kann mir nichts anhaben mal sehen ob ich das hinkriege was ich machen will ja das sind zu viele Tasten so kann die Alarmanlage anbleiben ohne dass ich sie selber aktiviere äh ich bin unsichtbar für die anderen es ist also der der eigentliche Gag ist wenn ich das mache also eigentlich mache ich das so so und jetzt Geister wandel ich das ist sozusagen mein Geister wandeln deswegen auch andere Stimme und sowas und äh wenn ich wieder lande wenn ich wieder lande ist wieder normal das Echo ist gewollt ja man hört dich doppelt ja das ist gewollt während ich Geister wandel auch in game Echo wenn ich in game reden würde hätte ich auch in game in Echo ja aber die ich rede ja mit keinem kannst du unbegrenzt Geister wandeln ich nutze Geister wandeln nur für RP Zwecke ich nutze das nicht für sonst was ich kriege kein normales gespräch gedanklich rein deswegen daran muss ich mich erst mal gewöhnen ich gucke mich erst mal ein bisschen selber in der Stadt um aber ich glaube manche Leute reden relativ normal einen wunderschönen guten Tag ich will mir auch die Stadt angucken für euch ich bin beim Geister wandeln wirklich unsichtbar ich kann mich jederzeit theoretisch unsichtbar machen wo bringt er die Leute hin seit ich den Brotspuren den Brotspuren schon gefreut gucken wir mal was mein kleiner Diener gemacht ich bin beim Geister Mhmm Galle Diese Hofnarren hier brauchen ein wenig Hilfe und sie meinen, sie brauchen ganz viel Macht. Ganz viel Macht. Guten Tag, sie sind sie sind wohl der Magier hier in diesem Ort, habe ich mir sagen lassen von dem Mann mit dem lustigen Gesicht. Ja, wir hätten da vielleicht ein Anliegen oder eine Bitte, diese junge Dame hier, Frau Gretel, die hat Erinnerungsschwierigkeiten an ihr ja, an ihre Unterkunft, an ihr Haus, was wohl hier stehen soll. Vielleicht können sie mir da helfen. Kann Frau Gretel benötigt Hilfe. Meine Eltern waren nicht auf dem Schiff. Die Eltern. Das ist richtig. In welcher Verbindung ist auch verschwunden. Und was ist ihre Aufgabe hier? Darf ich mich erst mal vorstellen? Mein Name ist Lostradamus. Ich bin neuer Kömmling auf dieser Insel und als ich Frau Gretel hier, beziehungsweise Entschuldigung, Fräulein Gretel hier begegnet bin, habe ich von ihrem Leid und ihrem Problem erfahren und ja, zufälligerweise bin ich aus meinen Landen, Münchhausen genannt, dort auch bekannt für etwaige, ja, Dienstleistungen. Unter anderem eben auch die Beschaffung von Eigentum und die Erwesen. Deswegen dachte ich mir, ach, das trifft sich gut, wenn ich ihr jetzt natürlich dazu verhelfe, ihre Wohnung zu finden. Werter Herr Lostradamus, Herr Galle, verschwinde. Werter Herr Lostradamus, könnte ich einmal unter vier Augen mit Frau Gretel reden? Ach, das können sie natürlich, wenn sie damit helfen, können, ihre Bleibe zu finden? Na, natürlich, ja. Ich lasse das hier mal eben allein. Tschüss, alter Mann. War das gerade, war das gerade dein Bärchen? Ach, Frau Gretel, warum habe ich so ein ungutes Gefühl, wenn ihr neben mir steht? Ich weiß nicht. Was ist ihr wahres Anliegen? Mich und das Volk zu mischen, wie in alten Zeiten. Wer ist er? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn du mir helfen kannst, den loszuwerden, dann decke ich dich auch. Was müsste bei mir gedeckt werden? Ach, die Spielereien. mich fertig machen sollte, dann schauen sie an, was mit meiner Nase passiert. Ich werde die ganze Zeit Galle reden. Ist einer nerviger als der andere. Das ist geheim. Was ist mit ihm? Er ist ein treuer Untergebener vom Festland. Er möchte irgendwann Magier werden. so gut. Also. Wo ist der andere hin? Was möchtest du? Tatsächlich möchte ich erstmal gar nichts. Ich versuche die Leute ein wenig kennenzulernen. Du fällst auf. Es gibt noch jemanden, dem das auffallen könnte. Auf dem Schiff waren zwei Personen, die hier nicht hingehören. Du bist anders. Ich bin anders. Und noch die Dame in dem weißen Kleid, die ich nicht kenne. darum zu fragen wem. Ah, ja. Ich weiß, wen du meinst. Wen meine ich denn? Wer ist das? Das ist meine Schwester. Sie versucht sich hier die Liebe von allen zu erzaubern oder zu erflunkern. Ich weiß es nicht. Wo kommt deine Macht überhaupt her? Kenn dich nicht vom Festland. Aus unserer Familie. Ich hoffe, dass ihr keine Probleme macht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die Probleme werden hier von woanders kommen. Da kommt das Problem. Achtung, Platz da vorne. Platz machen, die Prinzessin. Hallo. Hallo. Majestäle und Prinzessin. Hallo. Wir konnten noch nicht so viele Worte miteinander wechseln und dies ist mein erstes Mal, dass ich hinter die Mauern blicken darf. Ich möchte wissen, wie all diese Menschen hier sind. Dann nehmt euch eure Zeit und lernt die Leute des Dorfes kennen. Mein Name ist Kader Gas. Stecken wir mal die Waffe weg, bitte. Wir sind uns gerade erst begegnet. rumgelaufen und wer bist du? Hallo, ich bin Gretel. Ich suche mein Zuhause und meinen Bruder. Ah, okay, Kadergeist und Gretel. Und da vorne ist Galle. Galle ist ein toller Mensch. Ja, ganz vorzüglich. Ja. Der hat mir alles erzählt, was ich wissen wollte. Unglaublich. So hilfsbereit. Sehr. Nun denn, passt auf euch auf. Wir wollen eure Zeit nicht weiter verschwenden. Das tut ihr niemals. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Ich nehme die hier alle nicht ernst. Das ist das so ein bisschen. Das kann ja was werden. Hm. Die Prinzessin. Die Tochter des Königs. Läuft hier frei herum. Das ist aber gefährlich. sind alles nicht die hellsten hier. Es könnte schwierig für uns werden. Ich habe gesehen, dass hier ein neues Gebäude errichtet wurde. Inwiefern? Symbol irgendwo irgendwo da hinten in der Richtung eine neue Zusammenschließung merkwürdiger Leute. Die könnten uns Probleme bereiten. Lebst du immer noch in dem Sumpf? Ja. Braucht nicht jeder so einen protzigen Turm. Man tut was man kann. Ich bleibe lieber schön versteckt. Ich wurde schließlich schon einmal verbannt. Das brauche ich nicht nochmal. Erzähl mir mehr über deine Schwester. Wo finde ich die? ich weiß nicht wo sie sich niedergelassen hat. Aber sie ist schuld. An allem Schlechten was mir passiert. An allem. Rede doch mit ihr. Dass dein Freund was sagen wir ihm? Ich erzähle euch gleich meine Rolle. Hallo. Hallo. Was ist mit dir? Nichts. Ich schuhe noch mein Haus. Haben sie schon mal die Taverne besucht? Kann ich empfehlen. Feinstes Gebräu wird dort ausgegeben. Ja, ja. Da gehe ich gleich hin. Aber sie sollt erst mit einem anfangen. Da stürzen sie so wie ich und um sie zwei Taverne die zwei okay genau ja zum grüßen es ist ist noch nicht mal dunkel. Ja, ja, das schon. Taverne mittlerweile auch tagsüber geöffnet? Taverne hatte vor der Rattenplage schon tagsüber geöffnet, deswegen sind die ja auch alle dümmer als der andere. Da konnte ich mich nie drin mit den anderen vergnügen. Immer musste ich allein im Sumpf sitzen. Warum nicht mit deiner Schwester ist das? Wer war das? Was ist denn mit Gretel? Wenn du mit meiner Schwester reden willst, komme ich irgendwann im Sumpf besuchen. Ja, vielleicht. Gretel! Ich kann mich hier nicht frei rumbewegen. Aber das ist doch dein Ziel, oder nicht? Du willst jetzt also die Leute kennenlernen, aber du hast ja wohl mehr vor als das. Die Leute kennst du doch, die meisten. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Die kenne ich nicht. Sie haben das gleiche Gefühl, was ich vorhin vor diesem Gebäude hatte. Aber sie haben keine magischen Fähigkeiten. Aber irgendwas stimmt mit denen nicht. Nimm nicht vor denen acht. Oder wir versuchen irgendwas aber die hinauszubekommen. Ich kann ja mal Galle losschicken. Ja, das hilft uns bestimmt weiter. Galle richtet Arbeit an. Ja. 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 Okay. Hast du schon den Totengräber irgendwo auf dem Schiff gesehen? Nee. Die meisten Leute auf dem Schiff kannte ich. Manche haben sich in der Ecke versteckt. Und ich hatte die ganze Zeit nur ein Auge auf dich und auf die Dame, die ich nicht kannte. Nicht, dass ihr Quatsch veranstalten solltet. Wir doch nicht. Werden wir sehen. Dann such mal dein Haus, Gretel. Werde ich tun. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Okay. Mist, was ich, ich glaube, ja, die Mode, warum ich ein bisschen, also was ich gerade gesagt habe, dass ich die Leute hier nicht ernst nehme, liegt daran, dass meine Kräfte relativ hohe, also ich habe relativ starke Kräfte, ihr müsst, meine Rolle ist es, ich komme vom Festland, also es gibt, das hier ist so eine Insel, Russellot ist so ein bisschen so ein kleines altes Dorf und ich komme vom Festland und ich bin ein Magier vom Rat der Sechs, das sind sechs unglaublich mächtige Magier gewesen, die, damit sie nicht zu mächtig werden, einen Teil ihrer Kraft in einen Kristall gesteckt haben. Diesen Kristall habe ich gestohlen und bin geflohen und auf dieser Insel bin ich hier untergekommen und den Kristall habe ich hier in mehrere Teile überall auf der Insel platziert, der unsere Kraft speichert und der König hat meiner Meinung nach hier irgendwelche billigen Probleme, die für mich eigentlich keine Relevanz darstellen und ich kann dem König helfen und dafür lässt er mich hier fantastisch leben, kann mein Ding machen und bin einfach geschützt, ja. Aber dafür interessieren mich eigentlich diese kleinen Probleme, die die Leute hier haben, nicht. Und deswegen nehme ich die auch alle nicht ernst, natürlich nicht ernst gemeint, sondern Story-mäßig. Deswegen ich spreche sie an mit Eure Majestät. Was sage ich eigentlich zur Prinzessin? Sage ich da auch Eure Majestät? Eure königliche Prinzessin? Was sage ich denn da? Es ist auch Eure Majestät, ja. Deswegen, ich sage einfach, ich sage einfach, ich bin einfach nett zu denen, zu denen ich nett sein muss. Aber immer mit so einem sarkastischen Unterton. Das ist zumindest der Plan. Aber das schaffe ich noch nicht ganz. Ich bin noch nicht ganz drin. Deswegen entschulde ich bitte. Aber ich will so nett sein, aber gleichzeitig, dass du dich auch nicht ernst genommen fühlst. Das ist so das, was ich machen möchte. So. Ich bin so Eure Hoheit hattet ihr einen vorzüglichen Tag. So in die Richtung, ja. So ein bisschen, dass ich die, dass ich die einfach, ich nehme die einfach nicht ernst und spiele aber hier mit. So, oh, ihr habt aber, ihr habt aber wirklich große Probleme damit. So in die Richtung, ja. Das ist aber ganz, ganz toll. Jetzt muss ich nochmal, und ich bin einfach nur hier, weil ich untertauche. Ich helfe dem König, also wenn der König Hilfe braucht, helfe ich natürlich, ist ja für mich kein Problem. Ähm, ist ja für mich gar kein Ding. und ich habe dafür, bin dafür hier sicher. Und deswegen, äh, und ich spüre magische Energie. Also, ich wusste zum Beispiel, dass Gretel äh, die Hexe ist, weil ich weiß, dass sie, so, das, das merken wir untereinander. Ich, ich spüre ihre Kraft, die sie hat. Deswegen könntest du mir auch gerade da nichts vormachen. Deswegen wollte ich unter vier Augen reden mit ihr. Das hätte, das hätte der Lostradamus nicht verstanden. Ähm, deswegen wollte ich, äh, mit der Hexe alleine reden. Können sie mal mitkommen. Ich bin zumindest nicht der Einzige, der hier die ganze Zeit sie sagt. Es ist aber auch schrecklich schwer. Äh, aber wäre dann nicht Divi sogar, Divi ist die Hexe, also sie ist der Gegenpaar zu mir. Äh, was leckt denn hier? Wo bin ich hier? Äh, der Off-Talk. Warum soll man denn nicht sie sagen, weil es zu der Zeit ihr war, was gab's nicht. Also auf jeden Fall gibt es, ich laufe gerade ein bisschen mal um die, äh, um die Insel. Also hier, das ist übrigens die Map, König, hier ist das Schloss, hier ist der Sumpf, hier ist mein Turm, Marktplatz, äh, es gibt eine Jägerhütte, es gibt hier Holzfäller, Mühle und so weiter, also hier ist relativ viel. Die bauen dann noch ihr Häuschen, also die bauen gerade alle auf, also manche, die bauen nicht auf, sondern das hier steht schon, die können minimale Änderungen an ihrem Haus vornehmen. Das hier zum Beispiel sieht geil aus, oder? Wex ist auch am Siezen. Sie wäre auch so viel einfacher, auch wenn es falsch wäre, äh, ich kann die meisten Leute duzen, also theoretisch kann ich, muss ich die meisten Leute nicht mit ihr ansprechen. Den König, die Prinzessin, den Prinzen, das war's eigentlich, der Rest ist mir, der Rest ist mir schnurz und auch die spreche ich ja nur mit ihr an, aus sarkastischen Gründen, so. Für mich ist das hier so ein bisschen, das ist so Pille-Palle, was die hier machen, aber das ist natürlich trotzdem cool. Wie passt Gippie in die Geschichte? Gippie ist, der war bei mir auf dem Festland, ist einfach schon immer mein Assistent gewesen, ich hab Gippie versprochen, ihm irgendwann die Magie beizubringen und Gippie findet das ganz, ganz toll und glaubt da ganz fest dran und deswegen tut er alles, um sozusagen mir zu dienen, in dem Versprechen, dass ich ihm irgendwann beibringe, zu zaubern, was ich nie machen werde, was auch nie meine Intention war, er hat es einfach sozusagen geglaubt, ja, er denkt einfach, er lernt von mir irgendwann, kann man das lernen? Ja, keine Ahnung, also das war nicht die, das war nicht die, das war nie die Intention, Gippie denkt das einfach, ja, Gippie denkt, er wird bald großer Magier, das ist seine Story, Pass doch auf, wo kommt ihr denn her? Ich stehe hier, nein, ich stehe hier schon seit mehreren Sekunden, sind sie auch schon wieder besoffen, äh, ja, ich würde teilen, da, wenn du möchtest, kann man das mit mir anstoßen, Wie habt ihr die Rollen aufgeteilt, weder konnte seine Idee vorschlagen, ja, einfach stehen, das ist ab, ich habe jetzt natürlich ihn nicht stehen, also erstmal war das Edo P, das heißt, ich konnte ihn einfach stehen lassen, weil ich wusste, wie er damit umgeht, und so weiter und so fort, meine Rolle ist ein bisschen assi, also so, das war, er, ich habe mit dem, mit irgendeinem betrunkenem Typ, da habe ich relativ wenig zu tun, ja, so, ganz kurz, weil ihr seid gerade nur ihr da, äh, flupp, das mache ich jetzt natürlich ohne Rauch, wenn jetzt irgendwer da wäre, würde ich das natürlich kurz zaubern, ähm, es gibt noch, das ist ja alles so mit Fantasie, also ihr müsst euch das Ganze mit, mit viel Fantasie vorstellen, äh, da wollen wir nicht hin, das ist, äh, das ist noch der Schatz, aber das kann ich euch eben zeigen, damit ihr es wisst, dafür muss ich aber selber die Alarmanlage aus, also Alarmanlage ausmachen, hm, magischer, magischer Aufzug, ist jetzt leer, also ist jetzt rein, eigentlich ist hier was drinnen, ja, hier ist ein Schatz drinnen, ähm, da drinnen ist, das goldene Ei, das ist aber nicht, also, das goldene Ei ist metaphorisch, ähm, was da drinnen ist, ist, äh, ein Drachenei, wahrscheinlich das, äh, das letzte, was es überhaupt gibt, und dieses Drachenei erlaubt es mir, die Kontrolle über den, auf dieser Insel lebenden Drachen zu haben und das ist sozusagen das Ast des Königs. Der König schickt den Drachen weg und das macht nicht der König, das mach ich, aber der König lässt es so aussehen und deswegen haben alle ganz, ganz großen Respekt vor dem König, der, äh, das Dorf mit dem Drachen, äh, sozusagen, in Angst und Schrecken verbreiten, dass sie ihm einfach, dass sie ihm einfach, äh, dass sie halt Angst vor ihm haben. Ähm, und das ist dieses Ei, was in dieser Kiste ist und ich hab die Macht dafür, aber ich zeig das natürlich keinem, also, der König weiß, dass ich das mach, alle anderen lassen wir es aussehen, als wenn der König das macht, die Leute wissen, dass ich, ach man, die Leute wissen, dass ich der Magier bin, aber die meisten Leute glauben nicht an Magie und denken einfach, dass ich, äh, ein Magister bin. Ähm, dass ich zaubern kann, haben, wissen ein paar, wer es gesehen hat, der hat, der glaubt's, ähm, alle anderen wissen das nicht. Die, also, die anderen noch, noch, äh, wissen die anderen nicht, dass ich ein Magier bin. Ich bin nur der Berater des Königs, offiziell. Ich, äh, ich kann halt, ich kann euch noch nicht zeigen, was ich könnte, weil sonst, äh, würden sich die Leute hier wundern. Äh, aber ich könnte zum Beispiel, wenn ich hier ein bisschen am Rumzaubern bin, theoretisch, könnte ich den ganzen Turm, der ganze Turm, das sehen die Leute aus der Stadt, die Leute in der Stadt sehen das. Und, äh, hier, jetzt braucht ihr ein bisschen Fantasie. Wenn ich König Shagos mal erreichen will, kann ich natürlich in meinen magischen Kessel gucken. Ja, das ist ein Zauberkessel, offensichtlich, ja. Ja, das ist, äh, weil ich mit dem Magier natürlich magisch connected bin. Nur falls, äh, das war wichtig, schon sehr witzig, schon sehr witzig. Oder jetzt, äh, ist die Alarmanlage, die Alarmanlage ist an, ja. Oh, warte, da kommt ja leider, ich bin ja eh unsichtbar, Gott sei Dank. Wer schleicht um meinen Turm? Ah, guten Tag, Herr Magier, ich bin's, äh, ihr Bürgermeister. Ich mache, äh, lediglich meine Runde und vergewissere mich, dass alle Schäfchen der Herde heil in ihrem Ställchen angekommen sind nach der längeren, äh, Abwesenheit in unserem Dorf. Der Bürgermeister, wie war ihr Name noch gleich? Ja, sicherlich, äh, haben sie heute einen über den Durst getrunken vor Freude, dass wir wieder angekommen sind und das darüber vergessen, ich kann mir kaum vorstellen, dass so ein alter, ehrwürdiger Bewohner unserer Stadt den Namen des höchsten Bürgermeisters aller Zeiten vergessen hat. Mein Name ist Wilbald Erben von Boomhoff, der Bürgermeister. Ähm, geht's Ihnen gut soweit? Mir geht's ganz fantastisch, Herr, Wilbald Erben. Freut mich, dass Sie auch wieder hier angekommen sind. Ich hab wieder Sie gesagt. Jaja, die Freude ist ganz meinerseits. Ähm, wissen Sie, viele Leute im Dorf halten Sie für einen zwielichtigen, alten, knarzigen Kerl, dem man doch so einige Missetaten, wenn nicht Zutrauen, doch auch in die Schuhe schieben möchte und, ähm, ich wollte Sie lediglich darauf aufklären und natürlich in aller Geheimnisgrämerei und freundschaftlicher Verbundenheit, dass es Stimmen auf dem Marktplatz gibt, die Sie mit der Entstehung der Rattenplage in Verbindung bringen. Die Rattenplage mit so einem kleinen Vieh verschwende ich doch nicht meine Zeit. Naja, wie sagte schon der alte Ignatius von Bürg, eine Ratte mag klein sein, doch viele Ratten sind groß. Ja, genau, 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 das habe ich auch immer gehört, ja, jetzt, wo ihr es erzählt, ist ja unglaublich. Ja, nun gut, ich möchte Ihnen selbstverständlich nicht unterstellen, dass nur, weil Sie dieses seltsame, okkulte Handwerk für sich entdeckt haben, dass Sie jetzt nun gleich so eine Nagerplage auf unser unschuldiges, schönes Dörfchen gehetzt haben, warum sollten Sie das auch tun, nur weil Sie etwas vom Dorf ausgegrenzt werden und außerhalb leben müssen, das wird ja sicherlich Ihren Charakter nicht so weit angreifen, dass Sie zu so einer Missetat in der Lage wären, aber ich würde Sie dann doch darum bitten, wenn Sie in Zukunft so etwas ähnliches wie eine Rattenplage planen, das vorher mit mir zu konsultieren. Herr Wilbald Erben, ich bin der Berater des Königs, ich bin hier, um zu helfen, der König, der braucht mich, der braucht meinen Rat, ich hätte doch gar kein Interesse hier eine Rattenplage über die Insel zu jagen. Na, ähm, dann ist ja gut, selbstverständlich würde ich Ihnen auch nichts anderes als ehrwürdige Taten unterstellen wollen, von daher, dann lasse ich Sie jetzt mal in Frieden hier, hier ist so ein seltsames Brummen und Summen und Rauschen und Friemeln in der Luft, das ist ja, entschuldigen Sie bitte, ich habe Amtsgeschäfte zu erledigen, es war mir eine Freude, Herr, wie war noch Ihr Name? Mein Name ist Kadergast, merkt euch diesen. Kadergast, Kadergast, ähm, selbstverständlich, ich werde meinem Assistenten sofort sagen, er möge das aufschreiben. Herr Kadergast, haben Sie einen schönen Tag. Leben Sie wohl, Wilbald Erben. Und diese seltsame, latent, drohende Stimme, sie macht mir etwas Sorge, aber ich muss mir doch etwa, ich muss mir doch keine Sorgen machen, Herr Magier, Sie haben doch nicht etwa irgendein Ritual dort oben in Ihrem Turm vorbereitet zu meinem Schaden, nehme ich an. Natürlich nicht, natürlich nicht, wenn ganz auf Ihrer Seite. Gut, gut, ähm, mein Körper sagt, ich soll auf der Hut sein, aber mein Geist sagt, Sie sind ein Ehrenmann, nun denn, ähm, gehaben Sie sich wohl. Gehabt euch wohl. Kadergast. Mächtige. Aber, ey, komm, Leute, die anderen sagen auch hundertmal Sie zu mir. Das ist nicht, das ist nicht einfach. Ich, das ist ein Wechsel zwischen Sie und ihr durchgehen, das ist superschwer. Er hat auch, er hat gerade gesagt, leben Sie wohl. Dann habe ich, äh, ich hatte ihr gesagt irgendwie, aber das ist schwierig, ist schwierig, ist schwierig, schwierig. Ja, vor allem, wenn er, wenn er sagt, leben Sie wohl, wollte ich automatisch sagen, leben Sie wohl, das war nicht einfach, aber das habe ich sogar noch gerettet, aber ja, das Problem ist, wenn du, äh, wenn du improvisierst beim Reden, dann sprichst du, dann denkst und sprichst du schnell und dann kommt dieses Sie viel, viel öfter durch, finde ich. Das macht es sehr, sehr schwer. Ich hab, glaub ich, gehabt, euch wohl gesagt, oder, oder, ich, ich hab euch am Ende gesagt, das weiß ich, aber es soll ja um den Spaß gehen. Ja, es geht nicht darum, ob du mit ihr denkst, es geht darum, wenn du schnell und höflich redest, sagst du Sie. Das bist du ja, die Art und Weise, so zu reden, die bist du ja gewohnt. Es geht eher darum, dass ich, das, was ich, was ich im Kopf denke und das, was ich sage, weil ich schnell antworten will, sind zwei unterschiedliche Sachen. Das, finde ich, macht es sehr, sehr schwer, aus einem Sie ein Ihr zu machen. Kannst du ein paar Infos über die Dorfbewohner einholen? Ja, ich muss mich, wie gesagt, äh, eigentlich müsste ich eher in Richtung König gehen, aber ich such mal die, die weiße Hexe, in Anführungsstrichen. Also, ich weiß, dass sie magische Fähigkeiten hat, aber ich weiß ja noch nicht, was sie tut. Ich weiß nur nicht, wo die wohnt. Die suche ich noch. Ich höre hier, er ist schon immer hier. Hier stinkt's. Galle? Galle! Dich riecht man auch auf 200 Meter. Information. Von welcher Wichtigkeit? Extremer Wichtigkeit. Extremer Wichtigkeit. Also. Ich habe eben so getan, als ob ich verletzt wäre, um mich an dieser Dame im weißen Kleid, Sie wissen, ich habe sie gefunden, die Dame im weißen Kleid, um, ähm, Oh, sehr gut. Um etwas mit ihr zu interagieren, um herauszufinden, was sie kann und wer sie ist und so. Und ich habe ja herausgefunden. Hallo? Könnt ihr etwas weggehen? Hallo? Ja, aber ich höre Sie schon, äh, hier bis zu meinem Haus. Also. Okay. Müssen Sie mal ein bisschen leiser sprechen? Ich kann nicht, aber lassen Sie uns zum Turm gehen. Ja, Galle. Genau. Machen Sie Ihr Gespräch bitte woanders. Ach, Galle, schreit nur rum. Warum schreist du denn so? Ich, das ist eine längere Geschichte. Meine, meine Sprachmuskulatur funktioniert nicht so, wie sie sein sollte. Ich höre ihn voll gut. Obwohl ich sie vergangenen Tagen schon getestet habe, funktioniert sie heute nicht mehr. Ja. Ich habe alles versucht, mein Meister. So wird das nichts mit den magischen Fähigkeiten. Aber, mein Meister, ich gebe mir doch alles. Also, was hast du rausgefunden? Also, wollen wir das hier versuchen? Ja. Also, die Dame im weißen Kleid, das ist Anilia von Entenhausen oder so, oder Enten. Anilia? Und, ähm, die ist eine Heilerin. Die kann ganz viele tolle Sachen heilen. Man muss nur Kräuter finden. Mit Tränken? Man kann nicht zaubern. Ich habe eine Ja, ja, mit Kräutern. Hm. Und ich habe nachgefunden. Und, ähm, ich wollte tagen, als ob ich sehr unzufrieden mit meinem Äußeren sei. Und, ähm, wollte gucken, wie macht diese Frau denn überhaupt? Und sie sagte, das wäre eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ich finde es interessant, dass manche von euch den verstehen und manche nicht im Chat. Wenn der da ist, sage ich nichts mehr. Und jetzt glaube ich, dass ich verloren bin. Wenn der da ist, sage ich nichts mehr. Wer ist damit gemeint? Sie, mein Meister. Hm. Hm. Galle. Ich versuche mein Glück selbst. Aber, muss sagen, vielen Dank. Kann ich die Frau im schwarzen Kleid suchen, mein Meister? Hm. Mal sehen, ob du die Frau im schwarzen Kleid finden wirst. Das ist eine sehr schöne Aufgabe. Die Frau im schwarzen Kleid, ja, die Frau im schwarzen Kleid befindet sich gerade in der Stadt. und was liegt dann noch über sie herauf. Ja, versuch's, wer weiß, ob sie ehrlich zu mir ist. Ich werde alles geben. Vielleicht können sie nochmal, also, diese Frau Anilia, die war sehr, sehr verschlossen, als sie sie gehört hat. Hm. Wir versuchen nochmal unser Glück. Bis später, Galle. Also, ich kann ja nicht einzelne Personen leiser machen, äh, oder lauter machen. Ihr habt ja Toro gehört. Toro würde ich über die ganze Insel hören. Äh, Divi war auch sehr laut. Ähm, ja. Also, da kann ich nichts machen. Es gibt ja keine... Aber manche haben ihn ja gehört. Also, kann ich nichts tun. Hm. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ein Scharlatan. Wo? Was verschlägt euch zu uns? Wen stellt ihr da? Kennen wir uns? Wir kennen uns sehr gut. Ich habe auch gesehen, dass ihr kommen werdet. Ich bin Maulkner Rälder, die Seherin. Äh, die Betrügerin? Nein, die Geister sprechen tatsächlich zu mir. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Tricks, die ihr so macht, wirklich als Magie zählen sollten. Wenn ihr wirklich magische Fähigkeiten hättet, würde ich das merken. Nun, die magischen Fähigkeiten kommen ja nicht von mir, werter Herr Magier. Die magischen Fähigkeiten kommen aus der Umgebung, von den Geistern, die zu mir sprechen. Also, unnötige Stimmen in ihrem Kopf, die nicht existieren? Sagen wir es so. Ich habe die Ratten hervorgesagt. Nicht ihr. Ja, wahrscheinlich auch nur, weil die Ratten in ihrem Haus gelebt haben. Ihr seid herzlich zu uns eingeladen. Ihr könnt euch gerne davon überzeugen, dass wir keine Ratten haben. Nicht einmal menschliche Ratten. Und die sind ja auch alle über die Insel gelaufen. Aber, sagt mal, wo finde ich denn die Dame mit dem weißen Kleid? Meine werte Freundin ist gerade ausgeflogen. Ich denke, sie ist in Richtung Dorf gelaufen. Habt ihr eine Ahnung, was die Dame vorhat? Sollte ich euch denn mitteilen, was die Dame vorhat? Ich würde gerne ein paar Worte mit ihr wechseln. Für ein bisschen Gold würde meine Zunge sich sicherlich lockern. Benötigt ihr das Gold, um euer Haus zu reinigen? Mein Haus zu reinigen? Es ist vollständig gesäubert. Nicht, dass wir bald die nächste Rattenplage haben. Tja, wenn die Rattenplage eventuell seid ihr ja. Hättet ihr etwas Zeit, um mit mir zu reden? Spuckt schon aus, was ihr zu sagen habt. Am besten wäre ein Gespräch unter vier Augen. Ja, ich könne in meinem Behandlungszimmer sprechen. Bitte rein. Ihr ruft, wenn ihr mich braucht. Macht Generalda? Ja, bitte bleib in der Nähe. Danke. Warum meidet ihr mich? Ja, es war allerdings auch der Kürz hat es eure Sprache verschlagen. Entschuldigung, anscheinend habe ich mich nicht gehört. Sie hat gesagt, nein, das macht sie selber. Ich habe Schwieriges über euch gehört und Magie finde ich sehr unheimlich. Ich verstehe sie nicht, ich möchte sie nicht verstehen und was ich nicht verstehe, das möchte ich nicht bei mir haben. Magie findet ihr unheimlich, aber ganz ohne Magie kommt ihr auch nicht aus, oder? Oh, ich verlasse mich ausschließlich auf die Kraft von heilenden Kräutern. Nichts mit Magie oder dergleichen. Ich spüre aber was anderes oder könnte das an ihrer Schwester liegen? Was sie da spüren, sollten sie vielleicht mal behandeln lassen. Also, wenn sie auf die Liege legen, dann taste ich sie gerne mal ab, aber Magie gibt es hier nicht zu spüren. Magie gibt es hier also nicht. Was ist denn dann mit ihrer Schwester oder reden sie da nicht drüber? Redet ihr da nicht drüber? Ich hasse es. Aber sie hat auch schon sie gesagt, wir müssen anlösen. Ja, deswegen lebt ihre Schwester auch im Sonn. Funktionieren eure Heilkräuter denn oder seid ihr auch ein Betrüger wie eure reizende Freundin? Wir sind beide keine Betrüger. Ich bin außerordentlich gut im Heilen und auch im Heilen von seelischen Problemen und sie ist eine ausgesprochen begabte Geistliche mit einer guten Verbindung in die ja mystische Welt. Sie kann ihnen immer sagen, was ihre Zukunft und ihre Vergangenheit für sie bereithält. Vielleicht könnte sie das auch auf den wahren richtigen Pfad führen. Ihr wisst schon, Fantasie ist keine Magie. Und was ist denn Magie? Dazu kommen wir später. Ich glaube, ihr wisst genau, wovon ich rede. Das wage ich zu bezweifeln. Wie äußert ihr eure Magie? Außer indem ihr herumprallt. was könnt ihr? Ah! Geht doch noch Heilerin! Ist alles in Ordnung? Was ist geschehen? Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Dieser Mann lässt nur Knallfröche platzen. Sie glauben doch an Magie, oder nicht? Glauben und befürworten ist eine andere Sache. Ich bin lediglich eine bescheidene Kräuterheilerin, wie Sie sehen können. Wir werden uns sicher... Fehlt Ihnen denn irgendwas? Brauchen Sie Hilfe? Nein, das nicht. Informationen würden mir helfen. Ihre Schwester... Was ist für Informationen? Ihre Schwester war heute schon an meinem Turm und hat über eure Künste gesprochen. Davon weiß ich nichts. Ich habe mit dieser Frau schon so lange nicht mehr gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich sie noch als meine Schwester bezeichnen würde. Warum leugnet ihr eure magischen Fähigkeiten? Warum sind sie so unglaublich aufdringlich? Es ist wichtig, was hier passiert. Die Rattenplage kommt nicht von irgendwo. Da sagen sie was ganz richtiges. Fast schon magisch, wie diese Ratten aufgetaucht sind. Glauben sie nicht? Richtig. Aber ich war es nicht. Wer war es dann? Tja, das weiß ich auch nicht. Ich denke, wir kommen hier nicht weiter. Vielen Dank, das brauche ich nicht. Vielen Dank, behehren sie uns bald wieder. Machen sie es gut, ihr habt euch wohl. Machen sie selber. Also wenn es möglich zu diesem künften Fall kommt und ich rede natürlich für Gott dass das nicht so sein wird. Liegt da wer tot? Oh ich guck mal die ich muss mal zum toten gräber gut gut tag ja der ist kollektiv die heilige auto ach macht sie vom acker Entschuldigung für diese Wührung. Euch tauge nichts, dann geb ich nichts. Was ist hier? Der ist einfach reingeschlafen. Naja, der lag schon hier, als ich gerade hier vorbeigelaufen bin. Wird wohl einer der Betrunkenen aus dem Dorf sein. Ja, das ist nicht unwahr. Davon sind heute eine ganze Menge unterwegs. Ist er denn noch am Leben, oder können wir mal den Totengeber rufen? Ihr seid mir immer noch nicht ganz geheuer. Warum sagen das immer alle? Hast du mal dein Tor angeschaut? Da fliegt die Hälfte. Naja, ich bin ja auch ein Magier. Ich bin mir immer noch sehr sicher, die werden durch irgendwelche dünnen Fäden gehalten. Du kannst dich ja gerne umschauen, wenn du danach rissen. Da, in die Nähe gehen, fällt doch alles runter, sobald man sich dagegen lehnt. Versuch dein Glück. Und einen schönen Tag. Nein, danke, nein, danke. Da lag wer tot. Ich hab keine Ahnung, wo Items ist. Ich muss aber mal zum König. Streamen gerade alle das Projekt? Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Ist ganz anders, oder? Also so, äh, so Skins, Gebäude und Co. Dieses Mittelalter-Ding ist schon sehr, sehr schön umgesetzt worden, oder? Also, appreciaten wir jetzt mal die Fehler, die wir im RP machen, nicht, ja? Sondern gucken uns einfach nur mal ein bisschen um. Das ist schon sehr, sehr schick. Auch hier, dieser Weg, den gibt's ja so gar nicht, glaube ich. Das ist ja alles custom made, ne? Ich wollte übrigens gerade gar nicht die Flashbang zünden bei Adi. Also, das Blem. Hier, äh, also diese Stände sind morgen übrigens eine Stunde lang, äh, besetzt. Also, das hier, hier ist ein Verkäufer, der eine Stunde lang Sachen verkaufen wird. Äh, Fleisch und Co. für die Leute und sowas. Und Waffen auch und sowas. Also, das ist morgen. Leider ist die Ratte wohl bei der Säuberung, als alle Ratten aus dem Dorf vertrieben worden sind, einfach auch Opfer geworden. Tja, da kann man wohl nichts tun. Ich würde vorschlagen, suchen Sie sich ein neues Wort. Dann haben Sie nicht wenigstens zu helfen, du wirst. Ich hab zu danken. Ja. Jetzt geht's ja schon viel, wie, viel besser. Okay. Aber, äh, müssen Sie aufpassen. Meine Ernte ist ja zerstört worden von den Ratten. Haben Sie vielleicht eine Kartoffel, einen Apfel, irgendwas? Wie geht's jetzt richtig schlecht durch den Wolf? Meine Kombüse ist leider auch leer. Aber, also, vorne in der Zermärme kann man sich was zu essen kaufen, falls Sie noch irgendwie einen Tale haben. Ja, genau, genau. Ich bin ganz verwehrt durch den Wolf. Es tut mir leid, danke für's. Bye. Holla vom Waldsee. Der Käpt'n. Die Kapitänin. Hm. Die Kapitänin. Ich bin wieder Salz in den Augen. Habt ihr euch eingelebt auf dieser fantastischen Insel? Was ist mit ihrer Freundin passiert? Meine Freundin? Die liegt doch da hinten am Boden. Na, da ist die Hofbäuerin, die, äh, ich glaub, sie verhungert. Das ist ja sehr tragisch. Hm. Dann helfen Sie doch mal den Leuten. Also ich hab schon fünf Bier getrunken. Ihr habt doch bestimmt einen großartigen Schatz, oder dich? Meinen Sie sowas? Ja, Sie können doch da, ihr könnt doch den Leuten helfen, hier an Essen und Trinken zu gelangen. Aber wieso soll ich das einfach so tun? Also man kann mich für meine Dienste bezahlen und, äh, seid ihr nicht so hilfsbereit? Man erzählt sich, ihr helft den Leuten. Ja, mindestens so hilfsbereit wie ihr, Magister. Was ist ihr Anliegen? Was habt ihr vor? Warum seid ihr zurückgekehrt? Ja, also, ne, irgendwo muss man sein Schiff ja auch mal anlegen. Äh, ein bisschen trinken, ein bisschen saufen, ein bisschen, äh, trinken, äh, vielleicht mal zwischendurch was essen, gucken, ob ich meinen Schatz hier wieder finde, den ich auf der Insel vergraben hab, und dann noch ein bisschen trinken, und noch ein bisschen saufen, und, äh, ja, wieso, ne? Ein Schatz, den ihr auf der Insel vergraben habt? Ja, ja, also, äh, wenn Sie mir helfen, meinen Schatz wiederzufinden, könnte ich Ihnen davon was abgeben, Herr Magister. Folgt mir! Aha. Schaut mir in die Augen. Erzählt mir von eurem Schatz. Äh, äh, das war, äh... Was hat es mit dem Schatz auf sich? Äh, ja, ich weiß nicht. Ich habe so eine Schatzkarte, so ein Viertel davon oder so, und ich weiß aber nicht, wo der Schatz ist, und, ne, ja, weg ist er, ne? Da hab ich irgendwann mal Betreuung vergraben. Das ist ein riesengroßer Schatz, äh, Mengen und Unmengen an Gold, die ich natürlich, äh, legal erworben habe. Ob ihr das legal oder illegal erworben habt, das interessiert mich relativ wenig. Wo könnte dieser Schatz versteckt sein? Ja, überall. Also, ich weiß es nicht. Ich war tagelang betrunken, und dann hatte ich nur noch ein Fetzen meiner Schatzkarte und drei meine Gefährten, die es nicht mehr gibt, die sind alle tot. Also, wir haben, also, das ist Jahre her, da haben wir gegen ein neunschwänziges Kragenungeheuer mit Zähnen. Die haben sie noch nie gesehen, die sind größer als die, als die Kristalle an ihrem, an ihrem Turm. Also, so riesen Zähne hatte das. Er hatte dieser neunschwänzige Kragen und, äh, also, der hat alle gefressen und, äh, die haben jetzt die Kartenteile halt auch, ne? Also, wir waren alle sehr betrunken. Aber wir haben den neunschwänzigen Kragen besiegt. Schönen guten Tag. Guten Tag. Vielleicht hat der ein oder andere Dorfbewohner ja Glück und findet euren Schatz. Ja, vielleicht lässt sich ja ein Stück von der Karte auch wiederfinden. Man weiß es nicht. Vielleicht, was hier so alles auftaucht, ist das Magie? Magie für einen Schatz. Wenn ich das wüsste, warum sollte ich euch helfen? Ja, also, das heißt ja nicht, dass sie ihn zum Schatz finden, nur weil sie ein Stück von der Karte haben. Ich habe ja immer noch ein Stück von der Karte und wenn die Karte nicht gesammt ist, dann kann ja niemand den ganzen Schatz haben. Hm. Dann werde ich doch gegebenenfalls noch mal bei euch vorbeischauen. Ja, halte die Augen offen nach einer Schatzkarte. Und nach Bier. Also, ich nehme immer Bier. Also, mir ist immer noch ein bisschen schrummerig. Also, ich habe eben in dem Teich dort vorne bin ich aufgewacht mal wieder und da schmeckt gut das Wasser übrigens. Ich glaube, ich brauche noch mal ein Bier in der Taverne. Voller vom Waldsee. Ich fühle mich so nutzlos. Gehabt euch wohl und genießt euer Bier. Dankeschön, Herr Magister. Kommen Sie doch auch mal auf ein Bier vorbei in der Taverne. Hm. Später. Können manche nicht magisch den Zauber widerstehen? Ich mache das nur, wenn die Leute sich drauf einlassen. Also, die Leute müssen Bock drauf haben. Wenn nicht, dann nicht. Holler wusste ich, dass sie mitmachen wird. Dieses, dieses Sie, ich glaube, hätten wir uns von vornherein drauf geeinigt, mit Sie zu reden, ist natürlich Quatsch. Spielt keine Rolle. Hätten, glaube ich, alle ein bisschen sich wohler gefühlt. Also, nicht alle. Man muss sich auch vorbereiten. Shaggis und Toro haben das fantastisch gemacht. Ben und so. Und die 100 Leute im Hintergrund, die dafür verantwortlich sind auch. Aber ich traue mich noch nicht, Gespräche wirklich einzugehen, wegen dem Falschreden. Ach ja, zum König. Ich wollte zum König. Ich wollte zum König. Ich wollte zum König. Ach so, Leute, übrigens, äh, vielen, vielen, äh, Dank, äh, Hanne für die 10er Subbomb. Cray, danke für 1000 Bits. Tidu-san, danke für 20 Subgifts. Vielen, vielen Dank an alle Subs und Resubs. Wieder ganz, ganz fettes Dankeschön. Danke, danke, danke. Also wirklich. Vielen, vielen Dank an jeden. Auch an alle Subs und Resubs. Macavity, Jackie, Wolfsfell, Scusi, Realize, vielen, vielen Dank. Was für Zauber kannst du alles? Oh, natürlich noch geheim. Was ist das hier eigentlich? Der Pöbel-Ausstatter. Erstmal kurz zum Turm. Gibt's auch Hexen? Eine. Theoretisch. Wer schleicht wieder um meinen Turm? Meister, ich bin zu Hause. Galle, was hast du rausgefunden? Sie werden nicht zufrieden mit mir sein. Ich habe lediglich den Wohnort untersucht. Moment, ich suche dich. Ich habe den Wohnort untersucht. Ich habe lediglich mich zu der Frau gefunden, weil ich sie nicht aufwenden. Du warst also im Sumpf? Was wird sie interessieren? Ja, Meister. Und? Wissen Sie? Was hast du im Sumpf gefunden? Die Frau Sumpf, weiß ich, wie sie heißt, hat auch so etwas. So etwas. Eine fliegende Insel neben ihrem Haus. Hm. Ist das so? Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass die Dame Frau waren kann wie sie ja mein Meister. Hm. Magische Fähigkeiten hat sie auf jeden Fall. Wissen Sie sich schon etwas? Hm. Ich habe vergessen, wie die Heilerin heißt. Aber sie will wirklich mich mit ihr... Sie will nicht mit mir reden. und sie verschweigt ihre magischen Fähigkeiten. Aber die Dame aus dem Sumpf ist nicht die Heilerin, richtig? Hm, richtig. Sie sind Geschwister. Wissen Sie, wie die Dame aus dem Sumpf heißt? Oh. Ach, mittlerweile nennt sie sich Gretel. Eigentlich heißt sie Grimm. Sie hat den Mann. Gretel? Ja, genau. Du hast sie also doch getroffen, Galle. Moment, die ist mir gerade begegnet. Fräulein Gretel ist mir gerade begegnet. Wird sie mir gerne Ranzer, oder wie der heißt. Ja, Fräulein Gretel ist aber nicht in ihrer normalen Gestalt unterwegs. Zweigestalt? Sie hat wohl die Fähigkeit, ihr Aussehen zu verändern. Da habe ich mich fast verplappert. Mann, 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 das war knapp. Ich muss zum König. Du gleich auch. Ja, wollen sie jetzt schon losgehen? Ich glaube, ich werde mich einmal in die Burg schleichen und dann treffen wir uns ja eh alle zusammen zur großen Zeremonie. Ich werde mich auch schon mal reinschleichen. Ich wollte eh noch einen Weg aus Grund schaffen, den ich schon mal gesehen habe. Vielleicht hatten wir dieselbe Idee. Der müsste hier irgendwo sein. Naja, ich glaube, hier. Ja, hier. Lande. Natürlich habe ich Licht. Na, ich könnte die Dame vom Entensee versuchen zu überreden, mir ihre Kräfte zu zeigen. Ich war ja schon im Gespräch mit ihr in der Hoffnung, dass sie mir nun etwas hilft und zeigt von ihrer Energie. Aber es hat nicht ganz funktioniert, weil sie ja dazu gekommen sind. Wenn ich sie jetzt davon überzeugen kann, dass ich gar nicht so darauf angewiesen bin. Galle, wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. eine Tür hält mich nicht auf. Hat der überhaupt nicht? Das Echo oder dieses Cave-Ding, das kommt gerade von mir. Das ist einfach nur ein Soundeffekt für euch. Also es ist einfach nur just for fun. Jetzt kann ich auch ein bisschen rennen. Also jetzt bin ich ja eher alleine. Ich weiß ja, wo ich hin will. Also ich kenne das System ja. Moment. Das ist neu. Scheiße, das ist neu. Ich kann eh also nicht zur Not. Ich habe zumindest schon mal mehr. Doch, ich bin richtig. das ist eine meiner liebsten Taten, aber ich dachte, damit würden wir zu weit gehen. Ich wollte ganz in ihrem Sinne handeln, wie sie es mir beigebracht hatten. Aber dies war natürlich auch mein erster Gedanke. Nun, was wollen sie hier? Ich schaue mich nur etwas um. Wer seid ihr? Nach der Ansprache ihres königlichen Vaters ähm, naja, diese, 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 sie, äh, euer, äh, euer, ähm, Zauberlichkeit. Ich, äh, ich weiß, was sie auf dem Schiff mit mir gemacht haben. Der Schlafzauber, den, den, dass ich nicht mitkriege, wenn alle von Bord gehen, haben gedacht, ich würde wohl weiter auf dem Schiff von dannen segeln oder so. Ihr seid alt, ihr habt einfach nur lang geschlafen. Ich glaube nicht, dass ich lang, ich hab mich, ja gut, ich hab mich zum Schlafen hingelegt, aber so lange, ich kriege nochmal mit, wenn, wenn, wenn die Ratten an meinen Zehennägeln knabbern, aber nicht, wenn die Leute vom Schiff gehen. Ich glaub ihnen gar nichts. Äh, ich sehe aber offensichtlich, dass ihr es trotzdem in die Burg geschafft habt. das freut mich. Ja, ich wusste nicht mal mehr, wo mein Kerker ist. Ich, ich, ich vermute, ich vermute auch da ein, 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 vielleicht nicht ganz, ein Vergessenszauber, vielleicht, ich weiß nicht mehr mehr, wo hier mein Kerker war. Ich glaube, wir sollten etwas flüstern. Der König hat seine eigenen Probleme. Ihr wohnt also hier unten? Sieht ja fantastisch aus, da habt ihr euch ja richtig Mühe gegeben. Pfff. Das ist, äh, schon ewig mal, also wohnen. Nein, ach, Quatsch. Sehen Sie, ich bin schon ganz verwirrt. Mein Zuhause ist natürlich, äh, neben dem, äh, Haus und Hof waren, Innenhof. Sie wissen das doch genau. Natürlich. Das Flüstern macht's gerade kaputt. Das ist nur gut, wenn man stehen bleibt. Sonst vermag das. Weil manchmal geht er weit weg und manchmal nicht, wenn... ein Spaß erlaubt, ja? Na du? Dichten von Narbengeräusche aus den Untiefen des Kerners. Warten Sie mal kurz, der Magier hat irgendwelche Probleme. Er müsse, glaube ich, seine Stimme noch mal einmal kurz, ähm, innehalten und wieder laut sprechen, damit man ihn versteht. Entschuldigt. Könnt ihr mich hören? Ja, natürlich. Klar. Also Sie könnten auch, äh, die Fackeln vielleicht mal runternehmen, weil eigentlich ist hier auch, also ich hab für ordentlich Beleuchtung gesorgt. Der... Habe er das Hexenwort gesagt? Habe er gerade das Hexenwort gesagt? König, haben Sie es auch vernommen? Antwortet dem Körnchen. Habe er das böse Wort mit drei Silben gesagt, was mit Esse anfinge und mit E aufhöre und in der Mitte sei ein Hiiii. Ich habe es auch vernommen. Ich auch. Was? Au. Entschuldigen Sie. Was? Hauptmann? Ich finde dieses ist intolerabel. Und so setze man den Foltermeister auf einen seiner eigenen Stühle. Nun denn. Hopp, Foltermeister. Sie haben... Du hast den König gehört. Du hast den König gehört. Einmal hier auf das Schwingrad des Stuhles. Aber... Aber... Okay. Nun kostet er seine eigene Medizin für diesen Frennull. Und noch eine Runde. Hat ja fast gekitzelt. Ja, ja. Sei froh, dass du die Hose anlassen durftest. Ja, ist da... Die Narbe... Ich habe natürlich meine... Ausrüstung ausgiebig getestet. Also... Ich glaube nicht, dass... Das durch meine Hornhaut durchkommt. Eure Exzellenz. Ja, ja. Eier aus Stahl. So kenne ich ihn. Nun, äh... Wer hat die königliche Luke betätigt? Äh, so, äh... Äh, jetzt... Äh, wir lenken gerade vom... Äh, wir lenken vom Thema ab. Ähm... Wie... 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 Äh... Seid ihr aus dieser Zelle entkommen? Was... Was... Was war das für ein fauner Zauber schon wieder? Ihr habt mich in der Zelle eingesperrt? Was wäre denn, wenn wir dem König davon erzählen? Wie wäre es, wenn wir dem König erzählen, dass sie mich unter Schlaf gesetzt haben und, äh, verwirrt Zauber, äh, auf mich angewendet haben? Der König weiß, wie alt ihr seid. Ich glaube nicht, dass das mit irgendeinem Zauber zu tun hat. Was ist denn hier los? Ich, äh... Hier ist, äh... Also, ich finde das schön. So viele Leute hatte ich in... Meinem... Den hat er bei Sertorum hier auch genutzt. Was ist das denn? Ähm... Herr, äh... Eure, eure, äh... Hoheit, sie wollen sich nicht da hinsetzen. Wirklich nicht. Ich setze mich hin, wo ich mich hinsetzen mag? Was vermagst du mir zu sagen, wo ich mich hinsetzen darf? Nun, es tut mir leid, es tut mir leid. Äh, so meinte ich das natürlich nicht. Ich, äh, wollte sie nur von den Fäkalien verhalten. Königliche, das ist kein Ort für Sie hier. Was ist das? Was ist das für ein Ort? Und wer ist das hier? Warum ist der hinter Gitter? König, Vater, ihre Tochter ist im Kerker. Ich meine, ist das so eine Gute? Ich muss weg, ich muss weg. Bitte, äh, diese Türen sind nur, äh, nur ich darf diese Türen betätigen. Nein! Der General von tausend Stimmen klingelt in meinen Ohren. Nein! Haltet alle inne, der König, er kann seine Gedanken nicht sammeln. Haltet die Gnute! Junge Prinzessin! Er zirnt die Prinzessin! Es reicht! Der König hat... Ich bin ihn zirnt! Dann seht später in Zirn! Du bist in der Pubertät, Kind. Haltet kurz dein Schandmaul. Äh, meine innere Uhr sagt mir, es ist bald so weit. Oh, es ist 21 Uhr! Wir sollten uns vorbereiten. Nun denn. Finger weg, hab ich gesagt. Herr König, darf ich wieder raus? Nein! Möchte vielleicht eure Hoheit eine Nacht hier auf. Eure Hoheit? Kater? Kater, ähm, ähm... Ja. Oh! Wäre ich nicht mit Ihrer Prinzessin? Hier ist die Situation in meinem Land. Herr, 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 aber dann... Konntet ihr ein wenig, äh, äh, evaluieren? Mh, das Volk macht immer noch Probleme. Die Rattenplage sei zwar beseitigt, aber... Wir müssen später unter vier Augen reden. Vernehme ihn! Hm. Ja, ich meine, wir, 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 wir... Ich bin ja hier auf dem... So sei es. Von hier wäre sehr traurig. Es, äh, gerade ist irgendwie Soundbuck. Manche sind super leise. Junge! Mir kam zu oben, du hast, äh, schöne Erlebnisse gehabt in dir, im Dorfe. Ich weiß nicht, wo dieser Daumen... Oh, Vater, so guckt euch das Blut auf diesem Schwerter an. Ich habe zwei Schweine erlegt. Du meinst Bestien? Gigantische... Zwei menschenfressende. Es, es waren menschenfressende Schweine. Ja, ja. Die Ritter können es bezeugen. Ich habe Menschenleben gerettet. Junge, ich bin sehr, 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 sehr stolz auf dich. Du machst mich sehr stolz, machst du mich. Danke. Du wirst ein guter Thronerbe werden. Du wirst ein wundervoller Thronerbe. Wir nennen dich von nun an. Da heißt du bekannt im ganzen Lande als Prinz Frank, der Schweineschlechter. Hört, hört meinen Namen. Gut, ein Hoch auf Prinz Frank! Frank, den Schweineschlechterer! Den Schweineschlechterer! Hört, hört! Ein Hoch! Ein Hoch. Ein Hoch! Nun gut. Untertanen. Hört zu, ich habe etwas zu verkünden. Wer den königlichen Schalter anfasst, der den Audienzteppich tangiert, der wird geköpft. Oder zumindest ausgepeitschert. Der König hat gesprochen. Warum fragst du nicht, wie mein Tag war? Kind, wie war dein Tag? Also ich wollte zum ersten Mal außerhalb der Mauern. Ich habe ganz viele Menschen kennengelernt. Ich habe ganz viel Wissen erlangt. Ich war sogar in einer Kirche. Ich habe irgendeinen Shenlong kennengelernt oder irgend so ein Glaube sogar. Und da waren Menschen, die gesagt haben, es ist alles gefährlich. Und ganz viel Abenteuer habe ich auch erlebt. Das war wunderbar. Das klingt nach einem ganz vorzüglichen Nachmittag, Kind. Warst du denn immer unter Geleit der königlichen Garde? An die Klappe! Ich habe keinen Dorfbewohner einfach so umgebracht. Er hat ein unschuldiges Schwein, welches gerade geritten wurde, umgebracht. Vor meinen Augen! Das ist ja mächtig interessant, aber der Pöbel wartet draußen am Tor. Es ist der 21. Glockenschlag. Eure Hoheit. Ich habe noch was vergessen. Verlegt. Also, meine Axt ist nicht da. Eine weitere Axt, die fehlt. Ja, meine treuere Axt. Meint ihr, dass vielleicht die Rattenfänger mitgenommen haben? Das war mein Ein und Alles. Nun hoffen wir einmal, dass sich jenes Instrument vielleicht doch in deinen Taschen anfindet. Wenn du noch mal gründlich guckst. So, nun muss ich aber. Folget mir. Sie werden doch nicht selbst die Tore öffnen. Ich will nicht auf ein Wort in den Laufen. Ja, ich glaube, ich stehe hier, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, so ein bisschen. Natürlich kann ich setzen, damit der Pöbel nicht hochkommt. Links, rechts, zweier Mann. Kombination. Aufgepasst. Wenn man hört, direkt wächst. Direkt. Als erstes. Der erste, den man hört, ist, ist einfach weg. Der Pöbel ist da. Wunderbar. Achtung. Wieder hoch, Prinzessin. Nach oben. Prinzessin. Nach oben. Hat war das Mr. Bauer. Ich habe meinen Zauberstab noch gar nicht getestet. Ich habe ein bisschen Angst. Eine werte Prinzessin. Welch Flausen treibt euch an? Er entfektiert den König. Natürlich. Da befindet sich Kot im Brunnen des Königs. Ja, der Gast. Ja. Moment. Moment. Ich, 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 ich. Ihr wisst Bescheid. Ja, jetzt sehe ich ihn auch. Jetzt sehe ich ihn auch. Ihr müsst mir nur das Zeichen geben. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Ich habe doch gerade erst mein Gesicht dafür. Ich bin erflischt. Ekelhaft. Eure Hoheit. Und ihr wollt mir was beibringen? Mein ganzer Beutel ist voller Kot. Ich meine... Nachdem ihr mir das Zeichen gegeben habt, erwarte ich eine epische Ansprache vom König. In der Zeit kümmere ich mich um alles Weitere. Sehr wohl. König, soll ich den Pöbel zusammenschreien? Da hat gerade jemand... Äh, Hauptmann, äh, sorgt für Ruhe. Das ist ja unerträglich. Meine Ohren schmerzen. Natürlich. Natürlich. Ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung. Ich hoffe, Schagges macht alles und ich tue nur so. Ich hoffe. Ich bin ja dabei. Ich möchte die Namen hören von uns. Der junge Lord, Prinz Frank, auch bekannt als der Schweineschlechterer. Diesen Titel hat er heute von seinem Vater erhalten. Und die junge Prinzessin. Ja, die junge, 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 gut aussehende und wundervolle Prinzessin. Ich muss nur Sicherheitsabstand zu allen haben. Janja, die hier heute euch empfangen. Nun hört auf die Worte des Königs. Ich brauche nur Sicherheitsabstand. Oh, schön, schön, schön. Äh, so. Ruhe dort unten, wenn der König spricht. Also, hört. Lauter. Zeit gegrüßt. Bürger von Rust-A-Lort. Die Sprache ist das Schlimmste. Also, edle Leute, gemeiner Pöbel. Das ist alles custom made, das Tor. Willkommen auf Boden, Rust-A-Lort. Das ist ein Custom-Skin, selbstgemalt von... Eine Ehre, die euch nicht alle Tage zu teilen. Kann auch aus dem Workshop sein, mal wissen, Custom-Skin. Ich habe euch heute eingeladen zum Anlass zu feiern, dass wir wieder zurück auf unsere wundervolle Insel kommen, nachdem wir so hart getroffen wurden von der Rattenplage. Die fürchterliche Rattenplage. Oh Gott, ich kann, ich kann nur alles falsch machen, gleich. Die uns alle so in den Mitleidenschaft gezogen hat. Nun. Nun. Sehr gut, sehr gut. Kot im königlichen Brunnen ist... Ich muss relativ wenig machen, eigentlich, sofern ich es richtig in Erinnerung habe. Ich habe keine Generalpumpen, nein. Raus aus meinem Brunnen, Pöbel. Wer noch einmal in den Brunnen geht, dessen Kopf landet im Brunnen. Hier war gar kein Brunnen. Wunderbar, auf das ich der Brunnen rot färbe. So. Nun, während wir weg waren, während unserer Abwesenheit, wurde vom Festland ein Trupp geschickt, um die Insel zu säubern. Ich kann hiermit offiziell verkünden, Rastalot ist rattenfrei. Hakenklapper für das Königs wahre Morte. Ein hoch auf den König. Ich liebe Ratten. Wer hat das gesagt? So stolz. Was? Da hat jemand gesagt, er liebt Ratten. Schande. Ich bitte um Ruhe zu bitten. Nun, schweige geht. Ihr solltet Schweigen und Ruhe bewahren, wenn der König spricht. Und genauso stolz, wie ihr auf mich seid, wie wundervoll ich die Lage mal wieder hier ins Lot gebracht habe, genauso stolz und dankbar bin ich euch, dass ihr absolut überhaupt nicht wütend oder garstig seid, wegen der Steuererhöhungen, die wir natürlich vollziehen müssen, um die Kosten der Reinigung. Natürlich sind wir nicht böse. Ich darf ihn nicht bewegen. Der Boot hier. Gerade eingreifen, wenn man auch Boot wird. Ruhe. Ruhe, Pöbel. Ruhe, Pöbel. Ihr werdet euch ja wohl nicht wegen Leitergebot gegen euren König stellen. Vor allem nicht, weil der König unter anderem der Einzige ist, der euch nicht nur vor Ratten plagen, sondern unter anderem auch vor Drachen beschützen kann. Nicht wahr? Drachen? Ja, man hört, es treiben sich wieder bestieren in unserem Lande rum. Ja. Oh, Drachen? Lüge. Ich weiß nicht, ob ich ihn rufen soll. Ich muss ihn nur verscheuchen. Ich muss ihn nur verscheuchen. Ich muss ihn nur verscheuchen. Ich muss ihn nicht rufen. Ich finde nicht. Rufen muss er ihn. Das war er da. Er. Oh. Spürt ihr das? Oh mein Gott. Vater. Vater, hilf mir. Vater, hilf mir. Vater, hilf mir. Hilfe. Prinzessin. Schütz den König. Hilfe. Vater. Hilfe. Nein. Nein. Oh, wie beeindruckend. Schütz den König. Schütz den König. Hilfe. Ich hab so... Ich hab so... Ach, das bin ich. Entschwinde. Nein, Drache. Entschwinde. Entschwinde. Die hieß der Vagia war zu irgendwas. Oh mein Gott. Der König hat den Drachen verschwinden lassen. Es war der König. Lang lebe der König. Nimm einmal den Steuernkönig. Der war nicht im Schloss. Ich habe nachgesehen. Der König. Ich glaube... Nun. Ich glaube, auf auf Fluss zu sein. Das vollkommen zufällige Ereignisse hat hoffentlich allen gezeigt, wie wichtig der König für euch ist, um dieses Land hier in Ordnung zu halten. Das war ein bisschen schneller, als ich dachte. Ich wollte eigentlich leise was reden. Also ich wollte mich silencen und was reden. Aber es kamen alle hoch zu mir. Frank stand neben mir und so. Deswegen wollte ich das nicht machen. Eigentlich wollte ich was machen. Ja, Vater. Nimm ihn. Unter ihn. Aber der Drache war geil, oder? Der Drache war voll gut. Der kam hier rein. Superschön. Oh, ein Drache. Die Hinrichtung verschiebt sich um wenige Minuten. Der Bade möchte ein Lied vortragen. Wer etwas dagegen sage, der wird dem Brunnen ersäuft. Ich glaube, zwei, drei Rulli auf meinem Stuhl würde reichen. Ich habe heute die Prinzessin begleitet. Auf ihrem sehr aufregenden Tag. Und natürlich auch den Prinzessin. Und dazu habe ich ein Lied gesteben. Ja, lauter! Ich glaube, ihr müsst lauter reden, ihr Tölpel. Ich werde etwas lauter reden, wenn ihr nicht so gut hört. Ich habe die Prinzessin heute begleitet. Und natürlich auch den Prinzen. Auf ihren sehr, sehr aufregenden Abenteuern. Und ich habe dazu ein Lied geschrieben. Hört zu. Hört hin. Die Prinzessin war weg. Oh je, oh schreck. Wo war sie nur geblieben? Das Dorf, wollte sie erkunden, ist zum Glück dort nicht verscholfe. Verschieden. Sie traf auf dem heiligen Klerus. Der Fender-Woche, der von der Woche bekam, auf die Nutz. Ha ha ha. Dem Weiner war sie nicht abgeneigt. Sie merkte schnell, wie er zu Kopf gesteigt. Sie tanzte frei im grünen Wald, wo die doch prächtigst auch von mir beschallt. Dann kam gerast, ne wilde Sau. Dann fragte fast die holde Frau. Doch wer war da, so mutig gar, der Prinz mit seinem Muskelarm. Ich liebe Franz. So rettete... So, was? So rettete er der Prinzessin Leben. Und danach wollten alle streben, so zu werden wie der Prinz. Von jung bis alt in unserer Provinz. Ein Mädchen namens Gretel war urplötzlich da. Ohne Warnung oder so. Und war wieder weg. Ganz ohne Schreck. Und dann war auch schon fast der Tag vorbei. Und da kam ein Drache und das war sehr schlimm. Wir leben aber alle noch, hoffe ich. Da kam ein Drache und das war sehr schlimm. Oh Gott, was machen wir jetzt? Sie ärgeln! Dieses wundervolle Engelstimmchen! Ein Hoch auf den Prinzen, Mann, Handgeklapper für den Baden! Ein Hoch auf den Prinzen, Prinzen, Jubel! Ein Hoch auf den Prinzen, Junge, liebe Franz! Danke, danke. Sehr wohl. Da wird gekotzt. Hinrichtung, hab ich gehört, Vater. Ich möchte keine Hinrichtung. Ich möchte dies nicht sehen. Vielleicht für der Königskade. Königskade gleitet die Prinzessin in ihre Räumlichkeiten. Sehr gut, das wollte ich sagen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Wenn die Prinzessin die Hinrichtung nicht sehen möchte, müsste sie in ihr gemäßter gehen. Das würde schon lange gehen. Oh, wer soll mit Hinrichtung werden? Es hat doch niemand etwas verbrochen. Irgendjemand lässt sich doch finden, der Pöbel. Ohne Hinrichtung wäre ich doch arbeitslos. Das wäre ja schade. Komm mal an mich. Das einzige Verbrechen hier wäre, wenn niemand hingerichtet wird. Ihr seid kugellos und widerlich. Schämt euch. Königskade begleitet die Prinzessin in ihre Gemächer. Zedwin, Zerwangebär. Bitte was? Nun denn, höhere Volk. Der König hat es zu verlauten. Man, bringe mir diesen Lümmel dort hier nach oben. Ja, ja. Welchen Lümmel? Diesen Lümmel dort mit dem Hut. Diesen. Richtet ihn hin. Diesen Liederling. Den hier. Geh selber. Ja. Halt. Halt. Los. Der erste offizielle Tote. Halt. Halt. Halt zum König. Ist das Maxi? Was hat dieser Mensch getan? Was geht hier wo? Ist der Schluss? Auf die Trünen, ne? Wer ist das denn überhaupt? Herrgott. Herr König. Euer Regentschaft. Ist es dieser Mann? Herr König. Wie? Was? Ah! Der Ruhr! Er kommt, also, er kommt als sein, er kann sich einen anderen Namen ausruhen und kommt als sein Bruder wieder. Oder als Verwandter. Schmeich still, sonst landet ihr alle hier oben. Er hat Kinder. Ja, sehr gut, Junge. Ein bisschen Autorität hier mal ausstrahlen. Sehr gut. So, würdest du Lümmel mal wiederholen, was du eben riefest von dort unten? Äh, ich, 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 ich schuldigte euch, mein König. Er ist nichts anderes. Er lüge! Lauter! Ja, ich, ja. Er soll lauter betteln. Ich sag, ich schuldigte dem König nichts anderes. Lüge! Für mich klang das sehr anders. Aber wie dem auch sei, es wird hier nun ein Exempel statuiert. Damit der gemeine Pöbel, äh, nun, äh, also, springet doch einmal hier auf diesen wunderschönen königlichen Poller. Eine großartige Idee, mein König. Voller und Voller. Auf den Poller mit dir, hat der König gesagt. Auf den Poller mit dir! Ich versuch's ja. Nochmal! Ich wünschte, mein Ehegatte wäre da und könnte das sehen. Eventuell ist die Kerze weg. Ah! Dieser Trotte ist hinuntergeklippen, König. Er ist gefallen. Er ist ja zu fliegen. Es geht gleich los, Palutomeos, keine Sorge. Ach, wie wundervoll. Ich hab' gewöhnt. Richtig, die Musik. Nun, passet gut auf und seht, was passiert, wenn der Friedenhaft über den König redet. Letzte Worte, mein Freund. Möge die heilige Raute mit ihm sein. Geh' gegen die Königssteuern. Der König ist gierig. Der König, erlaubt der heiligen Raute zu sprechen. Walutomeos, warte dein gesamtes... Warte kurz, halte ein, Walutomeos. Oh, ich hab' mich schon verbereit. Er zittert. Was, äh, Rautenmensch? Was habt ihr zu sagen? Ehren... Ehrenwerter König. Bei der Rattenplage sind, sind viele Lebewesen zu Schaden gekommen. Ich bitte zu bedenken, dass ihr mit der Hinrichtung dieses Herrn ein weiteres Lebewesen opfert, welches euch dient. Euer eigenes Volk. Euer eigener Einfluss wird, wird mit dieser Hinrichtung geschmälert. Wenn, wenn dieser Mensch einen Fehler begangen hat, so erlaubt der heiligen Raute, diesen Menschen mitzunehmen in das Haus der heiligen Raute, um diesen davon... Um diesen zu bekehren, um diesen... Euer... Euer Wort einzuflößen, sodass dieser euch wieder treu und ergeben dienen kann. König, ich glaube, dieser Herr mag diesen... Verbrecher läutern. Läutern durch eine Methode, die vielleicht der Hinrichtung nicht diene. So lasst mich sprechen. Ich, König Chagos von Rastalot, bin ein gnädiger König. Und darum entscheide ich, dass mein Sohn entscheiden darf. Sohn, entscheidest du mich? Der Prinz, der Schweine schlägt da. Als zukünftiger Herrscher von Rastalot. Gnade! Der Prinz, die Sau! Schweigt still! Ja. Denk an Mutter. Was hätte Mutter getan? Mutter. Reingetrunken. Ja. Gesamten! Bist er für die Gesamten! Wo ist die Hängung? Wir brauchen eine Hinrichtung! Ja, es war ja... Schweigt still! Ich habe entschieden! Die Einige Raute bittet um Gnade. Gnade! Die Gnade soll... Schweigt! Habe ich gesagt! Oder wollt ihr hier oben stehen? Die Gnade wird... Gewährt! Ah, buh... Die Gnade wird gewährt! Allerdings! Allerdings verlange ich... Nach etwas, was ebenso viel Spaß macht wie eine Hinrichtung. Mich dürstet es! Eine andere Hinrichtung! Nach Spaß! Wir waren vorhin... Wir waren vorhin auf dem Dorfplatz an einem Pranger. Und dort war es eine gar große Freude, dem Schreinermeister Gegenstände an den Kopf zu werfen. Dies könnten wir doch als Aktivität heute noch unternehmen. Denn der Prinz hat Ruhe da unten im Volke! Denn der Prinz, höret, höret, denn der Prinz hat einen Schändlichen unter euch, einen Schändlichen unter euch herausgefunden, der ein Verbrechen begangen hat. Was so schändlich ist, dass er dafür an den Pranger am Dorfplatz gesühnt werden muss. Und dieserjenige befindet sich in euren Reihen. Guckt nach links, guckt nach rechts. Wer könnte es wohl sein? Nun denn, ich, der Lordkommandant, wird diesen ergreifen für den Prinzen. und wird ihn natürlich seiner gerechten Strafe an den Dorfpranger mit der Leibgarde gar hinführen. Schankmeid, ihr seid es nicht. Was ist die Schankmeid? Was hat die Schankmeid verbracht? Wir brauchen die Schankmeid. Schankmeid ist es nicht, habe ich gesagt. Aber hier, dieser Kapitänin, ist es auch nicht. Nein, der Scherges, der Marktschreier, ergreift ihn. Ergreift ihn. Dieser Wicht. Nein, nicht der Rothschopf. An den Pranger. Das ist ein Prinzessin. Schweiget. Und hören die Worte des Prinzen und der Anklage, die vollführt wird. Marktschreier, sie wurden dabei ertappt, auf dem königlichen Außentoiletten geschissen und spioniert zu haben und sich an den Wachen vorbeigeschlichten zu haben. Dies ist einer Frau. Und wird mit dem Pranger gestraft. Nun, König, darf der Marktschreier sowohl jetzt seiner gerechten Strafe zugeführt werden und der Pöbel darf ihn mit Kohlköpfen, Stein und anderen Kruppzeug bewerfen. Ich spreche nicht, bitte sehr gnädig. Ich weiß nicht, wovon die Rede ist. Marktschreier hat meinen Tag verbessert. Prinzessin, und der könnte noch besser werden. Eure Schönheit, ich brauche von eurer Schönheit. Einfach, wirklich, sich ins ganze Dorf zieht und nicht einfach, doch einfach nur um Gnade, bitte. Herr König, ich brauche Ihren Befehl. Er hat meinen Tag verbessert. Wäre er nicht gewesen, wäre mein Tag nicht so sonnig erschienen. Ihr funkelt wirklich so stark wie der Rubin. Herr König, darf ich den Schergen jetzt zum Dorfplatz führen? Was? Was tut der? Oh mein Gott! Schrage, es fließt halt. Woher geschieht denn denn? Ein gargastiger Fliegel! Ich kann Ihnen das erklären. Sie war auf der Suche nach Ihren Eltern und ich dachte, sie... Es war ganz Ihre Arbeit. Sie haben das vorzüglich gemacht. Das Urteil wurde so eben gesprochen. Es geht zum Pranger. Gardisten umspannt den Marktsch. Fesselt den Marktschreier. Und nun werdet das... Nicht wahr? Es reicht. Das Dorfvolk soll sich auflösen und zum Dorfplatz gehen und sich versammeln. Der Marktschreier wird zugleich als bald kommen. Nun husch husch von dannen. Der Wahlschreier hat mir einst eine Kutsche ausgeliehen, um meine Familie zu besuchen. Und da war eine Lache, die schon... Das Vorhaben ist das Marktschreier. Das bedeutende. Einfach Erfolg, so teilweise gut. Nehmt mich doch nicht so fest. Gar keine Chance zu entkommen. Ihr müsst mir eine Chance geben. Schau mal, die Prinzessin läuft mit dem Pöbel. Schau mal, die Prinzessin läuft mit dem Pöbel. Schande. Die Waren noch geschissen. Schande. So Kondos. Schande. Schande. Gnade. Schande. Schande sind nur die, die nach Schande rufen. Schande. Ich meine Gnade. Ich meine Gnade. Ich weiß, was in so wie es aussieht. Gnade. Ich habe nichts gesagt. Gnade. 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 Schande. Schande. Gnade. Gnade. Mayold, was passiert jetzt mit ihm? Gnade. Er kommt in den Pranger. Gnade. Aber, aber wird er eben? Ja. Gnade. Wo hingehört. Diese Musikale auch. Wir müssen die Haus besser abschließen. Schande. Schande. Hast du dich auch schön umgesehen? Ich bin an deiner Seite. Aber Prinzessin hat Kretan für. Ich war von der Magie entzückt. Schande. Schande. Liebesgevollen. Schande. Schande. Anwesenheit. Schande. Aus Nord. Ostradamus, mein Name. Weit entfernte Welten haben mich zu euch gebracht. Meines Zeichens auch Händler für Pöbelwahn. Händler für Pöbelwahn. Wer benötigt noch Pöbelwahn? Für nur einen Gold gibt es einen Haufen Dung. Natürlich. An den Pranger. Ich nehme. Moment. So gut. Kommen Sie. Kommen Sie her für die Transaktion. Ich kann einen Pfund Kiesel. Ich bin nicht auf dem Weg zu einer Himmelrichtung. Jawohl. Aber hilf nicht. Du bist eine Kacke. Geht Hand in Hand. Nein. Ich bin nicht auf dem Pranger. gestellt. Ein Schweinebauer ohne Schweine. Bitte. Seid doch vernünftig. Ich... Ist das immer so? Ich... Zum... Ich wollte euch noch nur Gutes. Bitte. Ich bin ganz schön rum. Habt ihr auch alle was zu werfen? Holt euch auf jeden Fall was zu werfen. Ich bin ganz schön rum. Pauliges Obst gibt es hier. Pauliges Obst gibt es hier. Pauliges Obst. Ich glaube mir wird schlecht. Ich will mir kurz was zu essen. Es wird hier nichts geworfen solange er nicht geständig war oder nicht geständig. Wer hat den ersten? Was tut ihr denn da? Was tut ihr denn da? Habt ihr kein Mitleid mit mir? Ich war ein frommer Bote dieses Dorf. Sie wurden mit Kacke geworfen. Kann man Wechs mal in den Knast stecken? Ihr wird noch nicht geworfen. Dem was zwischen die Augen. Wo ist das Obst? Ich brauche auch Obst. Es ist aber auch schwer. Der Hölle soll sich beruhigen. Halte denne. Scheint ihr alles unter Kontrolle zu haben. Ja natürlich. So. Mal. Hört mal auf Sachen zu werfen. Der hat mich abgeworfen. Passt ihr auf mein Pferd auf Davidoff? Nichts. Holiger Kohl. Von der anderen Seite. Ich glaube ich wurde im Auge. Ich glaube. Der hat auswegebaugen. Obst? Der hat auswegebaugen. Was ist denn nun falsch mit euch? Reicht nicht ob das die Frau Melonia war. Der König ist da. Das kann ich nicht glauben. Nun der Marktschreier ist nicht blind. Der hat nur ein bisschen irgendwas ins Auge bekommen. Nun haltet doch mal inne. Wir sollten hier von Pranger weg. Mann da leuchte den Platz mit einer Fackel. Das kam das Obst für mich. Der König möchte eine Fackel erleuchtet haben. Erleuchtet dem König mit einer Fackel. Nun denn. Sehr gut. Schändlicher Marktschreier. Gestehst du auf, des Schlosses Grundstück eingedrungen zu sein? Ja oder nein? Nein. Ich gestehe höchstens ein Opfer meiner eigenen Neugierge gewesen zu sein. Ich wollte einfach nur sehen, wie es sich als aufgehört hat. Bitte werf doch nicht. Ich bin doch noch nicht fertig. Lass mich doch wenigstens mit meinen Worten werfen, bevor ihr das mit dem Obst tut. Was ist denn nun falsch mit euch? Ich wollte nur sagen, dass ich von Interesse geplagt war. Ich wollte nur wissen, wie der Adelshof lebt. Wie die Königsfamilien Saus und Braus in ihrem eigenen Leben in ihren eigenen vier Wänden vor sich hin vegetiert. Ich meine der einzige, der was zu unternehmen scheint, ist ja nur der König. Die Prinzessinnen und die Prinzen, die scheinen ja einfach nur von ihrem Titel bereichert worden. Was ist das denn bitte hört auf? Ich kann nicht mehr. Ja. Gnade dem Dorfschreier. Vollzogen. Hört auf mit Nachen zu werfen. Ansonsten gehe ich hier mit dem Schwert durch. Ich mache bereuen, dass es kommt, davor zu weinen. Wer hat den Obst? Wer hat den Obst? Wer hat den Obst? So. Nun den König. Es gibt noch etwas. Der König. Er hat. Jawohl. Ich habe etwas zu sagen. Ich bin ein gnädiger König. Ich verlange, dass der Mann sofort aus dieser Gerätschaft befreit wird. Natürlich nicht. Und dafür... Wer war das? Er hat doch gar nicht geworfen. Mein hoher, den König und seine weißen Entscheidungen. Befreie da aber. Ich bewundere euch. So, ich befreie dich. Befreien Sie ihn. Ich werde dir das alles befreien, dass du einfach genauso groß bist. Welcher Gerätschaft drehen wir? Nein, Marktfreier, kommen Sie mit. Der konnte gerade fliegen. Er hat sich in die Hose geschlossen. Er hat sich in die Hose geschlossen. Er hat sich in die Hose geschlossen. Er hat sich in die Hose gemacht. Der König hat sich gnädig hier hinten verworfen. Lopelius! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wir haben endlich mal eine richtige Entscheidung! Bleiben Sie Stehmarktfreier! Bleiben Sie einfach stehen! Oh nein! Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Was ist denn? Ihr... So helfen! Doch, so helfe! Was? Was? Wir könnten noch etwas Feuer darunter setzen! Nein! Lass es denn! Lass es denn! Was ist denn? Aua, aua! Was ist denn der sich Brotenschuppelt in der Liedsäte? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich glaub ich ja schon... Was ist denn? Was ist denn? Oh bitte hört! Oh bitte hört nochmal auf! Hilfe! Hilfe! Aua, aua, aua! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich spüre... Ich spüre... ...dass das Dorf noch nicht in... Aus der Gefahr heraus ist! Ich spüre, dass das Dorf noch nicht in... Das Feuer... Ich spüre, dass das Feuer zurückkommen wird! Das... Ich spüre... Ich weiß nicht, dass die Krone oder die Raute oder die Magie uns retten wird! Aber... Oh! Die Geister! Die Geister! Halt! 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 Stopp! Oh sie sind! Sie kommen! 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 Sie können! Sie kommen! Die Prinzessin springen gleich! Ich kann nicht mehr! Die Prinzessin springen! Die Prinzessin springen! Und die Prinzessin ist am Tor! Mann! Wir brauchen mehr Gemüse! Oh mein Gott! Die Prinzessin! Die Prinzessin! König! Die Prinzessin will springen! Nein! Nein! holt und legt es hier unten hin das heu liegt schon kein problem sie da kommen sie darunter was tut ihr da im dorfschreier geht es fantastisch wir können das wort der wahrsagerin ist frei erfunden kontrolliert sofort den pöbel gardisten zum prinzen das war nicht die pferde das war der markt schreier ich habe scheiße gehört wir brauchen ein heiler ich glaube ich sehe mutter bald wieder die hexe an den prinzen doch sie darf ich bin keine hexe guckt euch diese wunden an ist es noch ist es schlimm kann man mich retten hier trinkt dies hier mit dir bleiben sie stehen ich habe sie ganz genau gesehen das war ein anschlag aus dem könig oder sogar schlimmeres an den galgen gehangen nun geht eurem tatwerk nach und steht hier nicht auf dem dorfplatz rum 2 minuten ab jetzt ich bin verflucht ich kann ich bin verflucht ja wie war das nochmal mit den briefen nicht doch ins schloss wir gehen zurück ins schloss wir gehen zurück ins schloss wir gehen zurück ins schloss ich bin ich glaube ich fall vom pferd ich habe einen jungen jungen wo ist denn die heilerin die heilerin ich weiß es nicht ihr der magier der in dieser wunderschönen turm lebt ja der turm gehört mir zu einer anderen zeit vielleicht gerne besuchen kommen ist es möglich ihr könnt gerne jederzeit vorbeikommen oder herr müller sie hatten doch kommen sie mal mit aber jetzt wird mich kurz verdrücken sonst gibt es ärger mit der gade ihr habt euch wohl die zofe der prinzessin sie haben etwas dumm in der tasche damit geht es ihnen besser ab zur burg deine prinzessin ist leuchtet wie konntest du nur aber lebt sie was kann ich für dich tun ich bin toll dass sie hier sind vielen dank freut mich auch eure bekanntschaft zu machen ich bin der müller und ich kann das ja kurz erzählen vor der plage hatte ich ein haustier das problem ist das haustier war eine ratte und die ratte war voll süß die hatte so einen weißen punkt zwischen den ohren total toll und die rat hat mir auch geholfen aber wir haben die ratte gefunden aber sie ist tot und zwar war der fleck dann braun weil sie haben aufgespießt über ein feuer das problem ist ich brauchte die ratte die hat mir geholfen bei dem weizen ich bin ja auch ein bäcker nebenbei so ein hobby bäcker ja und und die ratte wusste immer was das beste weizen ist für das perfekte brot dann habe ich habe das perfekte brot gebacken aber ohne die ratte geht das nicht und ich suche aktuell wege wie ich vielleicht wieder an diese ratte irgendwie rankommen kommt man die vielleicht wieder irgendwie mit einem zauber zurückholen dunkle magie da bin ich nicht der richtige ansprechpartner für aber du könntest es bei der hexe versuchen wo wissen sie zufällig wo die lebt die hält sich gerne im sumpf auf das ist direkt neben der stadt ist es gefährlich dort schaffe ich das ich bin mir ziemlich sicher dass ihr das überleben werdet dann vielen dank und die anderen ich habe das auch anderen erzählt und die waren nicht so begeistert vor allem die kirche nicht als ich davon geredet habe über sachen wiederbeleben dann vielen dank ich versuche mal bei der hexe über magier ihr habt euch wohl und viel glück dankeschön dankeschön alle also viel geworfen eventuell ja ja mein meister muss jede chance hier nutzen leider wurde niemand hingerichtet hinterher zu wem der mit der ratte da wird nichts passieren nein nein der wird im sumpf vielleicht sterben ich muss mir etwas zu essen besorgen das wird schwer es ist schon dunkel ich versuche lebendig zu bleiben reicht für den tag ja du hast wahrscheinlich schon wieder alles gegessen ein steak ein musiker macht ein gold ich fürchte das hier wird noch sehr viel schlimmer endlich kriegt das so wie das ist ja die barsägerin hat dinge prophezeit die mir nicht gefallen und da ist jetzt die beiden schweine hallo also gibt es noch einen besseren platz ja hier aber ich bin da als wenn du in der als wenn du so in der ecke sitzt weißt du ich glaube der hier ich höre nur zu die herren was kann ich ihnen bringen vielen dank nein gar nichts nichts zu essen nein wer da mag ja darf ich mich zu euch gesellen draußen war es etwas unpassend jetzt haben wir vielleicht etwas mehr ruhe um zu reden ein paar minuten kann ich sicher ein paar minuten kann ich sicher entbehren das kann ich für dich tun warum ok ein bier ein wein sind dann zwei gasthaler bitte ich glaube ihr solltet etwas lauter reden verzeiht hört ihr mich so besser ja wo es doch nur sieben magier auf dieser erde gibt ich sollte das rüber bringen wundere ich mich tatsächlich euch hier auf dieser feinen aber doch eher entlegenen insel zu treffen ein sehr ungewöhnlicher zufall wie kommt ihr auf sieben magier es ist doch der rat der sechs sind es tatsächlich nur sechs mal noch ungewöhnlicher das ist richtig ist auf dieser insel etwas so wichtig ist dass eure anwesenheit erfordert wird gegebenenfalls ja aber das spielt keine rolle ich will gar nicht unhöflich sein verzeiht mir bitte ich muss mich erst mal vorstellen mein name ist janselot gegensporn ich bin reichsbadezu Trigadon einem land das ihr vielleicht kennt aus den innenlanden und ich bin außerhalb der badensaison immer unterwegs um neue geschichten für meine weisen und glieder zu sammeln und jemand so wichtigen ehrenhaften mann so zu treffen ist für mich ein absoluter glücksfall das verzeiht mir wenn ich euch einfach so belästige aber wenn ihr dort seid dann müssen wichtige dinge hier vor sich gehen und die eignen sich natürlich unbedingt für ein lied oder für ein gedicht naja ich bin ich bin die rechte hand des königs der berater des königs das sind doch wichtige dinge auf dieser insel oder nicht auf dieser insel unbedingt das will ich überhaupt nicht unterstellen da ist der könig und die magier auf der ganzen welt ja wundert ist mich einfach ein wenig aber irgendwo müssen die magier ja auch unterkommen und der könig und ich wir sind ein ein unschlagbares team das habt ihr eindrücklich bewiesen als ihr den drachen verjagt habt wart ihr das nein der könig hat die kontrolle über den drachen er hat es ja eindeutig und offensichtlich bewiesen mich würde tatsächlich als bade interessieren wie man die kontrolle über einen drachen bekommen kann funktioniert das über magie könnt ihr das erklären ich muss leider weiter ziehen aber vielleicht haben wir nochmal die zeit zu reden aber das erst mal nichts für eure ohren großer magier schweinebauer kann ich darf ich sie ansprechen ihr könnt euch gerne ansprechen ja habt ihr liegt es in eurer macht schweine herbeizuzaubern ich hab mal noch nie so entspannt ich bin ein bisschen aufgeregt es gerade zu treffen sogar nanu 我要 Das ist so schwul. Stopp! edler herr hört auf mich ich höre sie schlecht guten abend hören sie mir jetzt machen ihre wertbarer wendt wir suchen die prinzessin haben sie die prinzessin gesehen das schöne ich kann das noch mal kurz hier ansprechen warum hier oben und ich mache mich kurz unsichtbar einfach nur dafür hier oben ist das der rog banner ohne schriftzug es liegt daran dass an dem server an der map und an allem was ihr seht haben wirklich unglaublich viele leute sehr sehr lange daran gearbeitet also da das ist gestecken unglaublich viele stunden drin wahrscheinlich mehr als dass wir das richtig würdigen können mit unserem nicht von allen natürlich nicht von allen sind klasse rp dabei mit unserem schlechten rp und also rog ist ein bisschen der sponsor dass die leute die hier an dem server gearbeitet haben wohl ein klein bisschen entlohnt werden können für ihre arbeit weil behind the siemens haben mir sehr viele leute sachen geändert skripte geschrieben die map gebaut und sonstiges und deswegen ist auf diesem turm dieser dieser rog banner also es ist dafür um die leute ein bisschen zu entlohnen die hier wirklich eine menge arbeit reingesteckt haben und ja deswegen ist das da also ist natürlich was gutes ich muss mal ganz kurz wie ist der stinker warum geht meine alarmanlage irgendwann wieder aus das ist eigentlich nicht gewollt die dürfte eigentlich kein timer haben eigentlich müsste die immer an sein weil hier oben hat keiner was zu suchen also auch rp-mäßig hat hier oben keiner was zu suchen das hier mal wer versucht um den turm zu schleichen das ist vollkommen in ordnung aber per se ist das rp mäßig wäre es quatsch dass hier einer ist also niemand würde hier hingehen weil die meisten leute daran ja auch nicht glauben also türme fliegen ja und alles mögliche aber das sieht schon sehr sehr schön aus also auch wie das hier aufgebaut wurde und alles ist sieht sehr geil aus oder bei nacht das ist nacht ich zeige euch mal kurz wo gippi wohnt da das super warte ja ich kümmere mich drum einen kleinen moment jetzt muss ich wieder runter aber es ist ja eh aus nicht viel der ratten typ will seine ratte wiederbelebt haben der schweine typ will mehr schweine haben also pöbel angelegenheit was kann ich nun für sie tun mein meister es ist schon spät ich wüsste nicht wer irgendwelche wichtigen informationen die uns gerade weiter bringen das einzige was wir ein bisschen rausfinden müssen ist was hat es mit der kirche auf sich das ist ja aber auch gemütlich gewacht galle nicht schlecht ja ich mag es der hier so viel reichtum hatte ich noch nie mein meister nebend ruhig platz vielen dank ich saß heute schon sehr viel sie haben den drachen ganz schön dolle verjagt eben das war ich gut das war ja natürlich nicht ich das war der könig ja aber mein meister wann lerne ich endlich die fähigkeiten die sie können alles mit der zeit die insel hier ist der perfekte ort um als magierlehrling anzufangen wenn wir rausgefunden haben was es mit der hexe und der heilerin auf sich hat können wir langsam anfangen dir die magie beizubringen danke meister dankeschön ja gar kein problem soll ich nochmal versuchen bei der heilerin irgendwie wir machen das wir machen was anderes du gehst zur wahrsagerin und lässt dir mal deine zukunft voraussagen und dann lassen wir das von dem 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 schreiberling dem postmann dem der die briefe versucht zu schreiben ja anscheinend kann er nicht schreiben lassen wir uns mal das ganze niederschreiben und dann können wir beweisen dass die wahrsagerin lügt sehr gut du holst dir von der wahrsagerin deine zukunft gehst zum schreiberling schreibst das nieder und dann kann er später beweisen dass die wahrsagerin gelogen hat das werde ich machen meister soll ich den schreiberling vielleicht mitnehmen und er soll lauschen du kannst den schreiberling direkt mitnehmen ja ich komme da nicht raus ne ich schaffe es nicht diese leider hoch zu klettern und der schreiberling sagt eben er war hier und hatte sie besucht der schreiberling ja kann er gerne versuchen du weißt ja was passiert sie sollten ja sie sollten vielleicht mal mit ihrem feuerzauber ein paar leute abschrecken damit die auch wissen was sie alles können aber wenn die leute versuchen in den turm zu kommen dann lernen sie ja selber kennen was hier passiert das stimmt wissen sie wo ich den schreiberling finden kann schreiberling müsste mitten in ich glaube hier hier wenn du geradeaus durch die stadt gehst ich werde ihn suchen und werde den auftrag erfüllen weil der meist nicht weiß tu das bis gleich bis dann fassen sie sich auf sich wohlgehaben es hat nicht geklappt nicht doch doch jetzt müsste alles geklappt haben alles geklappt das echo ist absicht weil ich als geist weil ich geister wandeln war weil ich geflogen bin sozusagen das soll euch symbolisieren dass ich gerade sozusagen durch ja wie stark leuchtest du bei nacht rieb ja 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 das ist die Ich glaube, der Hauptmann ist weg. Ja, ich hoffe, ich wurde nicht enthüllt oder so. Wieder betrunken? Haben Sie die Prinzessin gesehen? Nee. Aber die Garde sucht nach der Prinzessin, haben Sie das mitbekommen? Hm. Die sitzt doch wahrscheinlich eh wieder in ihrer Burg. Ja, ich habe gefragt, sitzt die nicht wohlbehalten in der Burg? Doch, 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 ja, ja, wohlbehalten in der Burg. Also, aber wenn Sie mich fragen, also, ich verheimnis mir was. Was wäre denn das Problem, wenn die Prinzessin verschwunden wäre? Hm. Ganz ehrlich, oder nicht ganz so ehrlich? Ehrlich? Die Alarmanlage im Turm ist das Problem, dass sie direkt unten angeht. Wenn Gipi also nach Hause kommen, geht die Alarmanlage an. Ohne eine Stimme der Vernunft, denken Sie, sie kann... Die Prinzessin ist die Stimme der Vernunft. Ja, also versucht, ihrer Mutter nachzueifern. Und ihre Mutter war eine ehrwürdige Frau. Woher wisst ihr das? Das weiß ich jeder hier. Ihre Mutter war... Die Königin war eine wundervolle Herrscherin, eine gnädige Herrscherin, eine... Sehr... Ehrwürdige Frau. Wenn ihr mit mir redet, müsst ihr nicht lügen. Aber, wenn ihr der Meinung seid, dass das stimmt, dann könnt ihr das gerne nach außen tragen. Es ist ja wichtig, dass er das Volk weiß, wie liebevoll und fürsorgend unsere Königin war. Hm. Und was denkst du? Wo ist die Prinzessin? Alles klar, deswegen habe ich dich gefragt. Ich dachte, du weißt doch mehr drüber. Also, hätte ich jetzt erwartet. Die Prinzessin interessiert mich relativ wenig. Hm. Ja, der Prinz. Der Prinz? Nein. Irgendeiner von den beiden wird halt irgendwann den Thron erben. Aber bis dahin ist ja noch Zeit. Ja, das ist die Zukunft unseres Königreichs. Ja, natürlich. Die Zukunft unseres Königsreichs. Du bist auf dem Meer unterwegs und schipperst von Land zu Land. Ja, irgendjemand muss mir ja meine Legitimation zum Intern und Kapern und Plödern von Schiffen unterschreiben, ne? Sonst wäre ich ja Pirat. Das wäre ja... Also, als ehrwürdiger Freibeuter... Die das ja nicht... Also, ich muss da ja schon in der Gunst des Hauses stehen. Der König wird noch lange leben. Ich glaube, einen Wechsel bekommst du gar nicht mehr mit. Aha. Du bist älter als der König, oder? Nee. Ich bin, äh... Jung und tarfrisch. Aber ich hab trotzdem schon alles erlebt. Hm. Wenn du das sagst, wenn du das sagst. Ich würde sagen, ihr weilt schon seit über 40 Jahren auf diesem Planet. Ah, Quatsch. Ich bin mir weilt vielleicht schon über 400 Jahre hier, aber ich habe doch mal keine 40. Wenn du das sagst. Hast du deinen Schatz schon gefunden? Aha. Nee. Nicht mal meinen Kartenteil. Der ist irgendwo in meinem Schiff, glaube ich. Also, vielleicht. Oh, der Kartenteil ist auf deinem Schiff? Ja, eventuell. Also, einer von vieren. Hm. Ja, okay. Wer weiß davon? Ich habe mich mit Kronen verlegt. Ja, nicht so viele. Aber vielleicht ist es auch nicht auf meinem Schiff. Das werden wir rausfinden. Nee, ich glaube nicht, dass du auf mein Schiff gehen solltest. Warum? Was möchtest du machen? Hä, was? Was willst du denn auf meinem Schiff? Die Schatzkarte suchen. Ja, aber das ist ja meine Schatzkarte. Ja, wenn sie denn noch da ist. Ja, bestimmt. Eine Schatzkarte? Ich habe das auch gerade gehört. Holler vom Walze. Was meint ihr mit einer Schatzkarte? Ach, Kader Gast, wir haben zuerst auch genug Geld. Es klingt wie in einer Kathedrale. Es klingt wie in einem Gewölbe und wir stehen mittendrin. Dieser Hall, er erfreut meine Gefühle. Sagt mir, Hauptmann, könnt ihr es spüren? Ja, ich spüre es in meinen Knochen. Das ist eine unfassbare Akustik. Ich liebe es. Mein Herz ist gerührt. Wo darf ich das beantragen? Sagt es mir. Meister, kommen Sie mit schnell. Mein Name ist Jan. Komm, ja, ja. Was hast du herausgefunden? Ich habe sehr, sehr wichtige Informationen. Oh. Ich bin im Zug, ganz schnell. Ach, Meister, Sie sind so schnell. Wo warst du denn? Ach, Herr Meister. Also, hören Sie zu. Ich habe alle Informationen, die wir brauchen. Und zwar wollte ich gerade zur Wahrsagerin gehen und mit ihr sprechen. Und dann habe ich das Gespräch von der Wahrsagerin und der Heilerin gehört. Und die Heilerin hat erzählt, dass sie wirklich magische Kräfte hat, mein Meister. Ja, das weiß ich, aber es gibt sie nicht zu. Und zwar, doch, ich habe es gehört, ich kann es beweisen. Und zwar, sie und ihre Schwester, die Sumpfhexe, wie sie auch genannt wird, beherrschen beide Magie. Die eine der weißen Seite und die andere der bösen Seite. Und, nun, was soll ich sagen, die trauen ihnen nicht. Aber ich konnte raushören, dass die beiden sich verbünden wollen, um den Drachen zu besiegen. Zumindest möchte die Hexe, also die Heilerin möchte das. Aber die weiß doch nicht, wie sie mit ihrer Schwester reden soll. Nun, erzähl mir was zur Wahrsagerin. Ich habe jetzt nicht mit der Wahrsagerin gesprochen, weil ich das Gespräch belauscht habe. Das wäre extrem wichtig. Das stimmt, das ist nicht unwichtig. Ah, ich könnte noch, also die Wahrsagerin hat auch noch gesagt, dass sie ihr auf die Schliche kommt, dass sie keine Magie beherrscht. Also bestätigt das die Annahme, dass sie keine Magie beherrscht. Weil wir müssen das natürlich noch beweisen mit dem Test, mit dem Schreiberling. Ja. Nichtsdestotrotz beherbergt sie keine Magie. Aber die Hexe, die gute Hexe, also die Hexe und die Heilerin, wir herbergen beide Mächte. Die sind beide der Magie bekannt. Noch sind sie beide nicht stark genug, um den Drachen zu kontrollieren. Und dass die Wahrsagerin sowieso keine Kräfte hat, das ist allen bekannt. Also zumindest uns dreien. Ähm, hm. Wir müssen erstmal die Wahrsagerin bloßstellen. Damit die Leute aufhören, den Quatsch zu glauben. Und dann müssen wir rausfinden, was die beiden Hexen vorhaben. Also die sprechen nicht mehr miteinander. Ja. Die sind zusammen aufgewachsen, dann ist irgendwas mit den Eltern passiert. Und seitdem reden die nicht mehr miteinander. Ja, aber wenn die beiden den Drachen kontrollieren wollen... Genau, wenn die beiden den Drachen kontrollieren wollen, müssten sie ja wieder zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob die Sumpfschwester auch den Drachen kontrollieren möchte. Und ich habe gehört, dass die Sumpfschwester sich ihrer Mächte noch nicht im Klaren ist. Also die kann die noch nicht beherrschen. Hm, oh, das ist wichtig, ja. Aber woher weißt du das? Das hat sie auch gesagt. Das ist gut. Ja, das heißt, wir haben noch Zeit. Das heißt, erst die Wahrsagerin bloßstellen. Hast du den Schreiberling gefunden? Nein, der ist wie verschwunden. Wie von der Menschenhandlung. Ja, der gibt ja eine Schweine. Das ist fantastisch, oder? Bildoberfläche. Weißt du, ob der schon schläft? Oder ob der einfach nur irgendwo ist? Nee. Der ist sonst wo. Ich finde ihn aber nicht. Auf dem Weg, ihn zu suchen, habe ich tatsächlich dann das Gespräch belauschen können. Ich kam perfekt. Im richtigen Zeitpunkt. Dann such du noch mal den Schreiberling. Und ich belausche selber mal die Magie, die Hexer. Die Hexen. Die Heilerin soll wohl jetzt gerade im Dorf sein. Sie sagte zu der Wahrsagerin, wir gehen mal ins Dorf und gucken uns da um. Dann machen wir das doch auch. Okay, ich suche den Schreiberling und wir sehen uns dann nachher hier wieder, okay? Bis später. Also. Die erstmal, ich würde wirklich gerne die, äh, hast du deinen Umhang schon mal genauer angesehen? Ja, ich meine es mit den leuchtenden Runen, wenn ich F3 drücke. Ja. Und auch mit den Zeichen drauf. Ja. Wenn du das meinst. Äh, achso, genau, was ich euch noch sagen wollte. Warte, dann gehe ich erstmal kurz in die Ecke, wo mich gerade keiner sieht. Äh, ihr habt ja mittlerweile mitbekommen, jetzt gerade ist nachts, ähm, unsere, die Tageszeit auf dem Server ist vordefiniert. Ähm, um 18 Uhr ist tags, morgens eigentlich, dann geht das so bis, bis 21 Uhr, dann wird's langsam dunkel, 22 Uhr ist Nacht und das geht so bis 23 Uhr. Also, das ist, und 23 Uhr ist dann Schlafenzeit und 18 Uhr ist wieder Aufstehen. Das heißt, das ist ein Tageszyklus in den 5 Stunden. Jetzt gerade ist es sozusagen spät abends. Wo ist denn jetzt der Herr Ritzelwicht? Warte, ich guck nochmal. Herr Ritzelwicht! Ich habe gesagt, ich brauche ein Stift. Kein Bier. Ein Bier. Er hat keinen Schirm und Durst. Ja. Wer für eine Stimme? Ähm, äh, nun, ich, äh, habe heute Morgen, äh, mein Gehalt bekommen, weil ich, äh, geschlafen habe, äh, als alle vom Schiff gegangen sind, äh, können wir auf die Kasse anschreiben lassen? Aber natürlich, aber natürlich. Ich schreibe es auf den Deckel. Oder sonst auch gern ein Wein. Ah, euch hier zu sehen. Ich gebe Ihnen etwas von unserem griechischen Wein. Eine Empfehlung des Mannes. Dankeschön. Und? Was haben sie sich heute, was habt ihr euch heute ausgedacht? Ausgedacht? Würdet ihr mir zutrauen, dass ich mir etwas ausdenke? Wissen tut ihr nichts. Ich weiß, was die Geister mir sagen, aber ich werde das natürlich nicht zugeben, denn das einfache Volk, nun, das sich dort gerade um Bier streitet, wird das so oder so nicht glauben. Von dir geht genauso viel magische Kraft aus, wie von dem besoffenen Schreiberling dahinten. Wo ist denn die Heilerin? Also, das, äh, das, äh, ist halt so. Äh, je, äh, dünner diese Person ist, desto leichter geht die Axt durchs Fleisch. Oh, die Heilerin hat sich zu Bette begeben. Aber, was geht euch das an? Nun, sagen wir jemand, der gerne, was ein Schwein ist. Ich weiß, dass sie endlich zugegeben hat, über magische Kräfte zu verfügen. Wir reden nicht von Töten, wir reden von Köpfen. Und, das möget ihr wissen, woher? Spielt das eine Rolle? Es wurde mir auch erzählt, dass du Angst hast, dass ich dir auf die Schliche gekommen bin. Exakte Stelle zwischen den Wirbeln zu erwischen. Hast du Angst? Auch die Schliche. Nein. Ich habe keine Angst, aber ich weiß ganz genau, wie ihr seid. Wie bin ich denn? Verschlagen. Wie möchtest du das Volk dieser Insel überzeugen von deinen Lügengeschichten, die du dir ausdenkst? Welchen Vorteil ziehst du daraus? Ich ziehe keinen Vorteil daraus. Es ist ein Geschenk der Götter, das ich erhalten habe. Willst du das wirklich in unserer kleinen Runde immer noch durchziehen? Bedeutet das, du hast immer nur eine Eingebung, dann, wenn sich das Wetter ändert? Oder hast du erst eine Eingebung und dann ändert sich das Wetter? Nun, nicht so oft bisher, wenn ich ehrlich bin. Ich kann nicht entscheiden, was die Geister machen. Wenn die Geister das Wetter verändern, dann verändern die Geister das Wetter. Du bist doch die Wahrsagerin, oder? Kannst du denn die Zukunft voraussagen? Ich weiß, dass der Drache nicht fort ist und ich weiß nicht, ob das euer Verdienst ist. Ich weiß, dass ich nicht weiß, ob ihr unsere Rettung sein werdet oder unser Untergang. Der König hat den Drachen verscheucht, das hast du doch mitbekommen. Hab ich das? Hm, ich hab damit nichts zu tun. Ich würde euch so gerne glauben. Aber so sehr, wie ihr mir misstraut, so sehr misstraue ich euch. Der Unterschied ist, dass ihr keine magische Fähigkeit besitzt und ich weiß das, eure Freundin weiß das und die Hexe aus dem Sumpf weiß das auch. Da braucht man schon Menschenkenntnisse. Nun, wie wollt ihr denn diese dort hinten davon überzeugen, wenn diese dort hinten meine Vorherrsagen schon mitbekommen haben? Was macht ihr, wenn euch ein Fehler unterläuft? Ich denke nicht, dass mir ein Fehler unterlaufen wird. Ich vertraue den Geistern voll und ganz. Das werden wir noch sehen. Ja, das werden wir wohl sehen. Gehabt euch wohl, Hochstaplerin. Versucht euch ebenfalls wohl zugehaben, Scharlatan. Ja, also wir wenigstens wohnen sie überhaupt in der Nähe des Dorfes. Was wäre das? Na nur, hör mal, du kannst doch nicht was sprechen machen und die nicht halten. Forscher, ich spreche dir gleich was ganz anderes, alter Mann. Gerte Wirtin, ich benötige ein Mädchen. Warum denn? Warum bist du jetzt so? Wringend, ein Mädchen. Ben, ist schon Schlafenzeit, Ben. Ben, vielen, vielen Dank erstmal fürs Rüberschicken. Aber viel, viel wichtiger, Ben. Vielen, vielen Dank für das Schreiben der Charaktere. Für das Ausdenken der Storyline und alles. Vielen, vielen Dank. Dankeschön fürs Rüberschicken. Und danke, wie gesagt, für die coole Storyline und so. Danke, dass ihr das alles geplant habt. Sie sind ja an, sehr sich. Lasst uns eventuell. Also rein aus Berufswegen. Natürlich sehr neugierig. Das ist professionell. Kann ich mir vorstellen, dass das jemand vielleicht war, der mir gelernt hat oder mit dem ich gelernt habe. Entschuldigt, ist an eurem Tisch noch Platz? Sehr verständlich. Also nicht so, also professionell, ne. Also ich meine, man kann sich ja auch mal die falschen Wege aussuchen und dann sich eventuell mit Schmuggelwahn die Gunst der Königsfamilie ein wenig versauen. Und dann wurde dann jemand professionell einen Kopf kürzer gemacht. Ich glaube, das war ein Subvisier. Und das war vorzügliche Arbeit. Nun, seitdem die Königin tot ist, äh, sind einige Köpfe geholt. Sie haben die Königsfamilie beklaut? Nein, danke. Ich nicht. Einer meiner ehemaligen Gefährten. Deswegen das ehemalige. Äh, so. Oh, ich bin schlecht. Wie gesagt, habe ich ja nichts zu tun. Ja. Ich bin ja, also Königin... Seitdem ist ihr neuer Partner, der Alkohol. Ja, richtig. Nun aber, um zu dem unprofessionell zurückzukommen. Ja. Wie war das mit Professionellen denn genau? Was war das Problem? Ja, also ich bin ja, ähm, mit meiner ehemaligen Crew begünstigt des Königshauses als Freibeuter unterwegs. Entere und plündere Schiffe, äh, für unser Königshaus. Für den Ruhm von Rastalot. Ich bin ja, äh, auch die komplette, äh, Seeflotte der königlichen, äh, Rastalot-Familie. Also... Du hast ja auch erstmal die Carriker. Nur ein Schiff. ...admiral ansprechen, aber Admiral ist okay. Äh, Kapitän ist auch okay. Ne, aber... Also, jetzt mal von dem Titel abgesehen. Äh, nicht so professionell wurde einer meiner Kameraden in der Crew enthauptet. Und ein Mat, ein Jüngling. Äh, auf einer Kaperfahrt. Moment, was ist wegs? Der Schreiberling? Warum hat der ein Fernglas? Wer das natürlich nicht gelernt hat. Nun, äh... Oh Gott, das tut mir so leid. Da hätten sie ihn besser zu mir gebracht. Ich hätte, äh, vielleicht, ähm, den Rest dann verwertet und nachgesetzt. Äh, ja, ja. Äh, wer macht mich auch öfter mal drauf? Sobrechen Sie, wenn Sie vielleicht... Also, warum hat der ein Fernrohr, wenn wir es fantasy-mäßig halb amperent ist? Hat er einen Monokel? Dann ist er ja ein erstes sehr unschöner Anblick. Und, äh, zweitens, äh, eine Brille. Naja, ich weiß nicht. Manchmal ein nicht sehr tödlicher, äh, äh, Vorgang. Und, äh, da wollte ich dann auch nur meine Expertise anbieten. Dann hätte ich gesagt, dann, äh, könnte man, äh, äh, ja, man hätte ihn mir vorführen können. Und ich hätte dann, äh, die, die unvollendete Arbeit abgeschlossen. Moment, heißt das, sie bieten auch ja Privathenkungen an? Und ich hätte gesagt, das wäre eher, äh... Ich sehe seinen Namen da hinten nicht. ...Nothilfe gewesen. Aber im Prinzip unterstehe ich nur, ähm, dem König. Und, äh, der König entscheidet, äh, wessen, äh, Kopf hier so, äh, rollen soll oder nicht. Äh, im Prinzip habe ich sonst keinen Einfluss darauf, ähm, ähm, nur... Die Taverne sieht ja geil aus. Das sehe ich jetzt erst mit den Weinfässern da oben. ...scharf zu halten. Und, äh... Wow. Ja, äh, meine Zielsicherheit zu trainieren, auf die ich auch sehr stolz bin, möchte ich mal kurz, äh, anwäh, erwähnen an dieser Stelle. ...toch. Aber angenommen, man würde ihnen sehr viel Gold geben, sie würden sehr viel Gold bekommen, würden sie private Pankerungen machen? Äh, 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 ich muss das leider verneinen. Ich bekomme von, äh, unserer Ho-ho-ho-heit so, äh, dermaßen große Geldsummen. Ich, ähm, ich, und, äh, er ist ein sehr guter Freund von mir, also. Ich, äh, würde ihn nur sehr ungern, ähm, ähm, hintergehen. Ich glaube, ich, ähm, es müsste schon einen sehr plausiblen Grund geben, warum ich jemand anderes hinrichten sollte, außer die Person, die, äh, unsere Hoheit uns, äh, befehlt, äh, zu köpfen. Ich würde da gerne mal einhaken. Von der Wache. Was interessiert euch das überhaupt? Wo wollt ihr bitteschön Gold herbekommen? Ja, um Gold, äh, soll es ja an erster Stelle nicht gehen. Ich habe zwei Goldmünzen angespart für einen Auftragsmord an einer Wache. Ich hab heute schon fünf Goldmünzen besorten. Hm, ihr erzählt also, dass ihr gerne einen Auftragsmörder einer Wache sucht, während der Königshenker und der Berater des Königs mit euch am Tisch sitzen? Hatte ich, hatte ich, ich gesagt. Ich spreche natürlich im Namen eines Freundes, des Schmieds. Also, ich würde so etwas sowas lieber schocken. Der Schmied? Äh, ich wollte eigentlich auch was ganz anderes hinaus. Ich wollte eigentlich, äh, eine Demonstration der, äh, königlichen Henkersgenauigkeit haben, die uns ja heute, äh, einfach weggenommen wurde durch ein, äh, sehr fragwürdiges, gnädiges, äh, Urteil. Wenn, äh, angenommen, eine Kapotte hier... Vielleicht gibt es deshalb morgen zwei Henkerungen. Äh, ähm, also, äh, der König sagte mir, dass es wahrscheinlich morgen dafür, äh, zwei, äh, Hinrichtungen gäbe, so als Ausgleich. Also, wahrscheinlich gibt es morgen drei. Der Schmied, oder? Das wird ja immer schöner, ja. Ja, der Schmied. Äh, echt. Es ist, tut mir fast schon leid, aber... Ach, äh, ich, ähm, ich wiederhole gerne den Spruch, äh, unseres Königs, ähm, also, um die Geschichte kurz zusammenzufassen, als unsere... Baloui redet, glaub ich, ein bisschen langsamer auch, um, um die richtige Wortwahl zu finden. Ich kann das verstehen, mir geht's ähnlich. Hat der König mich beauftragt, äh, den Weinbauern... Es ist wirklich nicht einfach. ...den Weinveredler und den, äh, Schankwirt zu köpfen nach dem Motto sicher ist sicher. Und, ähm, ich könnte mir vorstellen... Baloui hat aber auch einfach instant kassiert. Baloui kommt online, der König und Toro kommen rein, Baloui drückt zweimal sie in den Satz, und wird da direkt gefoltert. Sagen Sie, darf ich ganz kurz an dieser Stelle einhaken? Ähm, wenn Sie sagen, dass Leute hingerichtet werden und wie wir erfahren haben, morgen vielleicht sogar drei Personen, bekommen jene Personen auch noch eine Henkers-Mahlzeit? Weil das, äh, Franz, das dürfte für uns durchaus interessant sein zu erfahren. Ja, durchaus, durchaus, denn auf, äh, auf ein Gnadengeschäft folgt ihm auch ein großes Geschäft. Ja, du sagst es, du sagst es. Nun, in der Regel, äh, ist unser, äh, ich muss es halt, äh, unser König ist leider etwas, äh, und, äh, knauserig ist jetzt das falsche Wort. Mann, dieser Sound-Bug ist ärgerlich. Nun, also, wenn, äh, sie können nicht erwarten, wenn, äh, sie einen Verrat an der, äh, Krone ausführen, dass sie dann... Aber man versteht's, aber es kommt trotzdem dieser, äh, der Rewind immer. ...eine, äh, großartige Mahlzeit bekommen, bevor es, ähm, zum Ende geht. Es lohnt sich ja nicht mal. Das ist ja im Prinzip Verschwendung von guten Lebensmitteln. Ich kriege da vor allem mal sehr gutes Essen. Also, Franz, das ist ja wahnsinnig, dass ich zu erwarten. Ja. Also, Franz, kleines Geschäft, und vom Henker, Bartholomeus, äh, Bartholomeus, haben wir ein großes Geschäft zu erwarten. Also, ich sehe hier auf jeden Fall Potenzial zur Ausweitung unserer Geschäfte. Äh, große Geschäfte. Definitiv, ja. In welchem Geschäft sind sie tätig? Wenn ich mich frage, wir sind auch der Müllfell der Gülle unterwegs, der, der dünnen, der festen, der kleinen, der großen, der schwarzen, heißen, grünen, äh, heißen, scheiße. Da sind wir... Findet hier noch jemand? Wollen Sie Leichenteile auf die, die Fäder des Landes werfen? Ich hätte gerne was zu trinken. Von, von leicht zu... Ich kann das Gesicht nicht erkennen, es ist so dunkel. Ich stehe, so langsam. Gott. Frau Schrank meint ein Wein. Ich hab noch Wein. Nun, es ist, äh, ein beschlossenes Geschäft zur, äh, hygienischen... Der Preis. Ein Goldtaler zur Feier des heutigen Tages. Ja. Kein Problem. Ich hätte gerne, äh, ebenfalls ein Bier. Werte Dame. Wie heißt der? Äh, 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 mhm, ein Bier. Oh, was, was ist denn noch auf Vorrat? Flatterig. Wein? Äh, okay. Wie viel kostet der Wein, wenn ich fragen darf? Werte Schankmaid, der Herr hat kein Gold in der Tasche. Ich habe zwei Golds mehr, als er sich vorstellen kann. Und würde gerne Wein damit bestellen. Ein Gold. Werte Herr Kaderkast, könnte er auch mal eine Runde geben. Und ich dachte, dass, ähm, dass das Gold gespart würde für, äh, äh, eine eventuelle Hinrichtung. Jetzt gibt's wohl nur noch eine. Das war ja, wer anders, der diese Hinrichtung machen wollte. Ja, der Schmied hat ja gespart für die Hinrichtung, hat er ja eben gesagt, ne? Vielen, vielen Dank. Genau. Aber das muss jetzt auch nicht den Raum verlassen. Weil, Herr und Damen. Herr Schreiberling, unterhaltet uns. Unterhaltet uns. Unterhaltet uns. Bringt uns zum Lachen und erhaltet eine Goldmünze. Sehe ich aus, wie jemand, der das für eine Goldmünze machen würde. Genau deswegen. Ich bin gleich entsetzt und schockiert. Äh, nein, tatsächlich nicht. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Nun, das, äh, war doch wohl ein schneller Abgang. Jetzt können wir reden. Jawohl. Ich habe an der Stelle eine, äh, eine, eine Frage. Eine Eruierung, äh, vielleicht auch, weil sich hier so, äh, wissenswertes, äh, Volk versammelt hat. Ich habe im Wald eine Feuergrube gefunden, über der ein, äh, rostiger Käfig am Schweben war. Ja, ihr wisst nicht zufällig, worum es sich dabei handelt. In der Nähe des Sumpfes? Äh, wohl, wohl an in der Nähe der Ruine, ja. Hm, ich bin mir nicht sicher. Es gibt eine Person auf der Insel, die ich noch nicht gesehen habe. Und gegebenenfalls ist, äh, sie dafür verantwortlich, beziehungsweise kann uns mehr darüber erzählen. Ich habe bisher nur vernommen, dass, äh, eine, eine alte Frau oder auch möglicherweise Hexe hier, äh, noch unterwegs ist. Äh, ist das diese Person? Hm, das Wort Hexe klingt etwas harsch, aber eine alte Dame ist es garantiert. Äh, äh, nur, wohl an. Das ist doch auf jeden Fall eine, eine Information, die mich gütig stimmt, denn, kurz darauf, nachdem ich diese Grube erblickte, wurde ein Mordanschlag auf mich verübt. Er wurde in die Ecke, äh, gekotzt, kann sich darum wer kümmern? Der, 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 ich schaue mir das mal an. Ich schaue mir das einmal kurz an, kurz, kurz einen Moment, kurz einen Moment. Er hat immer in die Ecke gekotzt, Schankmeid. Boah, das, boah, das ist das Bier, die alte Flore. Ich bin froh, dass ich deine Maske trage, da riecht man das wenigstens nicht dummig. Ich habe schon Schlimmeres gerochen auf den... Herr Bade, nehmen Sie doch noch eins. Oh, danke. Oh, ich weiß nicht, ob ich noch eins schaffe. Ähm, aber es geht gut. Nehmen Sie doch noch eins, ich habe es schon wieder gesagt. Oh Gott, oh Gott, was ist so ein Schatz Bier hier in dem Haus? Das nächste Mal warnen Sie uns bitte vor, wenn Sie sich wieder übergeben. Oh Gott, ich halte es aus, ich halte es aus, ich halte es aus. Ich halte es nicht aus, ich halte es nicht aus. Äh, Herr Magi hat den Weinen nicht. Etwas Wein. Ich habe schon Schlimmeres getrunken. Etwas Wein. Ha, der geht gut. Ja, der geht gut. Es ist kein billiger Wasser. Es ist Donnerbräu. Es ist Donnerbräu. Oh Gott. Ja. Warum Sie sehen denn hier? Der ist aber nicht hier aus der Taverne, oder? Nein. Dieses Getränk ist nicht aus der Taverne. Ja, das merkt man, ne? Lange nicht mal so ausgutig sein. Ja, schuldig, Sie das Trinken. Äh, wissen Sie, wenn Sie wissen, was ich schon alles getrunken habe? Es kosten alle Rummel. Gestern, vorgestern, übergestern, letztes Jahr. Vertrauen Sie einfach nicht der Person neben Ihnen. Es ist zu beleid. Heute ist ein... Ich vertraue ich sowieso nicht. Nicht, äh, ihm gegenüber meint ich. Hallo, zu beleid. Sein, sei doch nicht so, werter Henker. Nein, das ist, äh... Ja, aber Vertrauen und Getränke annehmen, wie man ja verschiedene Sachen. Es ist sehr, sehr freundlich von Ihnen, dass Sie mir so etwas wunderschönes anbieten. Was, ja, habt Sie geheimen. Ein, ein Meid, wollte die uns nicht ein... Ja, ja, doch. Äh, könnt ihr, ich weiß nicht, ich kann nicht mehr so gut zählen. Könnt ihr vielleicht euch selber hier aus der Tasche... Könnt ihr euch das da rausnehmen und dann wiedergeben will? Also zwei Bier habe ich bezahlt. Wo sind denn die? Ich vertraue da. Nicht wahr, keiner ganz kann man auch mal vertrauen, ne? In der Hand. Ja, ich traue dir, ne? Der Vater hat ganz schön viel getrunken, ne? Ja, die soll mal was tun für ihr Geldmensch. Oh, sag es ja. Herr Magier, Herr Magier. Hm, wie bitte? Ich verzichte aus Alkohol. Ihr unterstellt mir, dass ich den Wein geklaut habe? Ihr seid doch der wundervolle Bade, der vorhin das Lied gesungen hat. Ja, bin ich ganz genau. Ihr seid euch sicher, was ihr da sagt? Reisetyp. Ich bin mir sehr sicher, ja. Ähm, wollt ihr, wollt ihr vielleicht eine kleine Lesung haben? Ich habe euch nicht verstanden. Ich habe gesehen, wie ihre Hand sich an dem Weinkrug des Gastes vergriffen hat. Nee, das stimmt nicht. Aber ich bin ein sehr großzügiger Mann. Ich habe ja auch noch etwas Wein bei mir. Oh Gott. Der lässt sich mal lieber stecken, Freund. Ich habe etwas von meinem eigenen Wein auf den Tisch gestellt. Bei Wein sind... Gibt's hier auch vier? Der schlägt zum Heulen, sag ich euch. Da hinten wurde wieder in die Ecke gekotzt. Wollt ihr euch nicht darum kümmern? Schankmark, könnte ich noch einen Mädch bekommen? Oh. Mädch ist leider aus. Wir haben nur noch Wein. Oh, ich nehme auch Wein. Für meinen Freund hier in den bunten Gewändern. Nimm mal noch Wein. Ja, ja. So kriegen die mir selber an. Ich zahle sie bereit. Ihr gebt euch als Wahrsagerin aus und wisst nicht, dass es nur noch Wein gibt? Ich traue ich eher als einem Möchtegern-Magier. Nun kommt. Möchtegern. Ja komm, trinke ich noch mal ein Getränk. Ich habe es schon bezahlt. Jetzt wird es interessant. Ich setze mich auf. Nun. Ihre Tricks. Naja. Dann fragst du dich, wie groß dein Genital ist. Welche Tricks? Also, sieh den. Oh ja, danke dir. Dass ihr den König manipuliert. Ich kann es nur noch nicht beweisen. Hört, hört. Was? Das sind aber ganz schöne Anschuldigungen an diesem Tisch hier, die heute fallen. Dafür, dass der Henker heute gewaltig Ärger vom König bekommen hat, dann ist das eine gewagte Aussage. Wer hat Ärger bekommen? Was? Nun. Weil der feine Herr Max ja einen seiner Tricks angewendet hat, musste ich darunter leiden. Mal wieder. Welcher Trick soll das denn gewesen sein? Ich weiß nicht, wo der Qualm herkam. Vielleicht haben sie auf den Boden gepustet oder so. Und ich weiß nicht, wie ihr aus der Zelle herausgekommen seid. Aber ich werde das rausfinden. Bill und Rex gehen bei mir nicht. Der Magier war im Gefängnis? Ja, der König sollte davon erfahren, dass der Henker mich einfach versucht hat einzusperren. Es war nur ein Probelauf, ob die Türen wirklich schließen. Und da hat sich aus Versehen das Schloss verriegelt. Trotzdem war innerhalb von kürzester Zeit der feine Herr Magier wieder vor den Toren. Und der König kam und hat mich befohlen, mich auf meinen eigenen Folterinstrumenten zu foltern. Und das... Ihr Tag war also nicht so schön, nehme ich an. Nun und dann diese versaute Fastköpfung. Heute ist kein guter Tag, zumal ich auch noch die Ankunft verschlafen habe. Aber unser Herr Magier weiß da bestimmt auch gar nichts von, dass ich mich hier nicht mehr orientieren kann. Nicht mehr wusste, wo mein Kerker war. Sie waren einfach Sehkern, nenne ich das. Herr Henker, Herr Henker, Sie haben da auf meinem Deck rumgetockelt. Herr Henker, jetzt mal im Ernst. Also, wie Sie da rumgetockelt sind, auf meinem Deck. Ich bin mir sicher, dass der Magier irgendwie einen Schlaftrank mir verabreicht hat. Oder sonst was. Der so auf meinem Deck rumgetockelt ist. Dem ist so elendig, auf hohe See ging. Also, Sie sind ja sowas von nicht seetauglich. Sie sollten lieber mit Ihrem kleinen Holzschiffchen, was Sie sich zum Spielzeug mit in den Zuber nehmen, da vielleicht ein bisschen rumschippern. Aber die hohe See ist nix für Sie. So leid, mir das zu dienen, das sagen zu müssen. Ich hatte den Henker für sehr stadtfest gehalten. Ich hätte gern... Aber man kann sich aber irren. Die Knochen klappern doch mit jedem Schritt. Wir? Wir? Ich würde Ihnen gerne zeigen, wie muskulös mein Körper ist. Schließlich ist es sehr wichtig, mit voller Kraft zuzuschlagen und nicht nur mit Fischli-Watschi-Getur. Also, das ist schon... Und deswegen bin ich jeden Tag im Training. Ja, dann gehen wir doch vor die Tür. Zwei Wein. Der König hat mir verboten, sich außerhalb meiner Arbeit mit Leuten zu beschäftigen. Sie haben also Angst vor einem fairen Kampf? Drei, zwei, eins. Ein fairer Kampf, das nennen Sie, wenn ich gegen den Magier mit seinen miesen Tricks kämpfen soll. Ich weiß nicht, was der König davon hält. Ihr behauptet doch, es sind nur Tricks. Aber jeder Kreuz wird sie verlieren. Ja. Nutz gern eure Axt. Nutz gern euren Hammer. Was er zu bieten hat. Meine Axt ist... Wir kämpfen vor dir. Diese Axt vorwende. Ich würde jeden anwesenden raten, Sicherheitsabstand zu nehmen. Tretet zur Seite. Tretet zur Seite. Tretet zur Seite. Ihr seht nun die vollständige Macht des Meisters, der Magier. Ich fange mit leichten Werkzeugen an. Der Kampf ist schneller vorbei, als ihr denken könnt. Heimtückischer Möchtiger. Magie. Dreht euch um, Henker. Dreht euch um. Nehmt den. Hätte ich euch umbringen wollen, hätte ich euch umgebracht. Was ist denn hier passiert? Nun zollt ihr Respekt. Seht seine Wachen nun. Hexenberg. Wow. Für den Anruf an. Der Henker hat eine Dach. Er ist nicht so fix. Was hier im Fischel schwirrt. Was habt ihr dem armen Henker angetragen? Wieso unbändige Kram soll aufpassen? Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Aaaaaah! Meine Augen! Es weg! Es weg! Es weg! Nein! Dieses Monster! Nein, nein! Henker brauchen sie. Ich kann nichts sehen! Du siehst wieder. Den hast du den Kürbis auf. Deswegen siehst du nichts. Jetzt ist alles in Ordnung. Es ist hier nun passiert. Habe ich einen Kürbis auf? Ich kann nichts mehr sehen. Deswegen siehst du es wieder. Hier ist doch jetzt wieder. Denn sie alleine unterwegs sind. Das bringt sie im Arzt. Und zur Heilerin. Kommen sie nicht. Allein ist jemand. Ich muss zur Heilerin. Wo muss ich hin? Wer hat mir Essen geschenkt? Eine Vorstellung. Ich wollte noch mal hören, was hier so geredet wird. Waren sie die ganze Zeit hier? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich wollte die zweite Flash nicht machen. Die zweite sollte keine Flash sein. Das hat jeder gehört, Kuliwex. Ich habe es auch gehört. Mein Geld ist zu Hause. Es ist ganz, ganz wichtig. Ich kann eben noch, dass du noch eine Münze hast. Warte, ich habe hier für sie, ich habe hier eine neue Erfindung. Ich kann ihnen einen Zettel geben, auf dem draufsteht, dass ich ihnen Geld schulde. Da konntet ihr euch erholen, alter Mann. Hier steht es drauf. Kommen sie einfach morgen damit zu mir und dann kriegen sie das Geld, ja? Tja. Oh, Kuliwex der Zechpreller. Wenn sie nicht so einen guten Strat zu meinem Freund hätten. Ich glaube... Ich denke, ich habe verstanden, was das Problem war. Ich glaube, diese Fackel, die ich in meiner Hand hatte, sie haben einen Pulver drauf geworfen, was mir mein gesamtes Gesicht verbrannt hat. Ihr geht also immer noch davon aus, das sind nur Tricks. Hm, was soll das denn sonst sein? Dann bleiben wir wohl bei kleinen Tricks. Moment. Ja. Hallo, hallo? Zwei... Hallo? Alles andere... Flaschen hat sie mir gegeben. Eine für dich in eine Klinge. Du meint, dein Glasauge ist wieder rausgefallen, oder was? Wie erklärt ihr euch den Drachen? Ja, das kann... Ich weiß... Entweder das, oder es ist einfach nur verrutscht. Nun... Ich vermute ein... Was sind sie denn? Eine... Intelligenten... Ich weiß es noch nicht... Vielleicht irgendwas mit... Äh... Mit... Äh... Mit... 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 Schmüren und... Äh... Papier... Und... Äh... Schmüren... Irgendwie so etwas in der Art. Es war eine schöne Inszenierung, aber... Mich täuschte er nicht damit. Äh... Es... Wow... Da war jetzt aber extra was drin, du! Noch... Kämpfen wir ja auf derselben Seite. Warum überhaupt ein Disput... Zum Vorschein bringen. Nun... Ähm... Das Problem ist, ich sehe sie manipulieren meinen guten Freund den König. Und... Äh... Das... Macht mir Sorgen. Was passieren hier für wilde Dinge am Gast? Aber der König und ich... Wir sind doch auch gute Freunde! Kampf! Welche geschah? Es ist... Dann... Frage ich mich, welche Entscheidung manchmal... Dazu führen, dass er... Fehlgeleitet wird, sag ich es mal so. Fehlgeleitet! Die Entscheidungen des Königs sind doch fehlerlos! Natürlich! Und woher kommen die Ideen, die unser König manchmal hat? Ich... Äh... Von seinem klaren Gedanken... ... singen... Und eventuell hier einen zum Besten geben... Das kann schon sein... Ich... Ich würde sagen... Fürs erste Waffenstillstand... Aber... Ich... Glaub... Glaub nicht, dass ich euch aus den Augen verlieren werde! Oh... Ihr ehrt mich! Vielen Dank! Passt auf euch auf! Habt eine gute Nacht! Mhm... Also langsam... Und hoffentlich steht ihr morgen wieder auf! Ich kann ehrlich sagen... Ja, es wird Zeit... Wohl wahr... Und dann habe ich die Kunden aufgezogen... Aber dann... War die Hose plötzlich verschwunden... Und sie hat gesagt... Das war wahrscheinlich die Geister... Und noch mal guck mich nicht an... Und sie hat gesagt, das waren die Geister... Oh... Es wird bald Nacht... Wir sollen in 10 Minuten zuhause sein... Ich höre Gipi wirklich über die ganze Map... Ach ne... Gute Augen! Einmal mal gucken, ob ich da hochkomme... Das ist aber gar nicht so gefährlich hoch hier... Ne? Hui! Hi! Also... Ist es gemütlich hier, hm? Ja... Oh, Herr Kadergast hat so viel gesoffen... Er kommt nicht mehr hier hoch... Ich meine, dann kann der Herr Margo sich setzen... Mhm... Das ist doch richtig... Setzt euch! Ja... Ich habe mir einen falschen Ast ausgesucht... Das ist schön... Das ist echt cool... Das ist super schön... Also... Also der Becher Wein... Rum... Was war das? Schnaps? War gut... Wein aus der Taverne war das... Nein... Das war kein Wein aus der Taverne... Die Taverne... Die verkaufen nur Wasser... Wasser mit ein bisschen Geschmack... Sie sind nicht ein Seefahrer? Eine Seefahrerin... Aber ja... Da haben sie recht... Wir sitzen uns alle... Das ist so krass... Ja... Doch klar... Es ist so schwer... Da haben wir was ganz anderes mit seinem Trunk... Also... Ich habe heute schon sechs oder sieben... Goldwünschen versucht... Entschuldigt... Aha... Schönen Abend... Die Nachtstunde bricht an... Der... Schönen Abend... Herr Magister... Der Wachtmeister ist nicht zugegen... Dementsprechend... Verkündige ich die Nachtstunde... Und... Aufgrund der... Vielen Vorfälle heute... Das... Vorsicht... Junge... Freunden... Äh... Ja... Haltet euch am besten im Inneren auf... Über Nacht... Wir haben... Äh... Einige Wolfsrudel im Süden... Und ähm... Feuerbälle vor der Taverne... Haha... Nicht wahr? Mhm... Ich wüsste nicht... Worum es gehen könnte... Ja... Auch nicht... Also ich weiß nur... Lasst mir der Herr... Gut gehen... Wenn Kuliwechs noch ein Goldstück schuldet... Ja... Galle... Klausst du da etwa ein Pferd? Nein... Ich sitze ja gar nicht im Sattel... Äh... Meister... Wir müssen ins Bett... Kapitane... Ja... Gute Nacht... Auf bald... Guten Abend... Oh nein... Es hat nicht geklappt... Weil ich saß glaube ich... Es hat wirklich nicht geklappt... Ah... Hallo... Ein erfolgreicher Tag... Ich habe... Morgen beim 18. Glockenschlag... Habe ich ein Treffen mit... Äh... Wexikus... Der war die ganze Zeit in der Taverne... Ja... Ich habe nichts gefunden... 18. Glockenschlag und 30. Miniglockenschlag... Schlaf gut... Galle... Fantastische Arbeit heute... Schlaf gut... Das war... Äh... Ich mache einfach an... Hat er Pech gehabt... Wenn er jetzt aufsteht... Dann ist RIP... Alarmanlage ist an... Ja... Das war Tag 1... Von Rustalot... Uff... Es ist sehr sehr schwierig... Ähm... Das Reden ist... Finde ich die größte Barriere... Die Storystränge... Finde ich bis dato ganz gut... Es gibt natürlich sehr sehr viele Charakter... Die ihre eigene Geschichte erzählen wollen... Es ist ziemlich chillig... Es ist ziemlich... Cringe manchmal... Dadurch dass... So eine... Es ist eine Sprachbarriere... Die entsteht... Ich finde... So zu reden... Ist... Nicht einfach... Weil du dich nie so ausdrücken kannst... Wie du willst... Und dabei geht es gar nicht um das ihr... Und das sie... Sondern auch um Wortwahl... Wortlaut... Betonung... Du kannst dich nicht so ausdrücken... Wie du möchtest... Und deswegen wirken bis dato alle Gespräche sehr steif... Ähm... Selbst Toro... Der sehr sehr viel Wert auf das ihr legt... Hat heute schon das ein oder andere Mal sie gesagt... Einfach weil man es gewohnt ist... Normal zu... Normal zu reden... Ähm... Ich hoffe trotzdem... Dass ihr beim Zuschauen ein ganz klein bisschen Spaß hattet... Ähm... Es dauert noch bestimmt ein, zwei Tage... Bis alle ihre Rolle... Äh... Verstanden haben... Und alle drin sind... Ich habe auch hundertmal sie gesagt... Ich habe manchmal geduzt... Manchmal dann doch wieder geirzt... Ähm... Ich bin auch nicht immer in meiner Geschwindigkeit... Mit der ich reden wollte geblieben... Und in meiner Wortwahl und so weiter... Aber... Morgen nochmal neuer Versuch... Ein bisschen drüber nachdenken... Ein bisschen schlafen... Ein bisschen verinnerlichen... Ein bisschen muscle memory... Und mal gucken wie es morgen wird... Trotzdem war der Tag heute... Sehr sehr schön... Ähm... Es hat alles gut geklappt... Ich hoffe dass für Ben... Ähm... Und für Shuggles... Und für... Und für Toro... Das... Das kleine Duell mit dem Henker... Jetzt nicht zu... Weit hergeholt... Und... Äh... Too much war... Das war natürlich schon sehr übertrieben... Ich habe... Den Leuten halt die... Meine Magie direkt in die Fresse gedrückt... So... Ich hoffe dass es... Trotzdem noch okay ist... Und dass man das so ein bisschen... Runterspielt... Als das gar nicht passiert ist oder so... Aber... Die Situation war sehr witzig... Fand ich... Von meinem Support schon wieder... Äh... Ja noch kann man nichts klauen... Deswegen lasse ich auch die Alarmanlage... Meine Alarmanlage hat übrigens einen Fehler... Ja... Also nennen wir es mal... Mein Sicherheitssystem... Wenn ich das Sicherheitssystem anmache... Kann ich selber den Turm nicht verlassen... Weil ich selber an der Druckplatte vorbei muss... Ich kann natürlich... Fliegen... Das ist wahrscheinlich auch der Gag... Äh... Aber... Ich aktiviere das Ding ja... Siehste... Das ist... Äh... 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 Ja... Meister... Was ist... Galle... Also ich kann halt nicht runter... Wenn ich das anmache... Galle... Was gibt's Neues? Meister... Ich bin grad wach geworden... Was ist denn hier los? Ich teste nur unsere Sicherheitsvorkehrungen... Funktioniert Meister... Ich hab's festgestellt... Sehr gut... Sehr gut... Sehr gut... Haben Sie so gut geschlafen Meister? Ich schlafe nie... Oh... Haben... Habt ihr... Habt ihr gut geruht dann? Ich habe beobachtet... Was habt ihr beobachtet Meister? Alle anderen haben geschlafen... Ach... Aber ihr nicht? Nee ich nicht... Ich... Gott sei Dank... Sie haben geachtet auf uns... Ähm... Galle... Äh... Hast du auch Briefe in deiner Tasche gefunden? Nein... Aber ich hab Gold gefunden! Wie viel? Na... Fünf... Nicht schlecht... Galle... Dann... Hol dir mal ordentlich Fleisch... Ja... Ich hab auch Hunger wieder... Der Markt hat heute eröffnet... Wirklich? Mhm... Wer ist das? Oh... Ah... Hallo... Was machen Sie denn hier? So früh seid ihr schon draußen? Das ist doch die... Angestellte von der Prinzessin, oder? Die königliche Zoo für der Prinzessin Gwen, jawohl... Sag ich ja... Und was treibt ihr schon im Morgengrauen hier? Galle muss was futtern! Galle muss was futtern! Alles! Ich hab Hunger! Was futtert der denn so? Echt? Alles was überbleibt! Ja... Oh... Das klingt köstlich! Mhm... Sie wissen nicht zufällig, wo ich äh... Eine bestimmte Pflanze finde... Ich möchte gar nicht sagen... Sie heißt... Hanf... Wofür benötigt ihr denn eine Hanf-Pflanze? Fräulein Zofe... Der Prinzessin... Der Krone... Der Hof... Äh... Nun... Der Hof hat vernommen, dass das eine äußerst schöne Pflanze sein soll... Und die soll... Als Schmuck im Schlosshof dienen! Ihr benötigt eine Hanf-Pflanze für Schmuck? Ganz genau so sei es! Hm... Galle! Der Duft soll auch vermoos sein! Ich hab er flüstert, er flüstert! Und wo? Na... Na... Da hinten... An einem Haus, meine Dame! Sehr wohl! Dann werde ich nachsehen! Hab Dank, die Herren! Auf bald! Ja... Auf bald! So... Galle! Was möchtest du essen? Wir haben ja noch zum Glück ein paar auf Vorrat, ne? Ja, ich wollte... Galle! Bisschen lauter reden! Ja, Meister! Ja! Ja! Sehr gut, sehr gut! Hier gibt's zu essen, oder? Ja! Natürlich! Natürlich! Grüß Gott! Seid gegrüßt! 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 Gegrüßt Dein! Am besten Äpfel-Kartoffeln von unseren Feldern! Ich hätte gern einen Apfel, bitte! Ja! Sehr gut! Das macht dann ein Gold, bitte! Soll ich das einfach hier rauswerfen? Ja! Ja, das können sie mir gern geben, das gebe ich dann in die Kasse. Oder nimmst es du? Genau dann! Denn hier ist euer Apfel! Hab da! Hab da! Fisch von den Feldern! Siehren sie uns gerne wieder! Das bringt ja gar nichts! Du hast einen Apfel für den Gold gekauft! Dankeschön! Na, ich hab Hunger! Nimm lieber ein Stück Fleisch, Galle! Der Magier, Hilfe! Hilfe! Das Bär, Hilfe! Keine Angst! Ein Wild geworden, Herr Bärmeister! Äh, Meister! Ähm, ja! Wir haben das Haus kaputt gemacht, Meister! Nein! Aua! Wir haben das Dorf gerettet! Feuer! 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 Das Dorf wurde gerettet! Kein Haus ist kaputt gegangen! Lediglich der Bär wurde erschlagen! Was ist hier geschehen? 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 Keine Angst! Ist alles okay? Der Knall... Wie erklär ich das dann dem Herrn vom Ballraum? Hier ist gerade ein wilder Bär gegen das Gebäude gelaufen und dabei gestorben! Ein bisschen mehr Respekt gegenüber der Tierwelt, bitte! Woher kommt dann der Knall? Weil der Bär ein unglaublich hohes Tempo hatte! Ah, ich hab davon gehört, wenn Tiere sterben, dass die dann sich selber entzünden! Das hab ich mal gelesen! Hm... Das ist doch... 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 Wobei das wurde mir vorgelesen! Die Scheiße! Man weiß... Man weiß ganz klar... Wenn ein Tier unter natürlichen Umständen stirbt, dann erleichtert es sich auch... Ich sehe hier keinen Bären-Dung! Das ist ja auch verbraren! Durch diese... Hier! Oho... Oho... Stimmt... Klump deine Augen sind mir die Besten! Das ist absolut alles richtig! Möge der Bär in Frieden ruhen! Ein unglaubliches Spektakel, was wir hier begutachten konnten. Aber ich sag Ihnen, liebe Leute, wenn so etwas häufiger passiert, Sie sollten sich Rüstung besorgen. Die sind wichtig, sehr, sehr wichtig, für Ihre Sicherheit. Man braucht Waffen bei einem Bärenangriff. Ohne Rüstung bringt die Waffe nicht. Kommt mal mit. Was ist denn hier passiert? Wessen Gebäude war das? Das ist das Rathaus gewesen. Das ist das Freude von Herrn von Bomboff. Ich werde dafür wieder verprügelt, weil er wieder denkt, ich habe das kaputt gemacht. Ich musste handeln. Ich musste unglaublich schnell handeln. Es hätten Leute sterben können. Haben Sie das gemacht? Ach, das Feuer umso. Natürlich nicht. Aber Sie meinen doch, Sie mussten handeln. Ihr regelt das schon, oder? Das Rathaus wird doch sicher wieder im vollen Glanz erstrahlen. Ich schieb das einfach auf Kulivex. Der war das. Wieso hat er das Schild abgerissen? Oh, was ist denn hier geschehen? Was ist denn hier los? Warum liegt denn da so was? Ihr habt doch eben gesagt, was hier geschehen ist. Ihr wisst das doch ganz genau. Der Magier sagte, der Bär ist zu schnell vor die Wand gelaufen und dadurch ist er gestorben. So war es. Von Kulivex hat das Schild abgerissen. Der werte Herr Knechtelbert kann das bestätigen. Er war Zeuge. Das ist ein Geschenk. Nahrung für uns. Das muss vom König kommen. Was, wenn der Bär vergiftet wurde? Das war bestimmt ein Geschenk von unserem tollen Frank. Ich glaube, es war ein Geschenk des Königs für das Volk. Lang lebe der König. Lang lebe der König. Lang lebe der König. Lang lebe der König. Wir brauchen einen Jäger. Lang lebe der König. Könnten Sie das jetzt anlegen, Herr Knechtelbert? Scheiße. Ich muss kurz was nachfragen. Deswegen gehe ich einmal hier kurz hin. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich komme kurz dazu. Ist gerade einer von euch da? Ja. Ich bin gerade live. Es könnte sein, dass gerade ein Schild kaputt gegangen ist. Kann man das reparieren? Ein Schild kaputt gegangen? Ich musste das Dorf retten. Das solltest du dem König melden. Der hat dich wieder gebaut. Okay, danke. Hast du wieder mit von euch? Es wären Menschen gestorben. Ich musste handeln. Wir müssen den kompletten Plot umschreiben. Okay, ich werde es dem König berichten. Danke schön. Neu aufgebaut. Okay. Okay. Ich werde es mit dem König berichten. Ich werde es dem König berichten. Wer hat der Herr Christus? Ja, hallo, ja. Guten Morgen. Haben Sie Ihre Ware eröffnet? Herr Zweigling, dafür verantwortlich. Wie ich angefordert hatte. Sehr gut. Der Bär hat einfach das Schild vom Rathaus gehabt. Oh, ich muss Musik noch anmachen, Leute. Sag doch was. Warte, warte, warte. Das kriegen wir noch hin. Äh... Die wird irgendwie lauter, leider. Naja, also die Musik, die Soundtracks sind unterschiedlich laut. Später ist die Musik wieder zu laut. Mein Akku vom Headset hält nicht mehr lange. Ich werde so lange spielen, wie es geht. Ansonsten ist das ein bisschen unlucky heute. Ich habe momentan nur einen, aber ich habe neue bestellt. Mein zweiter Akku ist kaputt, der lädt nicht mehr. Äh, noch. Ich hoffe, der hält noch ein bisschen. Ansonsten muss ich morgen auch mal einen Mittagsschlaf machen, damit ich den Akku laden kann. Ich habe keinen Kabel. Also es geht bestimmt ein Kabel, aber ich habe keins. Seid gegrüßt, dürfte ich eintreten. Oh, große. Aber natürlich. Hab Dank. Ich würde Ihnen das einfallen, mich in Ihren Weg zu stellen. Okay, warte. Jetzt wird es doch gerade lauter, die Musik. Deswegen. Hauptsache ist es ein bisschen Musik im Hintergrund zu hören. Der Debriger. Die Wachen, also die Wachen mache ich gleich. Wenn nicht, muss ich jetzt erst hier meine Audienz machen. Und danach erzähle ich euch was zu den ganzen Wachen hier. Gegrüßt seid ihr, werter Henker. Königsgarde. Königswachen. Gegrüßt. Seist du? Äh, Magier. Ist der König gerade anzutreffen? Nun, ich habe ihn heute selber noch nicht gesprochen. Und, äh, ich glaube, er hat irgendwas, äh, habe ich durch die Wände vernommen, gefaselt. Von wegen, äh, Markttag und, äh, Ausritt. Hm, aber der König wird das Schloss noch nicht verlassen haben. Ich schaue mich mal um. Doch, bestimmt. Nein, Sie können gerne vor den Mauern gucken. Der ist bestimmt schon in der Stadt. Ja. Werter Henker. Kann ich was für euch tun? Nein, ich stehe hier nur und, ähm, gucke, dass nichts passiert. Vielleicht möchten Sie noch mal meine Zellen in Augenschein. Hiervon versteht ihr sowieso nichts. Wovon? Genau. Öh. Was? Moment. Erzählen Sie mir sofort, was Sie dort machen. Was? Was ist das? Schließlich kümmert ihr euch lieber um rollende Köpfe und irgendwelche unnützen Bauern. Warte. Ist da hinten Toru mir? Ja. Da hinten laufen sehr viele Leute rum. Da hinten sind sehr viele Leute. Ja, stimmt. Das ist aber schön. Boah, ist das schön. Jawohl. Zum Bogen schießen. Seid gegrüßt. Der feilste Magier Karakas. Wenn das nicht der Hauptmann und der ehrenwerte Prinz sind. Sehr wohl, sehr wohl. Sie haben für ordentlich Radau gesorgt vorhin. Bumm, Knall hat's gemacht. Hi, Sasa. War ich erschrocken. Das Dorf war in Aufruhr und hatte Angst. Ich hab die Bewohner befreit. Ein Bär hat angegriffen. Oh, ein Bär. So hättet ihr mich doch schicken können. Ich habe mich gestern bereits schon um zwei blutrünstige Eber gekümmert und das Dorf gerettet. Warum nehmt ihr weg des königlichen Prinzenlords seine Jagdbeute? Ich war mir sicher, dass der kleine Bär keine große Herausforderung für unseren Prinzen gewesen wäre und ich seine Zeit nicht mit so einem mickrigen Tier verschwenden wollte. Wohlbeweislich, wir hatten uns um wahrlich Wichtigeres zu kümmern. Naja, das hatten wir. Hatten wir? Das Bildnis meiner Mutter. 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 Vielleicht hat er... Oh. Vielleicht könnten... Junger Lord Prinz... Vielleicht sollten wir den... Äh, äh, äh... Was will der von mir? Ich meine, Quatsch. Natürlich den Magister Karagast vielleicht ein, weil... Vielleicht habe er einen Zauber oder eine gar vielleicht eine Vision oder kenne vielleicht denjenigen, den wir suchen, dort auf dem Abbild. Sehr wohl. Nur kann ich das Bild nicht noch einmal ertragen zu sehen. Meine Mutter in dieser schändlichen, gar liederlichen Position. Ach nein. Wie kann ich euch behilflich sein? Begleitet mich trotzdem und wartet vor der Türe. Herr Magister, folgen Sie mir doch. Befindet sich der... Die Majestät noch in der Burg? Ich denke schon. Ich warte einfach hier und stache aus dem Fenster. Sobald ein Schwein kommt... Nee, oder gucke... Gucke er sich... Gucke er sich die Bilder der anderen Bestchen an. Werter... Ich sehe gerade ein Bild. Ich sehe gerade ein sehr lebhaftes Bild des Henkers. Quasi. Der Henker selber. Ich zeige Ihnen das Bild. Das habe ich verstaubt irgendwo gefunden. Und es schreit eindeutig nach einer Farce. Das ist sowas von dem Bild von mir oder... Ich habe keine Ahnung. Er will mir mit der Farce. Hab sie selig. Okay, dort habe ich alles... Oh. Wann wurde dieses Bild denn aufgenommen? Ich weiß es nicht, aber eindeutig ist dieser Fiskus zu erkennen. Der königliche Hofnarr. Ja. Und wir überlegen, wer könnte der Schändliche, Schändliche sein? Der gar Schändliche, der... Der dort mit der Königsmutter... Also mit der Verwesten, äh Verstorbenen, Verwesten. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe die Person... So ein Gesicht möge man auch nicht vergessen. Und ich soll euch helfen, den Übeltäter zu finden? Ja, das wäre... Ich glaube, es würde den Prinzen und sowohl auch wahrscheinlich den König beruhigen. Wenn ich eine Spur hätte, wem teile ich das als erstes mit? Richtigenderweise... Den Kommandanten mir oder direkt dem König, nicht wahr? Seht ihr die Narbe in seinem Gesicht auf der rechten Wange? Welche zwischen den ganzen Falten? Wenn der Henker seine Maske abnimmt, kommt es dem Gesicht sehr ähnlich. Sie haben den Henker schon mal ohne gesehen? Der König hat den Henker nie ohne seine angewachsene Maske gesehen? Gestern, nach der Ankunft, kam der Henker etwas zu spät, beziehungsweise ist zu spät wach geworden. Er kam aus seinem Kerker heraus und hatte die Maske noch nicht auf. Das bedeutet, wenn er übers Wasser fährt, nimmt er sie ab? Wahrscheinlich hat er sie beim Schlafen verloren. Aber mich dolcht, es gab eine Art Zwietracht unter ihresgleichen. Ich meine, ich kam in den Kerker und dann habe ich sie gesehen und dann habe ich sie wieder nicht gesehen. Und dann gab es eine Auseinandersetzung zwischen ihnen und dem Kerkermeister. Der Kerkermeister ist mir nicht geheuer. Ich glaube, wir sind nicht auf derselben Seite. Und er ist doch aber schon seit Jahren dem König unterstellt. Und er hängte gar sehr. Er hängte und hängerte ein wahres Fest, nicht wahr? Gestern Abend im Gasthaus hat er sich betrungen und hat einige Sachen gegen die Krone gesagt. Nun, ich glaube, dieses behalten wir erstmal für uns, nicht wahr? Ich meine, haben sie schon den König Bericht erstattet? Nein, aber deswegen bin ich hier. Hm. Ich meine, das Alter würde sicherlich passen. Nun gut, nehmen wir das Geh... Das ist gar grässlich. Und ich fahre es. Nun gut, dann lasst uns zum König gehen und Bericht erstatten vielleicht. Oder... Naja, ja. Ich überlasse es euch, Magister. Nun nennen wir es. Und, Hängermeister, wir verschließen jetzt... Oder ich verschließe jetzt die Tore. Zu meinem Kommandantenhützchen. Heißt das, dass wir dieser Soundbug, weil wir zu lange gewispert haben. Herr Kommandant der Stadtbache, ich wollte ganz kurz nachhaken. Haben Sie Zugriff auf die Stadtkasse? Ich bin noch nicht der Schatzmeister. Okay. Wer hat außer unserer Hoheit Zugriff darauf? Nun, der Dienerliche Kämmerer würde ich voraussagen. Sie meinen, dieser Davidoff hat Zugriff auf die gesamten Besitztümer des Königreichs? Das wohl eher nicht, aber vielleicht auf eine Notgroschen, wenn sie... Ich habe es in von Toro angepasst. Ich meine, wenn du ihn bittest. Ja, ich würde gerne Investitionen in unser... In unseren Kerker. Nun wissen Sie, die Leute gehen aus und ein. Und das möchte ich gerne verhindern. Und nun, dann werde ich mich an den... An den königlichen Diener wenden. Oder du trägst dein Anliegen dem König selber vor, wenn du genug Henkerrei in deinem Schritte verspürst. Ich möchte mal... Äußerst verdächtig. Männer, steht auf! Es reicht! Hier wird nicht so lange gekniet. Ich soll mich knien? Das funktioniert sehr gut, Henker. Aber nein, eher nicht. Nun, äh... Ich und der Magister haben eine Sägen zu erledigen. Frage den König selbst. Werter Prinz, ähm... Brauchen Sie aktuell Beistand? Eines meiner Gardisten oder sind Sie wohlversorgt? Mitnichten. Ich werde mir bereits schon einen Bogen aussuchen für die königliche Jagd nachher. Ah. Die königliche Jagd? Ja, wohl ja. Mein Vater informierte mich darüber. Hatte du dir schon niemals einen Bogen in der Hand? Junger Prinz? Ich hatte auch... Ich hatte doch auch noch niemals ein Schwert richtig in der Hand. Und dennoch war ich dazu imstande, zwei Leben zu retten. gestern vor den blutrünstigen, tollwütigen, riesigen Ebern. Ähm... Eure... Ich, ähm... Würde gerne auch den hiesigen Schmied, äh, aufsuchen, um mir einen, äh... Eine, eine, eine neue, äh... Nun, ich habe gestern in einem Duell gegen... Nun, Magister, wollen wir? Äh, äh, also gegen einen Zwielichten Mann meine Waffe verloren. Und, äh... Würde mir beim Schmied auch gerne eine neue Axt dranfertigen lassen. Der Henker hat also seine Waffe verloren. Hm. Wie? Hat er? Hat er gerade gesagt, er hat seine Waffen verloren? Ja, und er braucht eine neue. Nein, wollte. Hm. Ah. Da ist er doch. Oh. Der Wissen. Der Hof. Na, der Königliche. Oh nein. Oh nein. Lalalalala. Manch einer feiert sehr sein Haar, doch das ist falsch, das ist doch klar. Ast, Fried sei doch still, du Schuft, sonst endet's für dich in der Kraft. Wunderbar, 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 ich bin amüsiert. Besonders toll fand ich den Part mit dem... Alalalalalala. Wundervoll, wundervoll. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Wir müssen uns später noch unterhalten über ein gewisses Gemälde. Und nun verschwinde. Ja. Ja. Sehr wohl, sehr wohl. So, nun, Kadergast. Eure Majestät. Was habt ihr zu berichten? Zum einen wurde heute das Dorf von einem Bären angegriffen. Und dabei wurde das Schild des Rathauses zerstört. Seid ihr sicher, dass es sich dabei nicht handelte um euren, äh, haarigen Diener? Nein, in diesem Fall war es wirklich ein Bär. Ein Bär? Wie vermochte der Bär denn an dieses Schild zu kommen? Ähm, er ist mit äußerst hohem Tempo gegen das Gebäude gelaufen und dabei verstorben. Oho, und ich nehme an, ihr habt den Bären verjagt mit einem eurer Feuerbälle, den ich, äh, zu hören vermochte vorhin? Ähm, ich... Feuerbälle? Ich halte das für Hexenwerk. Der, der Bär wurde besiegt in eurem Namen. Das Dorf jubelte, lang lebe der König, da es ein Geschenk von euch gewesen sein scheint. Was? Was vermag ich denn mit dem Bären, äh, am Hute gehabt zu haben? Etwas Fleisch fürs Volk. Eine Gabe eurer Sache. Ah, natürlich. Ich bin natürlich ein gütiger und großzügiger König, äh, genau wie damals, als ich das Bärenfleisch an das Volke verteilte, der, je nach welcher er das Schild vom Rathaus schlug. Ich erinnere mich, als wäre es heute gewesen und als wäre ich anwesend gewesen. Hm. Sehr gut, Kadagas, sehr gut, sehr gut, Vater. Hm, hm, hm. Wir, Kadagas, auch wir müssen uns, äh, baldigst unter vier Augen unterhalten. Natürlich. Der lange des Reiches. Äh, 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 Herr König, wie euch! Kadagas, wollten wir das nicht unter, unter, unter sechs Augen machen? Ja, das andere, ja, das andere, ja. Ich erbitte, äh, Gelder aus, äh, der, äh, königlichen Schatzkammer. Auf den Teppich, du Lund! Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Und, äh, ich vergesse manchmal, wie groß meine Füße sind. Ähm, ich erbitte Gelder aus der königlichen Schatzkammer, um, ähm, den Kerker, äh, sicherer zu machen. Ich würde gerne beim, ähm, ähm, beim, äh, Schmied neue Schlösser in Auftrag geben. Und ich würde gerne eine, äh, Freizeitwaffe, ähm, fertigen lassen, da meine letzte beim, äh, bei einem kleinen Disput, äh, zu Bruch gegangen ist. So berichte er mir über jenen Disput. Äh, 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 der, äh, 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 äh. ehrenwert er der magier und ich waren unterschiedliche ansicht über gewisse trickseleien und ich wollte nur zur schau stellen dass eine wahre waffe niemals mit mit brüderchen und co konkurrieren kann und dabei ist nun ist wohl meine fackel mit seinem pulverchen in berührung gekommen und mir ist das so geht dann schläft um die ohren geflogen und deswegen ist dann leider auch meine waffe verloren gegangen ich würde gerne die wahre geschichte erzählen die waffe des henkers ist nicht kaputt gegangen die waffe des henkers wurde heute im dorf gefunden die waffe des henkers befindet sich im dorf der henker hat sich gestern in der taverne betrunken und hat vergessen seit wo er seine waffe verlegt hat nein ich möchte eindringlichst widersprechen eure hoheit ich habe nur ein ein glas wein getrunken und dieser dieser magie ist es war dass eure waffe vorgefunden wurde heute morgen im dorfe davon weiß ich noch nichts das ist mir wirklich sehr sehr neu ich war heute mittag bei wem ich lasse euch dies einmal noch durchgehen wenn dies ein weiteres mal vorkommt mein freund werden wir ein gespräch aber das ist die waffe gefunden worden bitte her magia als ich heute morgen im dorf war um bei dem bei der vertreibung des bären zu helfen habe ich vor dem postamt und dem rat aus gehört dass die waffe des henkers gefunden wurde und anscheinend noch intakt sei sie hat niemals einen kampf erlitten oder wurde jemals benutzt nun vielleicht war es ein neues modell aber eine andere erinnerung bei wem kann ich diese waffe denn finden ich werde mir sie selber angucken ich denke der schreiberling ist ihr richtige ansprechpartner werter henker ich werde mit ihm reden vielleicht herr kardagast offenbaren sie unserer hoheit noch was er noch vernommen haben aber ich muss jetzt leider von dannen königreich für eine schnelle königreich kurz dürfte sprich schnell der bürgermeister ist nicht anwesend ich habe es seiner vertretung übergeben und die darauf hingewiesen dass das nicht nochmal vorkommen sollte und ich habe den brief übergeben das ist ab danke und der brief an den jägersmann ja ein könig oder auch überreicht wundervoll so nun trollt euch an den fort bis auf karagast tretet näher auf dass ich murmeln kann sehr gut sehr gut wenn sie meiner sicht der dinge nicht haben wollen dann gebe ich mich ins dorf ich wusste nicht dass eine solche sicht existiert thoronimos 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 so kehre er mir nicht den rücken zu so komme er sofort zurückgeheilt er läuft rückwärts aus damit er nicht den rücken soll ich jeden einfangen eure königin sein nein nun ich habe sie recht falsch verstanden ich sollte zurückkehren ich habe sie recht falsch verstanden thoronimos 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 ich wusste nicht dass eine sicht eurerseits existierte von jenem vorfall so sprecht nun ich habe den werten magister den magister eingeweiht in folgendes porträt nicht wahr und er hatte vielleicht eine vermutung und die wollten wir mit euch unter unter sechzeinhalb augen besprechen euer diener ist ja auch noch anwesend so tretet näher auf dass wir uns beflüsterten vermögen auf dem bild was unser hauptmann mir gezeigt hat sah eine person sehr ähnlich unserem henker natürlich ist dies schwer zu erkennen da dieser grundsätzlich eine maske trägt aber nach seinem verlängerten schlaf gestern konnte ich den henker ohne maske sehen und eine narbe auf der rechten wange gleicht der narbe auf dem bild welches der hauptmann mir präsentiert hat ich dachte der henker nimmt seine maske niemals ab nicht mal zum schlafen ähm gestern nun womöglich werter lord könig da kann ich vielleicht etwas dazu sagen wenn sie sich das bildnis ich weiß es ist sehr schwierig für eure lord regentschaft dieses anzugucken aber es ist eindeutig zu erkennen dass alle personen einschließlich der verschmähten könig mutter die leider passiert die ewigen dankröne gegangen ist halt die klappe hat der euch gerade rein geredet in euren wundervollen satze so schlaget ihn mit der schnell bestrafung sterbe strafung sterbe strafung sterbe strafung oh ich glaube ich halte die ehrliche klappe wenn wir murmeln ich habe eine anfrage an den könig au nun stelle er sie und dann traule er sich in fort äh äh Conrad Trobellius der lokale Mistmeister wünsche ich eine Audienz bei Ihnen und Eurer Hoheitlichkeit nein er soll sich geduldigen und wird gehalten geführt sobald ich ist äh noch nicht er soll warten ich habe es satt folgt mir wir gehen jetzt in einen raum wo wir nicht gestört werden ach du scheiße das ist aber nicht sehr sicher gebaut eventuell sollten wir darüber nachdenken kürzere Wege zu schaffen so denn spreche auf die Stadt waren kommen ich mochte grad die 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 eisernen äh töne des drachens zu äh vielleicht war es auch eine Halluzination hm der Henker führt was im Schilde die ganze geschichte gestern im in der taverne wirkt sehr zwielichtig aha fahrt fort gestern eins möchte ich noch erwähnen bevor Entschuldigung machen sie weiter gestern saß der Henker mit mehreren Dorfbewohnern an einem Tisch und hat sich betrunken unter anderem Schweinebauern den Pöbel des Schreiberlings und hat seine Dienste für Privatexekution angeboten Skandal privat diese ist nicht im Bereich seiner Kompetenzen er ist der königliche Henker nicht der Pöbelige äh äh aus äh rekrutierbare Henker das ist ein Skandal sondergleichen gibt es Belege für jene Vorwürfe nicht dass ich euch nicht glauben würde Einen Beleg zu finden ist schwer, aber ich könnte eine Person finden, die wir dazu bringen könnten, dies zu bestätigen. Denn der Schreiberling wollte den Henker beauftragen. Wenn wir den Schreiberling herholen und ihm Glauben machen, dass dies möglich wäre, könnte er die Geschichte von gestern bestätigen. Und wenn ihr dies für einen weiten Plan haltet, so fahret damit fort. So, nun, ich hätte einen Vorschlag zu machen, werter Lord König, würdet ihr mir die Muster teilen, würde ich ein Schiff aussenden und ein Schreiben aussetzen, dass mein gefürchteter Bruder vielleicht für solche Aufgaben eingeschifft wird. Ich meine, er kann immer eine gute Münze gebrauchen und man kennt ihn als den schlechter, den Berg, den eisernen Berg. Jener eurer Bruder? Oh, meint ihr, dass wir zu so harten Mitteln greifen müssen? Seid ihr euch da sicher? Baloui weiß, dass ich den König manipuliere und deswegen will ich Baloui natürlich loswerden. Gut, werter König, dann gäbe es diese Möglichkeit. Nun lasst uns versuchen, die Kontrolle über den Pöbel erst einmal auf gediegenere Weise zurückzuerlangen. Doch wenn uns dies dann nicht zu gelingen vermag, wäre ich wohl gewillt, darauf einzugehen, auf den Vorschlag. Sehr gut. Aber ganz so günstig wird er nicht. Mich deucht, hier ist kein guter Ort zum Reden, dort unten wird so laut geschnacket. Hm, hm. Ach und zur Not, werter Lord König, erster seines Namens. Die Tür muss mal repariert werden. Und der Herr, werte Magister, könnte man ja auch, könnte, man könnte ja auch nochmal den königlichen Hofnahen dazu befragen. Ich meine, ich habe einen wunderbaren Kleinstkeller, wenn wir dem Henker nicht vertrauen, in meiner gar prächtigen kleinen Hütte gibt es einen Raum, dort könnten wir den Hofnahen... ...unterbringen und ihm unter einem Geständnis, äh, nicht wahr? Vielleicht kann der Magister auch aushalten... Unter Gewalteinwirkung ein Geständnis entlocken, ganz fabelhaft. Ja. Was hat denn? Nun, Lord König Shagos, erster seines Namens, natürlich habe ich mir das, äh, ja. Eure Majestät. Shagos. Shagos. Schagos. Schagos. Eure Majestät, es gibt eine Sache, die wir noch tun sollten, damit das Dorf wieder friedlich gestimmt ist. Nachdem Sie den Bären als Geschenk dem Dorfe zur Verfügung gestellt haben, also das Fleisch des Bären, sollten wir noch schauen, dass es eine Möglichkeit... In der Tat meiner Großzügigkeit, ich weiß. Ja. Nun, ich werde mich darum kümmern und mein, äh, gegröseliges Gefolge anweisen, dies zu tun. Das wird die Dorfbewohner sicher noch glücklicher stimmen. Lange lebe der König. Lange lebe der König! Ich werde mich jetzt empfehlen, denn ich muss meine Männer... Lange lebe der König, das bin ja ich! Ja, das sind sie. Ähm. Das sind sie. Ihre Lordschaft natürlich. Ich empfehle mich und werde meine Männer schleifen und werde einen Rundgang durchs Dorf machen, um nach dem Rechten zu schauen. Ich erwarte heute eine etwas härtere Hand von euch, Thoromir. Ja. Natürlich. Eure Lordschaft. Eure Lordschaft. Ich bin jetzt etwas Disziplin in den Pöbel ein. Bin fort mit euch. Wenn Sie bereit... Wann! Ihre Lordschaft! Seid ihr bereit für die... Seid ihr bereit für die Folterung des Hofnarrern, so, äh... Geben wir ja mir Bescheid, eure Lordschaft. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, aber, äh... Da es aus zweierlei Gründen, äh, 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 einen Grund gibt, dies zu tun, äh, werde ich wohl diesem zustimmen. Da wäre ja die Sache mit dem, mit jenem Bilde und die andere Sache mit dem Unfug in der Stadt. So, äh, leitet alles in die Wege. So denn? Gehabt euch wohl! Gehabt euch wohl! Ein Kadergast. Ja. Eure Majestät. Ich vertraue euch. Euch, meinem engsten Vertrauten, vertraue ich an, äh, euch in der Stadt, äh, um zu hören, schlau zu machen und zu versuchen herauszufinden, was es denn überhaupt mit der Rattenplage auf sich hatte. Denn wir wissen beide, dass das wohl keine herkömmliche... Oh, Kind. Was das Thema Rattenplage angeht, bin ich schon am Informationen sammeln. Wir haben jetzt Besuch, vorne am Tor, gottgleiche Musik, wenn uns jetzt in den Ohren klingeln. Und nun, äh, oh, verzeiht, ich habe mich nicht verstanden. Nein, ich höre doch, dass die Männer dabei zuhören sind. Ich erwarte. Oh! Nein, die Männer hören mich zu. Die ist so laut. Äh, ich möchte eine von euren spektakulären, äh, Entschwindungen miterleben. Spektakulär! Euer Wunsch ist mir Befehle, die noch sagen müssen. Ah, schade. Aber ich war jetzt, ich war gerade, äh, an meinen, an meinen Shortcuts wieder dran. Also, ich habe, theoretisch habe ich das hier noch. Wenn ich, äh, einen Zauberspruch sagen könnte oder will, vielleicht kommt das noch für die Stimme zum Einsatz kommen. Äh, apropos, äh, ich muss kurz was gucken. Ob ich mittlerweile meinen nicht funktionierenden Zauberstab bekomme. Ist man, ist es gewollt, dass man eine Stimme drüber hört? Ja, ist genau so gewollt, wie ich es eingestellt habe. Ich muss gerade ganz kurz gucken, ob mein passiver Zauberstab mittlerweile im Spiel ist, aber sieht nicht so aus. Also, ich habe immer noch keinen, äh, ich habe immer noch nur dieses Boneknife hier. Eigentlich sollte ich einen Zauberstab haben, der keine Fähigkeit hat. Aber so einen gewährmäßigen Zauberstab hast du nicht für Bären ohne viel Boom. Äh, ich kann euch noch zeigen, welchen ich noch habe. Äh, also einmal die Rakete, den Feuerball habt ihr ja schon gesehen. Aber ich kann theoretisch auch einfach Objekte anzünden, ohne Explosion. Geht von alleine aus. Ist hoffentlich, glaube ich, schon wieder weg gleich. Seid gegrüßt. Euer Gesicht kommt mir doch bekannt vor. Saßt ihr gestern nicht in dem Käfig? Oh, der Zweite, der mich drauf aufmerksam macht. In den letzten drei Minuten. Ja, das war ich. Das war ein Riesenspaß. Deswegen vertraue ich auf ihre Gutmütigkeit. Ja. Ach, kommen Sie, drei, drei Goldmünzen für zwei Biere. Die schmecken besonders lecker, die sind gut durchgeschüttet. Es tut mir unglaublich leid, so gern ich euch aushelfen würde. Ich trinke leider nicht. Das können Sie mir nicht erzählen. Ihre Gewänder, die ertragen Sie wahrscheinlich nur alkoholisiert. So läuft doch kein normaler Mensch rum. Dasselbe denke ich mir bei ihrem Gesicht auch. Aber ich bleibe lieber nüchtern. Auf, dann. Ich bin fort mit euch. Vielen Dank für Ihre Dienste. Ich werde mich umgehen um Ihren Fallkümmern. Das kannst du auseinandernehmen und weiterverkaufen. Vielen, vielen Dank. Der Fleischhändler ist nicht da, oder was? Gibt nur Obst. Hallo, Barde. Euer Tag läuft momentan nicht so gut, oder? Was habt ihr verbrochen? Was wollte der Eure Majestät von euch? Ich habe nur ein Lied dem König vorgespielt. Das ist alles in Ordnung. Der Hauptmann Toromir hat es auf euch abgesehen. Warum das denn? Das weiß ich auch nicht, aber ich bin sehr gespannt. Wir werden sehen. Passt auf euch auf. Gehabt euch wohl. Zeig die. Wie war sie? Herr Kanagas. Können Sie mir helfen? Sie können doch zaubern. Was wollt ihr? Ich habe einen leeren Brief von dem Idioten von Postbeamten erhalten. Können Sie mal gucken, ob Sie da Schrift drauf zaubern können. Oder ansonsten zaubern, dass er irgendwo hier auftaucht. Die sucht ihn schon den ganzen Tag. Zeigt mir den Brief. Das ist der leere Brief. Er war versiegelt. Oh, der ist anders. Siegel geöffnet. What the fuck? Krass. Ich brauche jetzt was Gutes. Habt ihr etwas Zeit? Ich würde das gerne genauer untersuchen. Ja. Ja, also, ich meine, ist ja nicht so, als könnte ich mit dem Brief was anfangen, ne? Hm, vielleicht. Ist das ein Geheimschriftbrief? Das versuche ich herauszufinden. Okay, vielen Dank, Herr Magister. Ich werde euch den Brief später wiedergeben. Aber jetzt brauche ich meine Zeit. Wir können auch später gucken, ob wir vielleicht einen Teil von meiner Schatzkarte finden. Ich habe da auf meinem Schiff was gefunden. in voll trunkenen Zustand, ich weiß auch nicht wo, irgendwo zwischen zwei Planken in der Ritze oder so. Und eventuell habe ich da einen Hinweis gefunden. Und wir könnten da mal zoomen. So, heute Abend irgendwann in der Taverne treffen wir uns. Das klingt gut. Dann bis später. Ja, vielleicht haben sie bis dahin meinen Brief entziffert. Ganz bestimmt. Ich bin ihr kleiner Frank. Oh. Der Prinz. Ja, redet weiter. Mein Gedächtnis lässt nach. Ich glaube, es war der Marktschreie Aster. Mein kleiner Frank. Ich werde es bestimmt erfahren. Seid gegrüßt. Der Henker war gestern Abend in eurer Taverne und hat sich betrunken. Er verlor seine Waffe. Das ist richtig. Habt ihr eine Information, wo sich diese befinden könnte? Nein. Entschuldigt. Das ist mir nicht bekannt. Vielen Dank. Das ist sicher, dass er sie bei uns liegen hat lassen. Die Waffe müsste sich vor eurer Taverne befinden. Da er sie nach mir geworfen hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass er sie verloren hat. Er hat bald seinen 17. Geburtstag. Na gut, na gut. Nein. Also, hier lag nichts. Dort hat sich wahrscheinlich jemand anderes dran bedient. Erklärt mir, warum tragt ihr diesen komischen Korb? Ich war gerade auf dem Markt und habe ein paar Besorgungen gemacht. Ich fürchte etwas unseren heiligen Orden. Sie tragen diesen Korb schon seit gestern. Und ich habe ein mulmiges Gefühl. Das sind ganz viele Merkwürdigkeiten. Auch der Regen bei Strahlen und Sonnenschein. Das mit dem Bären. Vorhin. Ich fühle mich hier nicht wohl. Der König hat den Bären geschickt, um das Dorf mit Fleisch zu versorgen. Lange lebe der König. Ich bin mir da nicht. Auch der Drachenangriff von gestern. Ich glaube, der König führt was im Schilde. Ihr zweifelt an den Worten des Königs? Nein, das tut sie bestimmt nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht, nein. Lange lebe der König. Lange lebe der König. Auf bald. Ich wollte was anderes sagen als König. Deswegen hatte ich wieder zwei Dinge vermischt. Es freut mich sehr Wunder, was die Frau Mutter Herrn Bomhoffs davon halten wird. Da sie ja doch auch die alten Traditionen pflegt. Ja, die alte Schreckschraube hat sicher ganz eigene Pläne für ihn. Und ich bin sicher, wohltätige Taten und Volksnähe tauchen nicht darin auf. Nun ja. Aber vergesst nicht, sie sucht noch eine Gattin für den Sohnemann und es gibt nicht sehr viele von Adel. Oh, meine Sicht. Was ist das passiert? Was, was passiert hier? Oh, Vater. Ich glaube, der Schornstein ist verstopft. Oh, nein. Was geschieht hier? Wo kam der ganze Qualmär? Oh, nein. Die brauchen irgendjemanden, der zählt. Ich wollte, ich muss Julie beschatten. Aber ich kann mich halt nicht irgendwo reinzaubern, ohne laute Geräusche zu machen. Ich habe Julies Stimme gehört. Was macht die Zofe da? Ich muss mehr Informationen über Julie und das Hanf rausfinden. Ah, das ist Maxi, der Bengel, wusste sofort, dass ich mich im Keller verstecke. Schweinerei. Ja, die Zofe ist eigentlich immer in der Nähe der Prinzessin. Warum war sie da? Einmal hat mir ein Kind vor scheinbar gefunden zu lassen. Er hat mich aufgeteilt und hat dazu gesorgt, dass ich überlebe, dass es mir gut geht. Und im Laufe der Zeit haben wir etwas herumexperimentiert. Wir mussten ganz bestimmte, sehr, sehr wichtige Merkmale der Magie kennenlernen. Gerade bezüglich Tiere. Und das ein oder andere Experiment haben wir dann ausgeweitet. Und so wurde an mir diese Schweinsnase herangezaubert. Die eine Person flüstert. Ich will wissen, wer das ist. Ich will wissen, wer das ist. Jetzt flüstert der auch. Sieht schön aus, ne? Das ist geil. Der Hofzauberer ist nicht im Geheimdienst, aber der Hofzauberer. Also ich habe ja mein eigenes Ding vor. Ich muss... Also die Person hier, die hier lebt, hat magische Fähigkeiten. Und ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall. Das ist doch die weiße Hexe hier. Und Galle ist sehr oft hier. Jedes Mal, wenn ich hier bin, ist Galle hier. Nein, kann ich schreiben. Galle ist die ganze Zeit hier. In Ordnung. Oh, Kadergast, habt ihr Maulkneralda gesehen? Nein, ich bin gerade erst hier angekommen. Wisst ihr was von Menschen, die denken, sie seien Katzen? Nein, davon habe ich noch nichts vernommen. Seid vorsichtig. Hier in den Büschen treiben sich solche nämlich herum. Oh, vielen Dank für die Warnung. Galle! Nun der entgabliche... Oh. Galle, ich richtig 50 Meter gegen den Wind. Galle, es bringt nichts wegzurennen. Du fällst auf. Was tust du hier? Was machen Sie denn hier? Meister, kommen Sie... Lassen Sie uns den Turm treffen. Ich habe eine tolle Nachricht für Sie. Ich bin nicht überzeugt. Der Turm ist hier. Wenn mich keiner sieht, muss ich auch keinen Rauch benutzen. Jetzt habe ich ja eh kurz Zeit, bis Galle da ist. Es dauert. Galle hat was vor, der Stinker. Du wolltest noch Quests aufgeben. Ja, aber erst mal habe ich dazu tun. Ich habe ja gerade selber zu tun. Ich muss mir auch erst eine Quest überlegen, bevor ich irgendeine mit Random zusammensuche. Du wolltest noch was zu den Wachen sagen. Die Wachen, die vor und auf der Burg stehen, also die ganzen Leute, die diese weiße Rüstung tragen, sind wirklich in Anführungsstrichen Statisten, die von Zuschauern von Chuggles und Toro und so gespielt werden. Und das ist unglaublich beeindruckend, weil die sind übrigens alle im Discord. Also die haben einen eigenen Channel. Die sind den ganzen Tag da. Und die haben auch einen eigenen Chat und so weiter. Und die nehmen das ziemlich ernst. Ähm, aber ohne die würde die ganze Immersion... Es kommt viel geiler rüber. Oh, fuck. Äh, deswegen habe ich einen Zauberstab, der nichts kann. Ähm, es kommt super krass rüber, wenn die, äh, auf der Burgmau stehen, wenn die die Tore aufmachen und so weiter. Wenn die, der König kommt und die verbeugen sich und so. Das ist, äh, das ist super krass. Also dafür, dass die so eine blöde, wenn man das wirklich so sagen will, Aufgabe angenommen haben, äh, finde ich das sehr, sehr cool. Also, ich finde das super, super krass, dass die das machen. Und der Grund, warum ich dazu heute was sagen wollte, ist, weil ich gestern zu einem so unfreundlich war. Aber auch nur, weil meine Rolle ja so ist. Deswegen tat mir das ein bisschen leid. Und ich hoffe, die Person weiß das. Wenn ich zu irgendwem unfreundlich bin, jetzt wie Gippie oder Mauki oder Wex oder so, dann wisst, dann, dann kennt man das hier alles. Aber ich hoffe, die Person weiß, dass das die Rolle war. Also, ich hoffe nicht, dass der da denkt, ich bin von ihm genervt gewesen. Das Zimmer von Galle kann ich zeigen, ja. Das hier. Das hier. Wurde aber auch Zeit. Könnt ihr, könnt ihr den Schreiberling herzaubern? Könnte ich, aber dafür gibt es keinen Grund. Warum? Es gibt wohl eben doch einen Grund. Wir haben so viel mitbekommen, den hat alles aufgeschrieben, aber der hat sich in den Wald versteckt und jetzt ist er eine Katze oder so. Er ist irgendwie verschwunden. Erzähl du mir lieber, was du bei der Weißen Hexe gemacht hast und was du ihr erzählt hast. Also, ich habe gar nichts erzählt. Das ist alles ein Plan. Und zwar, ich war zu aller, ich muss ganz am Anfang anfangen und dafür brauche ich eigentlich den Schreiber. Wir waren zusammen auf dem Weg zur Dame, zur Heldserien. Und so wie wir das gestern besprochen hatten, wollte ich ja heute hingehen und mir meine Vorhersehung holen und wir belegen, dass sie falsch ist. Und ich habe den Schreiberling mitgenommen, damit er mir quasi sagen oder das aufschreiben kann und dann sagen kann, siehst du, der hat es gelogen. So, das und vieles mehr. Und auf dem Weg dahin sind wir am Rathaus vorbeigekommen und da haben wir die schwarze Hexe gesehen. Grimm. Wie heißt er denn nochmal? Grimm? Grimm, ja. Grimm. Und die hat mit dem Helfer vom Bürgermeister gesprochen und die hat da ganz viel davon geredet, dass sie Leute töten möchte, dass sie schwarze Energie ins Leben rufen möchte und dass sie sehr vielen Leuten wehtun möchte. Und da hat der Helfer, hat dann ihr gesagt, pass auf, du hilfst mir und ich helfe dir und hat damit einen Verbündeten gefunden. Und zwar möchte der Helfer, möchte gerne Abführmittel für meinen Schreiberfreund haben und der Schreiber soll über den Prang und dafür wollen die jetzt einen Trick anwenden und falsche Nachrichten in der Stadt verteilen. Das war das allererste. Also die schwarzgekleidete Hexe, also die Grimm, die möchte sich mit dem Bürgermeisterhelferling zusammentun, um Unwahrheiten zu verbreiten und um Tod zu sehen. Und danach sind wir zur Serie gegangen und die hat uns gesagt, also sie hat mir gesagt... Es gibt keine Säherin, Galle. Die Wahrsagerin ist Notstabler, die kann nichts. Ja, die, gut, aber um das ja auch zu sagen, haben wir zum Beispiel, also sie hat mir zwei Sachen geraten und zwar zum einen hat sie mir gesagt, oh, oh, pass auf, jemand in deiner Nähe wird dich verraten, der ist nicht so, wie er zu sein scheint und ich habe ihm halt, ich habe dem nur gesagt, dass... Gretel und Grimm ist dieselbe Person. Dass ihr so stark seid und dass sie alle Macht beherrschen und dass sie mir halt auch zeigen, wie das geht. Aber als ob... Also ich habe zwei Freunde, den Schreiberling und ich habe euch meine Magistrikeit und als ob nicht jemand von mir verraten wird. Das können wir ganz, ganz leicht... Das können wir ganz, ganz leicht niederschmettern. Und das andere war, dass die weiß gekleidete Zauberin, also die Heilerin, mir helfen kann, meine Nase loszuwerden. Und um das zu machen, muss sie Magie anwenden, mein Meister. Und das wird sie erstens nicht schaffen und zweitens können wir so beweisen, dass sie Magie beherrscht, aber auch, dass sie das vielleicht gar nicht schaffen wird. Und dann können wir noch eine Unwahrheit... Warum sollte die weiße Hexe dir helfen, die Nase loszuwerden? Was musst du dafür tun? Ich muss nur ein paar Beeren sammeln und so. Sonst nichts? Keine Information? Nein. Nein. Mein Meister, ich würde sie niemals verraten. Davon gehe ich doch aus, Galle. Welche Zutaten brauchst du denn? Ach, ich muss ein paar Büsche... Büsche und ich muss ein Tier jagen. Aber um das Tier zu jagen, brauche ich eine Waffe. Und ich habe kein Gold, um mir eine Waffe zu kaufen. Also vielleicht könnten sie mir ein wenig aushelfen, mein Meister. Wie teuer ist eine Waffe? Galle. Ich weiß das nicht. Das müsste ich nachschauen. Das Schlimmste ist, der Schreiberling läuft immer noch durch den Wald und miaut rum. Ich suche den Schreiberling. Er hat alles aufgeschrieben. Du bringst den Erfahrungen, wie teuer eine Waffe ist. Und wir gucken mal, was wir machen können. Okay. Auf bald. Die weiße Hexe ist nicht die Wahrsagerin. Die Wahrsagerin ist gar nichts. Die weiße Hexe ist die Heilerin. Meinerseits nicht. Bei mir auch nicht. Meister, ihr müsst mir vertrauen. Sie sind mein einziger Freund hier. Mein einzig richtiger Freund. Wir machen das, Galle. Viel Glück auf deiner Reise. Ich kann wirklich Geld zaubern. Ja, theoretisch schon. Aber Geld... Das Geld ist nicht für mich. Also ich zauber... Ich kann... Ich kaufe nichts. Ich brauche nichts kaufen. Ich kann zum Beispiel, wenn Vex zu mir kommt und sagt... Magier, hast du eine Aufgabe für mich? Ich brauche unbedingt Geld, um mir heute Abend ein Bier kaufen zu können. Dann denke ich mir aus... Bring mir eine rote und eine gelbe Beere. Tanz dreimal im Kreis. Kriegst du eine Goldmünze. Ist natürlich Quatsch. Eine richtige Aufgabe. Soll es schon sein. Und dann drücke ich mein... Unten rechts. Mein Rastaler-Knopf. Und kann ihm eine Münze geben. Theoretisch. Das Geld, was ich sozusagen zaubern kann, ist... Es ist nicht so, dass ich irgendwem jetzt 1000 Gold oder so geben soll. Sondern ich soll den Leuten was zu tun geben. Irgendwer hat nichts zu tun. Er könnte zu mir kommen und von mir eine Quest anfragen. Und dann kann ich ihm eine Aufgabe geben, damit er ein bisschen Geld bekommt. Und um seinen RP weitermachen zu können. Ich mache mir ganz kurz was zu essen. Ich bin... Also, ganz kurz. Ich bin sofort wieder da. Kleinen Moment. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich gerade Gipi kein Geld einfach gegeben habe. Ich muss mir noch eine Aufgabe für mich ausdenken. Ich muss mir noch ein bisschen Geld machen. Geht's relativ gut zum Dorfplatz. Also. Ähm. Ja, warte. Das hier ist halt wirklich nur Deko. Da ist der Dorfplatz. Da unten. Ich will weiter den Plot mit Balooie festigen. Wer schleicht um meinen Turm? Ich frage Sie, Herr. Ich vermoge mich vor Ihnen. Wunderbar, wie Sie sie leisten. Der Schreiberling. Ich bin im Auftrag von Mr. Gippinger. Von wem? Im Auftrag von Mr. Gippinger. Wer ist das? Ich... Der, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Es ist der Mann mit der Schweinsnase. Du meinst Galle. Ja, alle. Richtig. Ich nenne ihn Mr. Gippinger, weil wir... Wir haben eine Freundschaft, die... Auf einer anderen Ebene stattfindet. Was kann ich für dich tun? Mir ist zuteil geworden, dass Sie mit mir sprechen möchten. Herr Schreiberling. Sie haben... Ihr habt der... Ihr habt der Piratin einen Brief gegeben. Einen versiegelten Brief. Dieser war aber leer. Was sollte drinstehen? Dieser war leer? Ich bin mir sicher, dass es ein Brief... Von... Ich weiß nicht mehr genau, von wem der Brief kam. Aber... Das kann nicht sein. Ich habe nachgeschaut, was in der ersten Zeile stand. Und es war in der Tat beschriftet. Was stand drin? Sehr geehrte... Kapitän in Holler. Und der Inhalt des Briefes? Das ist reines Briefgeheimnis. Ich darf das nicht erfahren. Ihr dürft es nicht erfahren? Oder ihr wisst es? Richtig. Ich... Ich darf ja wohl kaum die Briefe öffnen. Wer könnte den Inhalt des Briefes wissen? Ich schätze... Die gute Kapitän in Holler ist durchgehend bedruckt und redet wahrscheinlich mit der Hälfte des Dorfes über ihre Gedanken. Dementsprechend dürfte wahrscheinlich jeder davon Bescheid wissen. Wer ist der Absender des Briefes? Ich bin mir nicht sicher... Oh, es war ein Mann, der von weit und fern kam. Der heute Abend immer wieder abreißen wollte. Der in der Taverne ist aktuell. Findet raus, was in dem Brief drinstehen sollte. Und ich bezahle euch mit einem Goldstück. Ein Goldstück ist wahrlich, was ich bekomme, wenn ich einen halben Brief verschicke. Warum haben sie ihren Magistab rausgeholt? Ein Goldstück für den Inhalt des Briefes. Was möchtest du an meinem Turm? Ihr Brief gegeben. Ihr Brief ist in ihrer Hand. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Ich war sehr interessiert. Es ist ein so schöner... So ein schönes... Ich habe einfach den Anblick vermisst. Vermisst? Ihr wart also schon auf der Insel? Ich warte tatsächlich schon auf der Insel, bis mir die Ratten alles genommen haben. Sie haben Glück, dass ich mal die Papel rausholen kann. Aha. Es tut ihm leid. Das tut ihm leid. Es tut ihm leid. Die Piraten hat mich zuerst angegriffen. Sie haben es alle gesehen. Darf ich fragen, dass die Lose beklagen? Möchten Sie mir mal... Was ist hier passiert? Er ist unfähig in seinem Amt. Er hat mir eine leere Post. Er ist einfach niedergeschlagen. Nachdem du mich geschlagen hast, Postbode. Wenn ihr euch gegenseitig umbringen möchtet, könnt ihr ein paar Meter weiter gehen. Einfach nur, damit das nicht mit meinem Turm in Verbindung gebracht wird. Aha. Der Cudi wächst. Sind Sie sicher, dass Sie nicht einfach lesen können? Ja, ich bin mir sicher. Wir, offensichtlich, würden da Buchstaben zu großen Wurzeln, die keinen Sinn für Sie ergeben vielleicht. Ja, wenn Sie meinen, können Sie mir ja den Brief vorlesen. Ich habe Ihnen den Brief gegeben. Ja, ja. Sie können lesen? Richtig. Er kann auch schreiben angeblich. Ja, selbstverständlich. Ich bin der Postmann. Ich muss ja lesen, was ich... Also... Ich kann lesen und schreiben. Ja, aber von wem ist denn der Brief überhaupt gewesen? Der Brief war von einer Person, die von weit und fern kam. Die in der Taverne ihre restliche Zeit verweilen wollte. Ich kann mich aber nicht an den Namen erinnern, ich habe ihn nicht gefragt. Okay. Aber es schien drehlich zu sein. Ja, ja, ist super, wenn man dann den Brief nicht lesen kann, ne? Und sie den ganzen Tag nicht aufzufinden sind. Ich werde noch einmal meinen Vorratskisten nachschauen, ob ihr Brief nicht dort abgeblieben ist. Aber ich kann Ihnen keine Gewerke geben. Das wäre super, vorzüglich, wenn wir das direkt machen können. Ich glaube, die meisten Leute geben sich bei dem Sie auch keine Mühe mehr. Und das ist gut so. Es ist heute sehr viel angenehmer. Ich gehe auch mal zur Taverne. Dann kann ich noch zu Ende aufessen, dann geht es weiter. Ein Messer nennst du das, Schreiberling? Das sieht sehr aus wie etwas, dass ich mir meine Zähne in meinen Zahn stecken würde, um das Essen von gestern Abend herauszukrassen. Ich könnte dich pulverisieren, wenn mir danach ist. Also zeig ein bisschen Respekt. Ich wäre für Meht für alle. Das habe ich schon gesehen. Hi. Meht für alle. Meht? Vielen Dank für die lustige Spende. Wurden Sie gesättigt? Ich wurde in der Tat gesättigt. Sehen Sie, zu teilen und... Ich will Sie nicht verschärfen, es tut mir leid. Sie haben einen wunderschönen Stapel der Hals. Habt Dank. Kann ich auch ein Stück haben? Und dann, lasst uns aufgehen zu meinem Büro. Ich danke Ihnen für den Kürbis. Es war mehr für Glück. Sehr gerne. Hauptsache, Sie sind wieder glücklich und friedlich und möchten einander nicht umbringen. Ich glaube, der Kürbis ist kein Helm, oder? Das ist doch extra. Und seine Anzahl hat auch vom Glück. Ja, nein, nein. Äh, einen Taler. Der ist vor allem der Ähnlichzeit. Die war noch ein neuer. Eine Talersichel. Ja, die habe ich auch nachgedacht. Tja, ja. Darf ich mich vorstellen? Los Radamus, seines Zeichens, natürlich gelehrt haben. Wenn Sie möchten, könnten Sie dabei helfen, diese Plätze zu erlangen. Was gewesen ist, hätten Sie das vielleicht noch kann? Aber ich meine, hätte es vielleicht verleert. Sind die falsch oder sind die wahr? Nein, die sind falsch. Von wem kommen die? Das sind die Machenschaften. Von ihr. Von der schwarzgekleinerten Hexe. Und von dem Helferlein vom Bürgermeister. Ich kümmere mich drum. Vielen Dank. Hm, Hexe. Der König. Blase er weiter. Blase er weiter. Blase er weiter. Wollt ihr euch nicht für den König niederknien? No. Aber sicher. Das Problem ist, dass die Hälfte von denen nicht lesen kann. Aber es hat sich gut rumgesprochen. Du bist also involviert, was die Gerüchte angeht? Was für Gerüchte? Die Zettel, die ich mittlerweile alle gefunden habe. Alles Wahrheiten. Alles Wahrheiten. Mhm. Traurige Wahrheiten, über diese König ist. Wollen wir uns nicht anhören, was der König dieses Landes zu sagen hat? Lang lebe der König. Eindeutig. Wer rief dort gerade? Wer rief dort? Ich liebe königliche Verkündungen. Aber Vater, es wurde gesagt, lange lebe der König. Hört, hört. Eine königliche Verkündung. Hört, hört. Der König, eure Exzellenz. König. Und Majestät. Chagos, der Erste seines Namens. Volk. Führt und verkündet nun eine sehr gerdringliche wichtige Angelegenheit für eure Ohren. Volk von Rastalot. Sehr geehrte Edelleute. Händler, gemeiner Pöbel und sonstiger Abschaum. Ich habe euch etwas zu verkünden. Euer gnädiger und großzügiger König wird zu eurer Belustigung am freitägigen, am diesen freitägigen Freitagstage ein großes Turnier veranstalten. Ja, ja, Zeit zum Jubeln. Ja, ich gehe klappen. Hochlebens. War eine exzellente Idee, wie alle von eurer Hoheit. An jedem Turnier wird jeder teilnehmen können, der es vermag, sich ein Pferde zu besorgen. Eine Waffe und eine Rüstung. Zu gewinnen, als Preis, bringt nichts geringeres als... Trommelwirbel, haben wir ein Trommelwirbel? Ein Trommelwirbel. Hoffentlich fahren. Er ist das Trillux beim Counter-Strike-Spielen? Es geht um nichts geringeres als um die Hand meiner Tochter, der Prinzessin. Oh nein. Was? Wow. Warum nicht von Frank? Auch der Prinz wird in einem Schaukampf dieses Turnieres antreten, um euch eine Demonstration seiner königlichen Macht und Imposanz zu gewähren. Ja! Oh, der Schweine schlechter. Nee. Doch, der weiß das davon. Ich glaube nicht, nein. Schweiget! Der König hat noch weiter zu verkünden. Oh, Vater! Du hast... Ich weiß davon nichts. Nein, der Prinz macht ein Showmensch. Ich habe das auch kurz so rausgehört, aber der Prinz macht ja nur einen Showkampf. Er ist echt... So, des Weiteren ist zu verkünden, dass mir zu Ohren kam, dass gestern nicht jeder in dieser Stadt die angemessene Disziplin an den Tag legte. Es kam zuvor von Diebstahl und auch von Respektlosigkeit gegenüber der Königlichen Garde und sogar dem Hauptgarde. Respektlosigkeit? Ich habe gesprochen. Was? Nun hol ich den König für seine tollen Warnworte! Das ist so toll! Lang lebe der König! Lang lebe der König! Lang lebe der König! Wurde gesprochen, Vater! Wurde! König! Lang lebe der König! Lang lebe Rastelot! König! Wille! 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 Anna Militonin Wille! 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 ins Rennen schicken. Ich schick Gippie ins Rennen. Ich schick Gippie ins Rennen. Ich statte Gippie aus. Meldet euch bei mir, Pferder. Müsstet ihr das nicht wissen? Ziemlich spät zur Ansprache gekommen. Ich weiß nicht, was unsere Lordschaft darüber denkt. Wäre ja schade, wenn es jemand weiter erzählen würde. Ihr könnt mir ja ein bisschen erzählen, was eure Hexenfreundin so macht. Geräusch? Was für ein Geräusch? Was für ein Geräusch? Sie hat mir genau aus diesem Grund nicht gesagt. Wäre ja schrecklich, wenn irgendjemandem hier ein ganz scheußliches Schicksal widerfahren würde. Hm, sieh mal an. Diese furchtbaren Schicksale verkündet ich auch. Da liegt schon jemand. Nein, bitte helfen, dass ein Seminer stattfinden wird am Freitag. Ja, gut. Wie gesagt, ist alles gut bei euch. Wir brauchen auch die Hilfe. Ah, mein Bein. Lasst euch helfen von der Gauklerin. Wo ist denn eine Gauklerin? Genau neben ihm. Ich trage kein Messer. Nein, ich bin zu nah zum König gekommen. Ich bin zu nah zum König gekommen und wurde daraufhin verletzt von einer Wache. Oh, ich hab noch was in meiner Tasche. Dankeschön. Sie haben ihre Ratte verloren. Ihr habt eure Ratte verloren, richtig? Ja. Kauft euch was zu essen. Der König hat noch etwas zu verkünden. Verdammelt euch. Verdammelt euch. Du machst das sehr gut, Fisco. Oh, Freude. Eine Verkündung des Königs. Aber jetzt mal. Jetzt mal. Jetzt mal. Jetzt mal warten, was er zu sagen hat. Zeug euch bitte um Ruhe. Mir kam zu Ohren. Mir wurden mehrere Versionen einer Geschichte erzählt. Ich denke, ich habe mit meinem brillanten königlichen Geiste nun verstanden, worum es ging. Mir wurde zugetragen, dass der Bär in einem Bärenangriff stattfand auf das Rathaus. Der Bär schlug wohl das Schild vom Rathaus. Ein Bärenangriff? Doch, dann eilte mich die Nachricht, dass dies wohl doch nicht der Bär gewesen sei, sondern der... Trommelwirbel, bitte. Bestimmt was, Kulivex. Der Postmann. Und da nun Aussage gegen Kulivex. Kulivex. Der hat auch mein Haustier getötet. Was? Das war der Postmann unglaublich. Der Postmann hat auch mein Haustier getötet. Die Bären können hier eh nicht. Der König ist fertig. Äh, nun. Äh, Tüdelü. Ich wusste schon immer, dass Kulivex ein böser Mann ist. Soll ich Sie das andere vor, dass Sie sich auf der Straße entleeren? Dann tue ich dies. Nein, nicht. Und der glaubt, dass es von mir... Ne? Was ist das da jetzt? Natürlich. Der Sehner in eurem Gesicht. Hast du aufgepasst? Oh, vielen Dank! Vielen Dank für diese edle Spende! Der Kulivex, wie froh ist das denn mein Haustier? Ich denke, darüber müssen wir uns keine großen Sorgen mehr machen, wenn Herr Kulivex heute in einem Duell gegen einen Bären antritt. Ich hoffe, äh, der Herr Postmann verliert. Ich glaube, das wird passieren. Das ist der Jägersmann, Jägersmann! Zum König! Verdient! 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 Haben Sie Kontakt eigentlich zur Sumpffrau? Wie bitte? Haben Sie Kontakt eigentlich zur Sumpffrau? Ja. 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 Die Sumpfhexe war gerade sogar hier. Ich finde, die ist ne nette. Die sollten wir eigentlich besser behandeln. Finden Sie nicht aus? Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich finde, das ist ne tolle. Aber sieh auf! Ihr Turm ist so cool, so, 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 so speziell, so. Hab Dank, Werther Müller. In fremden Betten und isst von unseren Tellerchen. Schönen, schönen Tag noch einmal, ja. Auf bald. Ich bin ein einfacher Postmann. Ich lese und schreibe... Herr, Sie haben angeblich mein Haustier getötet! Was hatten Sie für ein Haustier? Ich habe hier auch noch Zettel mit Ihren Missetaten. Ich habe das Gefühl, das ist eine Ratte anwesend. Unter der Völkerung, die mich schlecht aussehen lassen möchte. Ja, Sie sind wohl die Ratte. Wenn Sie mein Haustier getötet haben, Sie Schwein. Kuliwex hat Muri Müller's Ratte unkühlig getötet. Haben Sie Schwein gehört? Ja, Sie Monster! Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe ein... Ich sehe ein immer wieder aufkommendes Problem mit diesen Notizen. Mein Name wurde falsch geschrieben. Ja, aber wir haben Sie als Problem! Kuliwex verfasst unzüchtige Gedichte über unsere Prinzessin. Ich würde niemals bei der Zeit jetzt damit verbringen, etwas so derartig Ekeliges zu machen. Nur, Sie Schwein! Warum versammelt ihr euch alle um mich herum? Ja, anscheinend sind Sie hier ein ganzes Problem für unser Dorf. Was soll der Mist mit dem Zettkuliwex? Ich habe nichts mit diesem Zettel zu tun! Kuliwex klaut Schüle und wirft sie ins Meer! Kuliwex klaumen nach haus. Pranger, Pranger, Pranger! 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 Der hat nichts gemacht! Pranger, für den Postmann! Pranger! Pranger, halte den D Solar! nach einem adeligen siegel aus der königsfamilie kommen kann ich nicht aber du kennen aber ihr kennt den inhalt des briefes immer noch nicht richtig das kann ich erfahren worum geht es denn erzählt mir mehr gebt mir ein paar informationen damit ich den könig konfrontieren kann aber warum ich werde das in erfahrung bringen mit fekalien um sich auf dem dorfplatz nun denn ab mit ihm an den prang hat jemand obst für den prinzen auch mich gelüstet ist nach diesen normalen spiele wann wirft man den stein eigentlich nur den mann schon wieder auf mümpfig nicht das erste mal natürlich ich erseife sie in ihrem eigenen weine wenn sie dies noch mal täte und dann schwindel schank meint ja wohl danke fürs verschonen ich habe heute zum 21 glockenschlag ich habe heute schon für mich langweilig soll gold ausgeben für essen und ich habe immer noch hunger das reicht hinten und vor allem nicht du musst dein gold wesentlich besser einteilen was willst du mit einem bogen meister ich muss das machen ich muss dieses tier doch töten ich überleg mir was galle wir benötigen eine mission die 15 gold wert ist ich lass mir was meine frau meine frau feinster wurftung feinster wurftung monatelang geweift mit besonderer flugkurve feinster wurftung der den gemüse ein bisschen günstiger mein pferd es wüxt aus äh entschuldigung es ist sehr schwierig an den prinzen herren zu kommen was sollt ihr denn nun wieder der äh vater der könig hat ihn zurück ich hab mir den bolzen auf mich genommen vielleicht äh versucht ihr es dort und äh versucht meine audienz beim prinzen zu erbitten das sollte funktionieren ihr könnt natürlich auch gerne mir sagen was ihr dem könig denn gerne mitteilen möchtet ich würde das nicht empfehlen nein ich denke das werde ich wohl dann unter vier augen behandeln nicht dass der könig eure anwesenheit nicht wertschätzen wird wir waren mal wieder zur falschen zeit am falschen holen nun wissen wir dass wir nicht zum könig wollen ja doch doch natürlich wollen wir zum könig oder den prinzen oder der prinzessin das königshaus könnte vielleicht gewarnt werden wissen wir was er verbrochen hat ihr habt wahrlich eure aufgabe mit bravur erfüllt denn es ist doch das wichtigste dass warnungen an das königshaus gebracht werden vor einer betrügerin ohne kräfte und einem hinterhältigen henker lasst mich euch mit einem einem taler für eure tapferkeit entlohnen ihr würdet doch nicht der grund sein wollen weswegen das königshaus in truppe gerät vielleicht werde ich aber der grund sein warum ihr das königshaus nicht mehr betreten werdet nun das scheint ja kein problem zu sein denn der prinz und der könig scheinen ja auch öfters auf dem dom nehmt nehmt dies als dank für eure dienste dann müsst ihr wohl warten ach und werter henker habt ihr eine narbe unter dieser maske an der rechten wange ich werde mich bei euch als bald melden sobald es messerarbeit zu verrichten das meine maske ist immer auf meinem kopf ihr habt lang geschlafen wäre ja schade gewesen wenn die maske dort einmal abgenommen wurde was haben sie getan auf bald ich sehe dass sie wunderbare wunderbare ich werde kurz unseren stamm betreuen gehen alles wundervoll und ich habe großes interesse an einer ihrer missgabeln im gegenzug würde ich ihnen erlauben was trägt sie hier zu meine familie schmiedet der generation für das königshaus nun dann zeige er mir seine wachen ich muss gipi irgendeine mission geben die 15 gold wert ist ihr helft dem müller ihr belebt seine ratte wieder was wollt ihr von dem armen mann haben die ratte würde wahrscheinlich mehr hilfe sein als der mann dort an dem feuerfass ja aber die ratte ist tot was verschlägt euch in eurer grässlichen gestalt in die stadt ich glaube herr müller möchte etwas von euch man sieht sich später herr magier ja haben sie immer noch keine lust irgendwie auf so coolere magie als so ein bisschen feuer also so wiederbelebenssachen nein immer noch nicht nein hat die schwarze hexe nicht geholfen bei dem unglaublich wichtigen anliegen noch nicht das dauert alles so vielleicht fängt fangt ihr euch vorübergehend eine neue ratte sie wird nicht das können was diese einzigartige ratte konnte aber dankeschön falls ich ihnen irgendwie mal helfen kann melden sie sich ich habe sogar eine waffe mir besorgt damit ich helfen kann bei allen möglichen dingen wenn ich eure hilfe benötige werde ich mich ganz bestimmt alles klar alles klar wir haben wie sie sind echten torner sie bezaubern gleichfalls der muri soll ich muss gibt ihnen eine aufgabe geben ich brauche ich muss den henker noch hops nehmen werter hauptmann magister karagast nun guckt welch gar prächtigen morgenstern ich in meinen händen halte wurde die waffe des werten henkers gefunden ist mir noch nicht bekannt diese habe ich gerade beim schmied erworben und ihr wisst wie man eine waffe schwingt natürlich ich habe in vielen schlachten geschlachtet das ist bestimmt einige jahre her aber ihr werdet sicher auf dem schlachtfeld ganz prachtvoll gewesen sein es ist ja alles tatsächlich hier mein urvetter der in unserer historie als einer der prächtigsten krieger in unserer familie bekannt war er war derjenige der einem anderen das goldene renkei stahl und ihn besiegte in jeglicher sei es in einem wettkampf sprung wettkampf in einer in einer gar lösbaren labyrinth rätseli da war er er war so kühn und und hervorragend dass er auf ewig in den analen einging in unserem familien wappen und natürlich färbt dies auch auf mich ab oh die geschichte wurde auf rustelot also falsch vermittelt drüben auf dem festland gibt es einige statuen die einen einen mächtigen mann zeigen der in diesem zweikampf bravourös und fehlerfrei gewonnen hat der ritter ja wie sie ihn nennen scheint damals in die lava gefallen zu sein und wurde von einigen leuten belächelt hörst du mal zu in unserem landen ist ein mann der in einen vulkan springt wohl der wahre hält nicht wahr zwischen springen und fallen liegen welten werte hauptmann ob gesprungen oder gefallen der mut eines mannes beweist sich erst wenn er die lava überlebt hat hauptmann hauptmann zugesichert bekommen darfst du etwas nicht noch einmal hauptmann hauptmann wie sie meinen meine kräfte sind ihr sehr verehrt ich meine das goldene eis du nennst Magister ja 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 Herr Magister wen wollten sie denn dazu befragen ich meine wer hat denn die Henkerswaffe ich glaube die Henkerswaffe befindet sich im Rathaus ich habe es leider nicht vernommen wer von den pöbeligen pöbeln die Waffe aufgehoben hat ja nun leider ihr seid noch bestimmt der Waffenspiel nun vielleicht frage er noch mal nach rutsch vor der dem Henker gebe er diese Information dann kann er sie sich ja selbst abholen ich werde rausfinden wo die Waffe ist ein Pferd an was braucht man denn wollte das noch ein hm noch nicht komm schon nicht legen nicht legen nicht legen ich werde patrouillieren ich suche den auf bald werter Wachmann erwachtest auf bald Magister Schreiberling das störe unsere Unterhaltung habe ja nichts zu tun ja das ist korrekt und da bin ich schon ein wenig mit dem Kreis runtergegangen aber das dauert natürlich auch die das ganze Material zu verarbeiten womit hat womit hat womit hat womit hat Baloui auf mich geworfen welche Waffe hat er verloren eine Keule da habt ihr natürlich recht und da braucht man natürlich auch erstmal Eisen für und so weiter und so fort hm auch was könnten wir uns denn eine jetzt bin ich ein Bade und ich tausche tatsächlich eigentlich immer meine Dienstleistung gegen Materialien so funktioniert das schon immer im Angesicht äh äh aller Götter und äh gezackte Eisenkeule habt ihr vielleicht habt ihr vielleicht ähm äh Verwendung für äh ich weiß nicht mehr was er geworfen hat leider muss den Schmied fragen ob er mir dasselbe nochmal schmieden kann schlag einfach den schmieden um vielleicht den schlistern die beiden frischen circa uns vor dr sec ist das nicht eine quest für hippie ich muss erst rausfinden was es ist danach kann ich die über auftragen muss gibt ja irgendwie einen schuldigen finden lassen hippie muss die keule dann irgendwo verstecken dass man brauche ich erstmal brauche ich die info ob der hänker schon hier war vielen vielen dank und vielen dank ich habe den bürgermeister nicht gesehen wart ihr schon im rathaus er schrie soeben um hilfe ich konnte nur nicht sehen woher woher wo die schreie woher die schreie kam aus dieser menschentraube dort drüben sie werden sich doch ihr werdet euch doch jetzt nicht etwa vordrängeln ihr seid der schmied werter schmied namens teufelshammer ich würde gerne erfahren ob der könig senker heute schon hier war ich habe schon wieder königs gesagt schwindelgast ich meine kadergast jetzt seid ihr nicht dass ich gerade in einem gespräch bin aber es gibt ein kleines problem mit schwebenden pferden im schloss ich werde ich werde ich werde zur burg eilen muss nur eine frage noch stellen war der henker heute bei ihnen welche waffe hat der henker schmieden lassen tatsächlich hat er sich keine waffe schmieden lassen sondern er wollte etwas ausprobieren mit einem pixar 3000 ein langer holzstab mit einer spitze ich werde wahrscheinlich noch einmal wieder kommen müssen ich brauche die waffe des henkers ein exakt identisches eine exakt identische keule müsste es gewesen sein ich brauche die henkers keule sind sie dazu in der lage seid ihr dazu in der lage definitiv so was kriege ich hin was würde mich diese keule kosten die keule selber die habe ich dem schmied für 17 taler verkauft ich würde sie ihnen natürlich für 12 taler überlassen dann werde ich meinen untertanen galle später zu euch schicken jawohl herr magier hab dank ich muss dringend zum schloss entschuldigt bitte diesen kleinen auftakt das will der könig was ist das das ist das was ist das was ist das oh ihr sitzt auf dem thron des königs ja natürlich ansonsten wird der thron kalt und wenn der thron kalt wird krieg ich auf die fresse Und ihr wärmt den Thron mit eurem Hintern? Natürlich, und danach wird er poliert. Wo sind die Pferde? Die fliegenden Pferde? Folgen. Folgen sie ihr. Sehr gut, Wämmann. Oh nein. Hier schwebt das Pferd. Es handelt sich um dieses eine Pferd. Das ist vollkommen richtig, ja. Das ist nicht gut. Dunkle Magie. Wem gehört das Pferd? Äh, der König hat das aus dem Heu gezaubert. Ich habe gedacht, das wäre ein humoristischer Spaß von Ihnen, dass Sie das Pferd zum Fliegen gebracht haben. Hm, nein, das war leider nicht ich. Hier steckt andere Magie. Das ist vielleicht ein Hexenwerk? Ja, das kommt dem schon sehr nah. Deswegen muss ich rausfinden, wer der Besitzer des Pferdes ist. Nö, äh, ich würde sagen, es ist besitzlos und befindet sich in den Ställen des Königs. Wer der Besitzer des Pferdes war. Kann ich eh drücken an dem Ding. Hm. Möglich, das Pferd zu befreien, ist es bestimmt. Aber ich benötige Zeit. Nehmen Sie sich all die Zeit, die Sie brauchen. Der König ist planen auf Jagd mit genügend Geulen. Wie ist das passiert? Ich kümmere mich um dieses Problem. Nicht dagegen vielmals. Die Frage ist, wie ist es hier hingekommen? Es wurde so gespawnt, oder? Die einzige Möglichkeit ist das Pferd. Perfekt. Hab das Problem gelöst, ich bin einfach der Magier. Ich glaube, in Atmen hat das Pferd despaunt. Und es fliegen Admins, glaube ich, überall rum, äh, nebenbei, die unsichtbar sind und sich das Ganze noch angucken. Wahrscheinlich war gerade jemand da und, äh, hat sich darum gekümmert. Der Henker ist noch in der Burg. Warte, das, ich, ich gucke mir gleich an, was der Henker meint, aber ich gucke eben, ob das Pferd hier nicht ist. Äh, ja, da ist ein neues Pferd. Perfekt, da war gerade keins drin, ne? Schwebt ein bisschen tiefer, das muss reichen. Schwebt ein bisschen besser. Hm, euch habe ich gesucht. Ihr wart heute beim Waffenschmied? Nicht nur beim Waffenschmied. Ich werde eure verlorengegangene Keule finden. Und wahrscheinlich wird sie irgendeinen Bauerntölpel haben. Das ist nicht nötig. Ihr habt die königliche Waffe verloren. Was denkt, ich habe... Eine königliche Waffe? Das ist nicht dieselbe. Ich habe sie wiederbekommen. Ihr habt sie schmieden lassen. Das... Das... Dies ist die Waffe, die ich mir habe schmieden lassen. Dies wurde mir von einem, äh, auf dem Marktplatz befindlichen, äh, Menschen, dessen Name ich vergessen habe. Äh, übergeben. Und wer soll dir das glauben? Jedem, dem ich das erzähle. Es wäre schade, wenn eine identische Waffe auftauchen würde. In den Händen eines Bauern. Was habt ihr vor? Königliches Eigentum zu verlieren. Was habt ihr nicht getan? Seid ihr nicht der Meinung, ich manipuliere den König? Tut ihr das etwa nicht? Unterstellt ihr mir das? Was ihr mit diesen blauen Steinen gemacht habt? Es geht über deine Vorstellungskraft hinaus. Ich bin mir sicher, dass ihr meinen Freund mehr als nur manipuliert. Ihr sagt ihm, was er zu tun hat, wo er hingehen soll. Haltet die Leute ab, die ihn warnen wollen vor irgendwem. Und, äh, äh, sorgen dafür, dass er anfängt, mir zu misstrauen. Das ist, äh, äh, äh... Ihr habt euch in der Taverne betrunken, euch mit Bauern unterhalten, eure Waffe verloren. Es geht ganz schön bergab für den Henker. Habt ihr dem König eigentlich von dem Schmied erzählt, der vorhat, eine der Wachen zu töten? Ich habe dem König erzählt, dass ihr private Henkungen annehmen wollt. Das habt ihr nicht. Das habt ihr nicht. Das habt ihr nicht. Ich, ich, äh... Ja. Ja. Ja, ja, ich, ich werde... Ihr, 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 ihr hinterhältiges, äh... Ähm, 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 äh, ihr, ihr Mist, Mistvieh. Ihr hinterhältiger, äh... Äh, 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 möchte gern Zauberer mit billigen, äh, Tricks. Und dann auch noch meine Freundschaft mit, mit dem König Zerstörend. Ich werde etwas gegen euch finden. Und wenn es... Ganz, mein ganzes Leben kostet, Ich werde meinen Freund für euch warnen und beschützen und ich lasse es nicht zu, dass ihr weiter dafür sorgt, dass er an mir zweifelt. Das lasse ich so nicht zu. Erstmal wird der König die originale Keule des Henkers im Dorf finden und nicht die neu geschmiedete in euren Händen. Ich habe die Originalwaffe in meinen Händen. Es ist die originale. Das erzählt ihr den Leuten. Ich weiß es, weil ich persönlich diese... Ich werde den Zeugen finden. Der wird für mich aussagen. Ich weiß nur nicht mehr, wer es war. Ja. Mal schauen, was der König dazu sagen wird. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So viel Niedertracht, aber das habe ich schon immer von euch vermutet. Ihr seid eine Krankheit, eine Pest für dieses Königreich. Schlimmer als... Könnt ihr mal aus diesem Fenster hier schauen? Entschuldigt. Ich bin aus Versehen an euer Gesicht gekommen. An eure rechte Wange. Ihr solltet eure Wunde verheilen. Nicht, dass noch eine Narbe hinterlassen wird. Wachen! 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 Der Magier hat mich angegriffen. Wachen! Wer schreit nach dem Wachen! Wer schreit nach dem Wachen! Hauptmann! Hauptmann! Ein Moment, bleiben Sie genau hier! Wo sei denn hier! Hier draußen! Draußen! Warum draußen? Hier, hinter ihm! Hinter ihm! Hier, wo ihr gerade wart, Hauptmann, bei eurem Pferd! Entschuldigung, es gibt etwas Aufruhr in der Burg. Warum das? Der Kerkermeister ist gestolpert und hat mich angerempelt. Und nun erzählt er, ich hätte ihn angegriffen. Aber es ist natürlich nichts passiert. Der Kerkermeister, der Henker und ich, wir haben natürlich kein Disput. Und das wollte ich euch natürlich noch mitteilen. Gut, Herr Magister, ich brauche Ihre fähigen magischen Künste. Kommen Sie mit. Sehr gerne. Herr Unibert, geleitet er den Gefangenen auf dem Skistand? Auf den Skistand mit ihm, vorwärts! Na, da bin ich doch gerne anwesend. Ich glaube, ich kann dieser ganzen Sache nicht ganz folgen. Ich wage zu behaupten, dass es eigentlich um ein Mr. Stands ging und wir deswegen den König wirklich darauf hinweisen wollen, dass es eins war, nicht wahr? Keine Widerrede! Erstmal auf den Skistand mit ihm. Der Hauptmann hat gesprochen. Sehr gut. Und so, setzte er ihn hier auf den Stuhl. Da, drauf! Nun, Herr Unibert, jetzt erkläre... Schweig! Herr Unibert, jetzt erkläre er mir nochmal und dem Magister, um was es sich genau handelt bei dem Dorfschreier. Was ist genau vorgefallen? Was ist passiert? Weswegen ist er hier? Und weswegen sollte er zum König? Also, ich war unterwegs auf dem Marktplatz und dann wurde Herr der Magtschreier von hinten von einem wild umherfliegenden Bolzen getroffen und die anderen Königsgardisten, also, haben gesagt, dass wir ihn aufhalten sollen, denn er wird gesucht vom König und wir sollen ihm die König vorführen, währenddessen hat er uns dann noch zu einer adeligen Dame geführt, die von einer Sau angegriffen wurde und dann waren wir bei der Heilerin, dann sind wir zum Schloss, dann sind wir zu ihnen und dann sind wir wieder zum Schloss. Und jetzt sind wir hier. Das bedeutet folgendermaßen. Aber warum, weiß ich nicht so wirklich. Also, diesen königlichen Befehl hattest du vor all diesen Aktivitäten, dass du bei dem Schwein, bei der Adeligen, bei der Heilerin, bei der Tavernin warst, den hattest du schon bekommen? Ja. Und warum, zum Geier, gehst du dann mit ihm nach zu einer Adeligen, zu einem Schwein, zur Heilerin, zur Wahrsagerin und sonst irgendwo hin und bringst ihn nicht sofort zu dem König? Nein, er hatte einen Bolzen im Rücken. Ich, 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 bitte, bevor ihr jetzt zuschlagt, ich glaube, der Herr hinter mir ist besser im Schwert schwingen als mit Worten. Ich, ich, ich kann Ihnen den Zusammenhang erklären, wenn Sie sich bitte kurz gedulden, bitte nehmen Sie die Keule runter. Wirklich, bitte. Bitte nehmen Sie die Keule runter. Es ging darum, dass ich nur einen Wachmann auf dem Marktplatz darauf hinweisen wollte, dass eine Adelige gerade kurz vorm Sterben ist, weil sie von einem Wildsau angegriffen wurde. Er bin nicht ganz schnell zum Markt gerannt. Der König hat fälschlicherweise gedacht, dass ich ihn in seiner großen Rede unterbreche, obwohl ich nur nach Hilfe geschrien habe. Daraufhin ist er so entzürnt gewesen, dass er mir den Bolzen hat in den Rücken jagen lassen, um nur die Leute eigentlich zur Adeligen zu führen, die halt verletzt war. Was sich letzten Endes als richtig herausgestellt hat, weil der Herr dann mit mir da hingegangen ist, als ich bereits gefesselt war. Ich bitte um Entschuldigung. Wir wollten Sie sofort wieder da. Ja, erzählen Sie, was kann ich für Sie tun, Herr Hauptmann? Für euch? Können. Nun, werter Magister. Beherrschen Sie einen Wahrheitszauber, mit dem Sie die Zunge vielleicht des Dorfschreiers überprüfen, ob er denn wirklich das, was er gerade gesagt hatte, untermauert, also dass es untermauert sei? Ich könnte es versuchen. Astfried. Der werte Hauptmann würde gerne die Wahrheit auf seine Frage hören. Was sind Ihre Gedanken? Oh Gott, ich... So werde ich sprechen. Ich habe heute Nacht ins Bett gepinkelt. Upsi. Ast... Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Ast... Oh Gott. Ast... Hast du dem König widersprochen in seiner Rede? Es war keine Rede. Es war eine Unterhaltung. Dies ist ein Unterschied. Hast du dem König Treue geschwört? Mein ganzes Leben. Aber darum ging es nicht. Ich habe nach einer Wache geschrien, um die Frau Adelige, angegriffen von einer Wildsau, zu retten. Wie funktioniert Ihr Zauber nicht so ganz? Er redet perplex. Ähm... Hast du in den Königlichen Garten geschissen? Muss... Wieder... Wiederstehen! Ich weiß nicht, was los... Habe ich. Das hat mich in der Tat... Aber das war keine Absicht. Das war eher ein fahrlässiger Schiss. Ich konnte mich nicht beherrschen von... Bin vor einem Dach gefallen. Und dann landete ich da. Siehe da in meinem eigenen Kot. Ach, Hexerei. Nun Magister, hole er ihn zurück. Das ist gar... 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 Schwarz, Magie? Astrid. Vielen Dank für eure Antwort. Und nun... Komm zurück. Konntet ihr erfahren, was ihr wolltet? Als Hauptmann? Oh! Ja, das konnte ich. Und dann werde ich ihm trotzdem dem König vorführen, sobald er irgendwo aufgeschlagen ist. Aber ich werde Herrn Astrid in diesem Zuge für heute erstmal auf freiem Fuße setzen. Denn die Anklagepunkte scheinen nicht so schwer zu sein. Gut, äh... Egal, was gerade passiert ist... Bin der Astrid los? Ja, ja, ja. Wenigstens dem König, dass das, was ich getan habe, nicht mit böse Absicht gemacht wurde. Das wär's. Dankeschön. Äh, darf ich gehen? Oder muss ich warten? Bleiben Sie im Moment. Ich bleibe Sie nach außen. Genau. Folge erst, Herr Sunibert. Und mache er sich davon, Mark Schreier. Gehe er seinem Tagewerk nach und schreie er. Magister! Ich wusste gar nicht, dass sie... Dass sie Seich Zauber beherrschen. Ja, ich arbeite noch, Ramil. Dass sie Seich Zauber beherrscht. Aber... Ich lerne dazu. Ich lerne dazu. Hm. Hm. Ich muss leider die beiden da hinten noch aufhalten. Die führen wieder was im Schilde. Naja, lassen Sie sich... Lasst sie euch nicht aufhalten, Magister. Seid gegrüßt. Oh. Werter Henker. Werter Bade. Ich wusste gar nicht, dass ihr schon auf seid. Wir sehen uns heute zum ersten Mal. Ihr wisst, dass das eine Lüge ist. Wir haben doch schon besprochen heute. Ja, ihr natürlich. Aber den Henker habe ich noch nicht getroffen. Glaubt ihm kein Wort. Wir haben uns vorhin getroffen. In der Stadt. Und hier. Im... Hinter dem Kerker. Zweimal. Hinter dem Kerker? Nein, ich musste dem Hauptmann helfen. Die ganze Stadt übersehen hat, dass wir... Wir haben uns aber in der Stadt getroffen. Wenn ihr hier schon das verleugnet. In der Stadt waren so viele Leute anwesend. Alle wissen, dass wir heute schon miteinander gesprochen haben. Sie sind ein Scharlatan und Lügner. Sie unterstellt mir das Lügen? Werter Henker? Aber wir verstehen uns doch sonst immer so vorprächtig. Vorzüglich, wollte ich sagen. Ich möchte mit euch nichts zu tun haben. Gehe. Was hat der nur gegen mich? Vorprächtig. Vorzüglich, wollte ich sagen. Warum verschwindet ihr denn dauerhaft? Würdet ihr uns bitte in Ruhe lassen? Ich möchte eure Anwesenheit nicht in meiner Nähe. Ich müsste wahrscheinlich einmal mit dem Baden reden, werter Henker. Dies wäre von äußerster Wichtigkeit. Aufgeheißtes König. Er möchte ja anscheinend nicht. Nun, wenn es etwas ist, was den König angeht, dann darf ich als ein Freund natürlich nicht etwas nicht mitbekommen. Ihr seid lediglich der Henker dieser Festung. Dies ist von einer Wichtigkeit, die ihresgleichen nicht benötigt. Freund. Fisco, äh, ich, ähm. Nun, äh, ich werde mich bei dir melden, wenn das dir vorbei ist. Ja. Fisco, folgt mir. Was hat der Henker euch erzählt? Also, wir haben eigentlich hauptsächlich über das Wetter gesprochen. Ist aber auch sehr gut, das Wetter heute. Was hat der Henker euch erzählt? Was ist das denn? Ein großes, dickes, gutes in eurer Hand? Das wollt ihr nicht herausfinden. Sagt mir die Wahrheit. Äh, ich, 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 äh, das Wetter, ich hab das schon erzählt, das Wetter und alles und, uh, 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 uh. Fisco, schaut mir in die Augen. Was hat der Henker euch erzählt? Er hat irgendwas erzählt von, äh, von Messerstechereien in seinen, in seinen Rücken, äh, aus eurer Richtung grob. Oh Gott, äh, ah, wie ist schlecht, oh Gott, wie ist schlecht. Reißt euch zusammen, Fisco. Oh Gott. Äh, 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 ja, aber, äh, das war eigentlich schon alles, äh, mehr weiß ich nicht. Fisco, wenn der Henker euch irgendwas über mich erzählt hat, dann habt ihr das komplette Gespräch des Henkers in den letzten 20 bis 30 Minuten wieder vergessen. Fisco, was habt ihr heute noch vor? Äh, 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 oh, noch mal. Ihr wolltet den König sehen, aber leider ist der unterwegs. Ja, ich, ich schreibe noch an einem Lied für den, äh, für den Prinzen. Oh, da bin ich aber sehr erfreut. Ich, äh, denke, das wird ein, eine unglaublich gute Stimmung hervorbringen. Ja, da bin ich mir sicher. Und, und auch bei dem guten Wetter hier. Ho, es ist aber gutes Wetter heute. Nicht wahr, nicht wahr. Ganz vorzügliches Wetter. Fisco, ich möchte ihre Zeit gar nicht länger in Anspruch nehmen. Schreibt an dem Lied und unterhaltet die Leute. Ja, das werde ich tun, mit Sicherheit. Auf bald, gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Was ist das hier eigentlich, der geheime Ausgang? Der königliche Exit? Ja. Wer beschattet mich hier? Und wo ist er hin? Ha. Oh. Irgend, das war keine Wache da oben. Nee, 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 nee. Das sah aus wie so ein Lederpelzmantel. Nee, 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 die Admins sehe ich nicht. Die sind wirklich unsichtbar. Ach so, und wenn meine Stimme nicht ankommt, das wird daran liegen, dass ich in... Also, wahrscheinlich habe ich im Windows nicht das richtige Mikrofon drin oder er hat wieder umgestellt. Er hat wieder umgestellt. Aber ich glaube, wenn ich jetzt umstelle, hört mich keiner. Glaube ich. Ich kann es mal versuchen. Aber ich glaube, jetzt hört man mich nicht mehr, Inge. Das muss ich testen. Ich weiß nicht, ob du live umstellen kannst. Ach, schade. Ich hätte... Es wäre natürlich geiler gewesen, wenn Asta mich auch gehört hätte. Also, meine geänderte Stimme. Ich hoffe, es war für euch trotzdem cool. Fands nice, dass Asta seine Stimme halt auch geändert hatte, weil ich dachte, er hat meine Stimme gehört. Aber anscheinend hat er das auch einfach so gemacht. Also, nice. Aber ich hätte das auch gerne... Ich hätte auch gerne gehört, dass er das bei mir mitbekommt. Na gut, okay. In meinem Magier-Turm muss ich nicht sein. Ich kann... Ich kann versuchen, jetzt Gipi eine Aufgabe zu geben, damit er in Gold rankommt. Oh nein, Gipi hat um 21 Uhr. Scheiße, ich muss Gipi erst das Geld geben und muss ihm wahrscheinlich danach wirklich eine Aufgabe geben. Er braucht ja das Gold, damit er das Bogentraining machen kann. Wäre doof, wenn das nicht geht. Ich muss erst mal jetzt irgendwen finden, der mir sagen kann, ob er mich noch hört. Die Kirche, richtig? Ja, richtig. Ich hab euch im Auge. Ihr seid der Magier, richtig? Ich bin der Magier, richtig? Ja. Ja, ich steck mich hinter euch. Verschrecken Sie meine Kunden hier? Eure Kunden von der Kirche? Sie möchten Waffen? Nein. Nicht die Kirche. Die Leute, die hier hinten vom Markt kommen könnten. Warum sollte ich die mit meiner Anwesenheit verschrecken, Werther Schmied? Na, sie sind schon für einige Leute eine große Respektsperson. Und ich glaube, die Leute würden sich dann fernhalten. Ich würde doch dem Dorf nur Gutes tun. Ich helfe, wo ich kann. Ich bin der Berater des Königs. Ein Mann des Volkes. Lang lebe der König, oder? Da ist das Dorf überzeugt. Lang lebe Rastalot. Genau. Nicht wahr? Werte Kirchenmitglieder. Hm. Natürlich, natürlich. Lang lebe der König. Ja, lang lebe der König. Wo ist meine Ratte? Da kommt der Teufel höchstpersönlich. Der Magier. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt? Ich sitze nur etwas hier. Wenn ich was zu trinken möchte, sage ich Bescheid. Äh. Ich bin aber so mies. Ich gehe lieber. Luna, ich bin kurz weg. Ich muss was erledigen. Okay. Ja, werter Kollege. Oh, oh, tatsächlich? Ähm, von wem? Das ist schon cool. Ich finde das nicht schlecht. Die Leute, die Leute haben ja auch, also, die Leute haben ja Angst vor dem König. Ich danke euch. Setzt euch doch zu mir. Und, äh, mittlerweile hat die Kirche wahrscheinlich ein bisschen Einfluss. Deswegen ist das, äh, ich bin einfach nur hier, um Stress zu machen. Ich will, ich muss gar nicht beliebt sein, sondern es ist schon cool. Es ist schon cool. Es sollen alle... Oh Gott, oh Gott. Schankwein? Darf ich doch mein Bier bitten? Wisst ihr, wo ich die Heilerin finden kann? Auch für meinen Kollegen beteiligt. Die Naturheilerin, ja. Soll ich Ihnen... Oh, das ist aber sehr freundlich von euch hier. Ich kann Ihnen gerne den Weg zeigen. Vielleicht kann ich Ihnen Fragen beantworten. Ich würde auch gerne zur Heilerin gebracht werden, wenn das keine Umstände für euch macht. Und, äh, selbstverständlich kann ich das... Ich kann Ihnen das selbstverständlich einrichten. Einfach Ihnen... Meine Rolle soll ja unangenehm fürs Dorf sein. Die Leute glauben ja auch nicht an Magie. Also, für die ist das ja immer noch Hexerei. Deswegen... Und hätte nicht die vorhandene Waffe... Henker wieder am Lügen erzählen? Ich weiß nicht, wo Gipi ist. Wo ist sie hingerannt? Ja, vorne, hinter dem Haus, oder? Wenn ich mich nicht richtig sehe, oder? Ich glaube, wir haben sie verloren. Seid gegrüßt. Ich glaube, wir haben sie tatsächlich verloren, ja. Vielleicht müsst ihr wieder... Wer wurde verloren? Ich denke... Wir sind die Richtung. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich bin. Holy shit. Was ist das? Ah, hier. Wir nähern uns dem Ort, wo ich hin möchte. Ich habe sie verloren. Sie wollten mir folgen. Ihr seid verschwunden. Ich glaube, die führt uns hinters Licht. Das ist ja hier ein Gerenne. Das ist doch nicht normal. Wo führt sie uns denn hin? Ich weiß halt, dass das hier links ist, aber folgt ihr gerade. Oh, der Henker. Ihr benötigt da wohl eine Behandlung. Hat die Werteheilerin denn genug Zeit, um sich um all euer Leiden zu kümmern, Werte Henker? Nicht, dass die anderen Leute hier keine Hilfe mehr bekommen können. Ich denke, ich habe meine Dienste vollbracht. Habt Dank. Ja. Die Heilerin wird mir schon helfen. Ich hoffe euch nicht. Der Magier. Wir sprechen uns nachher. Kümmert euch erstmal um diese verlorene Seele auf der Bank. Ich muss kurz zu Gipi. Wo ist er? Ist er das? Hallo. Hallo. Ja, Galle. Galle. Rauchbombe. Dich habe ich gesucht. Wie sieht es aus mit dem Training? Ich habe gehört. Ich habe gehört, du liebe Extremsprecher. Galle. Du bist gerade am Flüstern. Ja. Ja. Wir müssen uns morgen aber etwas überlegen, was dieses Geld rechtfertigt. Opa, ich habe das Geld. Ja, ich habe es gerade mitbekommen. Ja. Ich bitte Sie darum, weniger Sandkörner in Ihre Zauber hineinzusetzen. Ich habe gestern drei Stunden gebraucht, die aus meinem Auge rauszubekommen. Dafür kann ich nichts. Gulliwex. Warum redet ihr schlecht von mir? Ich... Wohin reden Sie? Ja, Gulliwex. Er hat gesagt, Sie reden schlecht über mich. Ich dachte, wir sind Freunde. Ich will niemals über Sie schlecht reden. Ich wollte Gibi eigentlich eine Aufnahme für das Geld geben, aber... Das muss ich dann morgen machen, weil das muss er ja heute machen, aus seinem RP wegen meiner Schuld zu geben. Ich habe diese Nachricht hier gesichert, damit die niemand liest. Gulliwex verachtet den König. Ist das das, was du geschrieben hast? Weil ich habe es nicht aufgenommen. Das war gerade der Marge, der es aufgenommen hat. Ina Petz, vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, was auf dem Zettel stand. Ich kann es ja nicht lesen. Ich habe es vorgelesen. Ja, da ist es gerade... Vielen, vielen. Stimmt das? Stimmt es, dass Gulliwex den König verachtet? Das wäre ja äußerst schrecklich, wenn eine Wache das mitbekommen würde. Oder die Garde des Königs. Ich habe... Oh! Wie bitte? Was habe ich da gehört? Moment, ich habe eine Nachricht von Marge bekommen, ja? Und das hier stand darin. Marge, drücken Sie die Nachricht raus. Also, ich weiß ja nicht, was sie hier für Briefe untereinander umtauschen, aber das hilft mir nicht weiter. Ich weiß noch, ich bin auch nicht sicher, was hier... Nein, nicht Hauptmann, wir haben einen wichtigen Auftrag. Alles klar, äh, ich muss es weiter. Das eine hat auf jeden Fall weggeschrieben. Steige er nochmal ab. Ich bin da gesattelt. Jetzt sattet er nochmal hinten auf. Aber ich traue ihn nicht. Auf geht es ab, Mann. Geh er von... Wir trauen Bier nicht. Seid gewarnt. Ich verstehe nicht, warum wir den Kuli wegsetzt hier... Hilfe, Hilfe! Über den Haufen gehen lassen. Also, ich dachte, das wäre die... Galle, kümmere dich jetzt um deinen Bogen, Schuss, Training und alles Mögliche. Enttäusch mich nicht. Aber sie geben Grimm doch so nur... Die geben Grimm doch so nur mehr Macht. Niemand interessiert sich hier für Kuli Wex. Oh, Entschuldigung. Zwei Pferde! Ja, das nicht vergessen! Kuli Wex, pass auf dich auf! Trittst du doch mit allen Kuli Wex. Vielleicht habt ihr um Hilfe gerufen? Ja, mir wurden zwei Pferde entwendet. Direkt von hier. Vom Stand! Potzblitz! Man könnte meinen, ja... Vor ihren Augen, am helllichsten Tage? Nein, ich war gerade beim Hof, um die anderen Pferde zu verpflegen. Und dann kam ich zurück und sie waren weg. Mit welchem Namen haben Sie die Pferde gesattelt, werte Frau? Die Pferde erhalten den Namen meist erst, wenn ich sie verkaufe. Ungetaufte Pferde? Welch Sakrileg! Ungetaufte Pferde! Der werte Herr Bürgermeister wird Ihnen doch sicher helfen können, die Pferde wiederzufinden. Schließlich kennt er doch jeden hier in diesem Dorf. Herr Kadergast, welche Freude Sie! Ja, natürlich als Bürgermeister ist es meine Pflicht und meine Ehre, jede Bürgerin und jeden Bürger einzeln beim Namen zu kennen und natürlich auch die Familiendynastie, ihre Wappen, ihre persönliche Geschichte und Wohlbefinden. Alles ist in mir gespeichert. Das ist doch ganz klar. Darf ich Sie fragen, Herr Kadergast, warum Sie mit einem gezogenen Messer auf dem Dorfplatze herumstolzieren? Das ist kein Messer. Aber ich lege es natürlich gerne für euch alle beiseite. Ich denke, das ist das Beste für alle Seiten. Warum sollte man eine Waffe zücken, wenn man sie nicht benutzen wollte? Nun, Sie sind doch ein Magier, Herr Kadergast. Es gibt doch sicherlich eine Art Spruch, mit dem man Pferde auffinden kann. Fällt Ihnen da nicht etwas ein? Eine Mene, reite geschwind, wo ist das Pferdekind? Hex Hex, sowas in der Art? Auf dieser Insel befinden sich wahrlich magische Geschöpfe und keine Geburtstagszaubersprüche, die auf irgendwelchen Tricks basieren. Ja, und bin ich da bei Ihnen nicht an der richtigen Adresse? Es gibt keinen Spruch, um Pferde zu finden. Gebt mir Informationen, wer sie haben könnte und ich kann rausfinden, ob die Person lügt oder was sie weiß. Sie können rausfinden, ob eine Person lügt, Herr Kadergast? Habe ich das gerade richtig gehört? Das liegt gegebenenfalls in meiner Macht. Herr Kadergast, ich benötige hier dringend eine Audienz. Sofort! Was kann ich für euch tun? Und was ist mit meinen Pferden? Das besprechen wir besser unter vier Augen. Frau Hufenstein, ich werde natürlich alles in Bewegung setzen, Ihre Pferde wieder zu erlangen. Selbstverständlich ist mir die Brisanz dieses Diebstahls sehr bewusst, denn das Pferd trägt den Mann und die Frau und damit trägt sie die Verantwortung für das Wohlbefinden. Das Pferd ist ein sehr wichtiges Tier. Bis bald, ich komme sofort auf Sie zurück. Bitte verstehen Sie das nicht als fehlende Priorität, aber ich muss mit dem Magier sprechen. Es ist dringlich, es geht um Leben und Tod. Herr Magier, ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie über solche kühne Fähigkeiten verfügen. Sie sind genau der Mann, den ich jetzt brauche, Sie und Ihre wagemutigen Fähigkeiten. Kommen Sie doch hinein. Ich bin sehr gespannt, was ihr vorhabt. Mein werter Herr Kadergast, ich bin in einem unglaublichen Dilemma, welches mein Herz sehr belastet. Wie ein schwerer Stein zieht es an ihm und zieht mich hinab in den See des Kummers, in die Schwärze hinab. Und ich möchte Ihnen Folgendes mitteilen. Ich habe einen Knecht. Ich habe ihn bereits seit jungen Jahren in meine Obhut genommen. Er arbeitet für mich und er ist mir sehr an mein Herz gewachsen. Doch nun ist mir ein Brief zugesteckt worden, der diesem Knecht schwere Anschädigungen an Heilung gibt. Ich muss ganz dringend in Erfahrung bringen, ob ich ihm noch vertrauen kann oder ob er mich anlügt. Und jetzt kommen Sie ins Spiel, Herr Kadergast. Sie und Ihre Fähigkeiten. Ihr wollt von mir, dass ich den Knecht befrage. Nach welchen Informationen dürstet es Sie? Sind es euch? Oh, ich hätte vielleicht etwas früher ansetzen müssen. Herr Kadergast, als ich gestern Nacht zu Bette ging, da war mein Leib und meine Seele völlig unversehrt. Und als ich am Morgen aufwachte, da wurde ich Opfer eines heimtückischen Mordanschlages. Mit letzter Kraft rockte ich zu meiner Pforte und rief um Hilfe. Zum Glück verhalf mir Gott mit einem günstig stehenden Wind, sodass meine Worte zum Ohr einer helfenden Person getragen wurden. Diese stemmte die Tür auf und rettete mich in letzter Sekunde. Und nun kam mir die Information zuteil, dass mein Knecht eventuell hinter all dem stecken könnte. Aber er hat mir die Treue geschworen. Nun weiß ich nicht, was ich glauben soll. Könnten Sie ihn nicht in eins Ihrer Wahrheitsgespräche verwickeln und ihn fragen, wo seine Loyalität liegt? Bei mir oder gegen mich? Habt ihr die Möglichkeit, den Knecht jetzt hier hinzubringen? Oh, ähm, ich werde sofort auf den Marktplatz gehen und einfach so laut, ich kann seinen Namen brüllen. In aller Regel kommt er dann, ähm, Knecht! Naja, ich mach das als Wiedergutmachung für das Schild. Knecht! Knecht, ich rufe euch, Knecht! Ich benötige sofort meinen Knecht! 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 Magister Karadagas hat sie in Kiprikot gefunden! Äh, warum? Der Brief war gelogen. Es war eine Fälschung vom Postboten selbst. Das hab ich noch nicht gehört. Als der König ausgegeben hat. Aber der König weiß schon Bescheid. Ich habe ihm das tapfer berichtet. Darüber müssen wir auf jeden Fall später nochmal reden. Das könnte interessant werden. Wir wollen uns auch später treffen und, 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 äh, einen Teil der Karte suchen. Aber erst müssen wir zur Arena. Das ist in, äh, in drei Momenten. Das ist richtig. Karadagas, wir brauchen sie ganz dringend im Schloss. Okay. Das ist dein Sonderauftrag. Zum König? Wir können hier drüber zum König. Wir können hier leider drüber gerade nicht reden. Das ist eine sehr brisante Situation. Dann werde ich... Ich würde einmal vorgehen, wenn das für euch okay ist. In Ordnung. Ihr müsst mit dem... Es ist okay. Entschuldigung, wisst ihr zufällig, wo die Arena... Scheiße, ich muss zur Arena. Was will der König? Ich hab zu viel zu tun! Sag es! Wo ist der König? Ah, es lag! Ich bin zu still! In die Königin... Das ist nicht der König. König! König! Wo ist die Arena? König! Der König ist nicht da. Ich bleib vorne stehen. Seid gegrüßt. Grüß euch. Hier lang. Oh nein, es geht wieder um das fliegende Kackpferd! Ich werde... Lass mich noch kurz... Äh, Schwindikus! Äh, der König hat eine Sitzung, ist in eine missliche Lage. Wie kann ich behilflich sein? Oh, König! Der Zauberer ist da. Er kann... Er kann sie vom Potte runterzaubern, oh Vater. Katergast! Ich bin Opfer einer schändlichen, äh, Fluchattacke geworden. Man hat, äh, diesen Locus verzaubert, auf das ich mich nicht mehr erheben kann. Eure Majestät, wer könnte dies getan haben? Aber ich versuche natürlich zu helfen. Das, äh, riecht mir stark nach Hexenwerk. Dies riecht in der Tat sehr stark. Der Fohr, das fliegende Pferd! Wir dürfen uns sehen euch das Debakel an! Das fliegende Pferd konnte ich vom Fluch befreien. Alle Beteiligten, ich würde euch raten, die Augen zu schließen. König, erhebt euch von eurem Tron. Oh, 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 oh! Vater, was passiert? Vater, Vater, Frau Lockett! Oh, 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 Vater, ihr seid frei! Er ist frei! Er ist mit uns zu frei! Vater, ihr seid noch sehr, sehr befreit. Ihr seid von eurer Hose ebenso befreit wie vom unköniglichen Throne. Wunderbar, so lasst es uns aufbrechen! Vater, wartet! Vater, wartet! Vater, so zieht euch doch euer Beinkleid an! Vater, der Pögel kann euch nicht so sehen! Ich glaube, der König sollte sein Beinkleid selbst wählen. Ich würde wahrscheinlich nicht das richtige Gewand aussuchen. Aber hätten wir die Möglichkeit, ihm ein Gewand mitzubringen. Davidoff, wo ist Davidoff? Hier, hier, euer Prinzigkeit! Davidoff, so gebe er mir seine Hose, schnell! Nun entkleide er sich! Na, natürlich, euer Prinzigkeit! So ist recht! Folge er mir! Ja, äh, okay! Ich gehe auch mal zur Arena. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Wo ist die Arena? Ich habe halt kein Pferd! Okay. Ich habe halt... Ich kann... Achso, warte, dann kann ich jetzt ja auch den jemanden. Nein, das geht nicht mehr! Nein, das geht nicht mehr! Ihr hört mich jetzt gerade doppelt, weil ich am Geisterwandeln bin. Ich bin gerade in der Geisterwelt. Eigentlich hatte ich noch eine Idee gehabt, einen Effekt draufzulegen. Aber das ist... Es ist... Eigentlich soll ich nicht so lange Geister wandeln. Aber ich muss das gerade kurz machen, weil ich kein Pferd habe. Ich gucke einfach mal, ob ich die Arena so finde. Arena, wo ist... Wächst es noch hier? Wächst es noch hier? Der Teilnehmer ist noch hier. Also, er wird noch warten. Der Bär wird noch gefangen. Aber... Wirst du nicht da, bis Kulli wächst, passiert da nichts. Okay. Wow. Der König kommt! Wurde der Postmann schon zur Arena gebracht? Ich glaube, nein, Majestät. Jedenfalls habe ich ihn hier nicht gesehen. Die erste... Ja, wo ist denn der Postbote? Ich bin hier. Werter König, der... Ach du Geister. Ah, da ist der Schentäter. Ja, dann sammle man ihn ein und bringe ihn zur Arena. Auf, auf! Aber bitte nicht zu fest zugreifen. Ich habe sehr zarte Hände. Wieso kämpft der Postbote gegen den Bär? Weil eins der Gerüchte war, dass nicht der Bär das Schild kaputt gemacht hat, sondern, äh, Kulli wächst. Also, alles wurde ja Kulli wächst zugeschrieben. Äh, Kulli wächst ja an allem schuld. Ich muss danach auch noch zu Nils gleich. Hier lang, oder? Scheiße. Ich will halt nicht zu viel sehen. Ich will keine Sachen sehen, die ich nicht sehen darf. Eigentlich mag ich das gar nicht, was ich gerade mache. Ist doof, aber... Ah, Fischi rennt auch, deswegen kann ich auch laufen. Die Map ist so groß und so detailreich. Es ist so gut gemacht. So eine schöne Map, die hier gebaut wurde. Es gab eventuell ein kleines Missgeschick mit den Bären. Mein Prinz, eure Majestät, ähm... Der Pöbel hat sich in der Welt uns erschlagen. Ich denke, hier ist noch ein Bär. Ihr habt alles richtig gemacht, Luna. Ich höre ihn unter uns. Unter uns. Ja. Ich glaube, er ist da, eure Majestät. Ihr lasst uns doch nicht... Ihr lasst uns doch nicht von Bären. Der König ist da. Der König ist da. Das ist richtig. Der König ist da. Der König ist da. Wo? Der Bär brummelt noch. Ich glaube, er lebt noch. Päppelt ihn auf. So päppelt ihn auf, dass er für den Kampf vorbereitet ist. Der arme Wechs wird jetzt hops genommen. Wie war dein Training? Wir hatten kein Training, Majestät. Das wird erst nach dem Kampf... Äh... ...sicht geführt werden. So sei es. Es muss jemand von der Königsgarde dabei sein. Davidoff, wie lauft ihr rum ohne Hose, dass ihr euch nicht schämt? Davidoff! Halt den Klappen, du! Davidoff! Nun, Davidoff, warum hast du keine Hose an? Äh... Davidoff schweigt! So bedeckt euch mit meiner Hose solange! Aber gebt sie mir wieder später! Werter König, ich sah Davidoff heute auf dem Thron sitzen, ebenfalls ohne Hose. Ist dies auf ihre Anweisung geschehen? Ich habe den Thron wie immer für sie warm gehalten und poliert. Das wird Konsequenzen haben, wenn wir zurück in der Burg sind. Sie haben mir selber auch gefällt, das Tor ist offen! Das Tor ist offen! Äh... Was tut ihr denn? Wer hat die Bestie frei gelegt? Wer hat die Bestie frei gelegt? Wer hat die Bestie frei gelegt? So fange man die Bestie wieder ein! Der Kampf hat noch nicht begonnen! Ja, der Schreiber ist ja noch gar nicht da, ne? Ich höre doch seine Stimme! Ich freue mich! Vom Schreiberling? Ach so, lasst die Bestie in der Arena! Ja! Schließt das Tor! Hallo! Ähm... Es behalten wir, dass ihr euch alle versammelt habt! Sehr viel! Und für mein Leben... Wahrlich, der Bär ist überraschend quicklebendig dafür, dass wir vorher noch fliegen, um seinen Leibkreisen zu sagen! Alles ein Werk des Magiers, nehm ich an! Im Dorf? Oder dies, Vater, sehr wohl! So! Aber vorher gib mir bitte noch das Goldstück, das du mir schuldest! Der Prinz ist... Ruhe, mein Vater, gedenk zu sprechen! Der Prinz ist... 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 Whosepöbelmöge... ...augenblicklich... Die Schnauze halten! So... So... Da... Fein, fein! So, ähm... Gemeinderpöbel, anwesende, edelleute... Und äh... sonstige... Äh... So... Hören meiner weisen... Königlichen Worte! Woh... Wo ist meine Schwester? der schreiberling und jener bär dort sich gegenseitig beschuldigen das schild des rathauses abgeschlagen zu haben dass jener zwist ausgetragen wird in einem zweikampf der bär will der bär wollte das nicht gefallen wie der bär fließt er hat ein messer er möge das messer benutzen der pöbel kann nicht nur um sein leben kämpfen ohne anweisungen von euch zu erhalten sie wären so hilflos ohne die weisheit meines vaters wahrlich sterben zu sehen oder ähnliches um den kampf einzuleiten eure majestät wer denkt ihr wird den sieg davon tragen ich lasse mich vom schicksal überraschen so nun springen wir hin und da und kämpfen hui bär der pöbel brennt so weit kann ich nicht schießen brennt der pöbel wenn er stirbt vater schade der postmann hat gelogen er hat selber das schild hinuntergeschlagen der bär ist unschuldig der bär darf nun in freiheit gehen los bär ziehen die freiheit genießt dein leben bär der postmann war folge gefälligste befehl des königs bär den bär geht wie gut ist das höre die füße bitte nicht die arena voll habt ihr das gesehen mein vater befehle ich tiere bärenverleumdung ist ab nun verboten im lande rastalot lang lebe der könig mein vater befehle ich selbst bären habt ihr gesehen aber ob ich dem gerecht werde tiere zu befehligen die macht habe ich nicht der bär könnte wirklich natmen gewesen sein noch nicht mein prinz ich weiß wieder wer ich machen muss warum ist hier scheiße vater ich muss nicht sagen haha au 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 wer war das hey das gefällt mir vater so hört auf den bade mit sperren zu bewerfen bewerfet den bade erst mit sperren wenn er das lied beendet hat so bade hab dir sperren vor ich schrieb ein lied die ode an den brutigen prinzen hört hört guter titel so beginnt ich mach das menü gleich weg kleinen moment sehr guter titel es ist eine beleidigung er ist wohl der meinung es gibt nichts gutes über den könig zu sagen deswegen schweigt er ketzerei revolution bürgermeister bonn oh möget ihr eurem anliegenstand entsprechend hier hoch kommen ist mutig sehr frieden der könig in ihm kann sich wohl keiner wehren mit goldener faust zu jeder jahreszeit ist unser prinz allzeit bereit aber wäberlich schweigt und schweigt schweigt und wäberlich an der seite des könig sein sollen der schreiber das ist zum sterben schön zum sterben schön da hat der bade recht so schön war es dass man sterben möchte dafür ja ja wollt ihr nicht auch ein dornenvogel beim letzten lied aufgespießt vermutet soll der wieder seine eigentümlichen ideen in das ohr des monarchen immer ein doch wohl weise ratschläge aber ich würde nicht erwarten dass ihr euch damit auskennt erweberlichen tollkühn wie immer seid es nicht ihr die mir seit jeher des amtes bürgermeisters abstreitig machen wollen der henk hat den kampf verpasst wir brauchen einen neuen bären meine mutter ich habe vernommen dass die prinzessin verloren gegangen ist seit jeher versuchen uns von boomhoffs vom rechtmäßigen ton der nummer 2 zu stoßen der könig wäre sicher äußerst traurig ihr habt das bestimmt unter kontrolle das ist richtig meine mutter ist eine edle damen was habt ihr eure mutter von weberlichen rischwurz wir haben zu tun vater wo ist schwester ich vermisse meine schwester bürgermeister habt ihr euren knecht gefunden auf mysteriöse art und weise ist mir der knecht abhanden gekommen ich kann es kaum erklären aber normalerweise steht er sofort gewehr bei fuß wenn sein name aus meinem munde erschallt doch nun wo ich ihm den test unterziehen möchte ist er wie vom erdboden verschluckt ich vermute herr von weberlichen zumindest habe ich welche herr von weberlichen ich glaube der knecht befand sich unter den zuschauern ich habe besseres zu tun ich muss mein knecht aufsuchen der magier hat mir eine audienz zugesagt knecht ist er zu fuß geflohen ich habe nicht gesehen dass er verschwunden ist er war lediglich in den zuschauerrängen zu sehen dann kann er ja noch hier zugegen sein herr kadergast ihr drittes auge vermag mehr zu sehen als das menschliche prinz frank darf ich euch kurz sprechen ich weiß nicht ob ihr es könnt so probiere er seinen mund der ehemalige berater ich bin mehr oder weniger von der wahrsagerin zu euch geschickt worden und seid gegrüßt sie sagte ich solle euch helfen grüße und nun ich könnte euch eventuell informationen zukommen lassen eine unangenehme situation herr kadergast mir deucht er ist nicht aufzufinden dieser dumme bengel ihr habt noch zeit der tag ist noch nicht zu ende herr von peterstadt es handelt sich hierbei um ein knecht ich kann seiner nicht habhaft werden dabei möchte ich ihm eine ganz eine spezielle testung bei herr kadergast zukommen lassen und dafür brauche ich seine sterbliche hülle in der sich seine unsterbliche seele befindet sich testen möchte die seele im körper das übersteigt mein wissen um die mystik bei weitem da bin ich nicht qualifiziert aber genau handelt es sich um ein knecht oder ähnliches völlig richtig der bärenkampf war vorbei bevor er angefangen hat befand er sich nicht gerade im stadtzentrum ich mir mir war so letzte berichte einer nicht näher bekannten entität sagte mir er befände sich hier in dieser arena aber dann war das eventuell falsch oder oder die er ist wahrscheinlich schon wieder weg er war hier er war hier vermutlich dann müssen wir uns sofort ins stadtzentrum begeben sicherlich faulenzt er wiederum im rathaus wie ich ihn kenne diesen alten gauner wir treffen uns im stadtzentrum ich brauche kein pferd bis gleich herr kadergast bis gleich sie haben ja schon wieder womit hat wechs glück habe wechs war tot warte mal ich weiß was sie getan haben herr magier wer der knecht was sie getan haben folgen sie mir folgt mir was habe ich denn getan ich werde darüber keine weitere äußerung treffen sie wissen was sie getan haben euer vorgesetzter sucht euch und wird gleich hier erscheinen ich hab da schon ein gespräch mit ihm das ist schon alles geregelt nein er sucht sie jetzt gerade er sucht euch eure hoheit ich hätte ein geschenk für euch er sucht euch in diesem moment zu meinem schreiner markt stand begleiten würdet ich gerne etwas schenken er wird jeden moment hier erscheinen wir müssen nur hier warten keine komische bewegung rufus das heißt der bärenkampf ist tatsächlich vorbei der ist vorbei der bärenkampf ist vorbei ich danke Ihnen sehr gerne werte bürgermeister ah so ist es nun knecht habe ich euch endlich gefunden viel zu lange schon musste ich sie suchen wo hat er sich herumgetrieben ich war auf der suche nach informationen für sie mein herr so wie sie es aufgetragen hatten knecht ich möchte euch jemanden vorstellen das ist der sehr geschätzte magier er möchte gerne ein gespräch mit euch führen und ich habe natürlich als euer vormund zugesagt herr magier wo möchten sie dieses gespräch stattfinden lassen darf ich ihnen das rathaus zur verfügung stellen oder haben sie eigene räumlichkeiten sehr gerne in eurem rathaus denn schreitet voran knecht jawohl mein herr hinein hinein setzte er sich könnte nein 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 herr magier herr magier nehmen sie doch bitte hier auf dem bürgermeisterstuhl platz der ist deutlich bequemer und gepolstert der knecht sitzt auf dem knechtstuhl jawohl mein herr werter bürgermeister stellen sie sich nah stellt euch nah an den tisch stellt euch nah an den tisch Herr Knecht jawohl mein herr schaut mir in die Augen der werter bürgermeister hat einige Fragen an sie es wäre von äußerster Wichtigkeit dass ihr diese wahr und ehrlich beantwortet werter bürgermeister stellt eure Fragen Knecht ist mir eure Loyalität sicher oder intrigiert ihr hinter meinem Rücken gegen mich und mein Amt loyalität was für ein witz ich intrigiere hinter ihrem Rücken potz blitz was haben sie das gehört ich die Unglaublichkeit kam aus seinem Munde ihr solltet euch beeilen mein Zauber hält nicht lang ihr solltet euch beeilen ihr solltet euch beeilen mein Zauber hält nicht lang ich weiß ich weiß alles was ich wissen nein ich weiß nicht alles was ich wissen muss Knecht sprich agierst du allein oder bist zu Teil einer größeren Verschwörung wer sind die Namen sprich los rück draußen mit der Sprache dann kann dir vielleicht vor dem Himmels Tor noch Einlass gewährt werden sonst ist deine Seele für immer verloren Knecht nun rede doch mein Herr ich habe keine Ahnung wovon sie reden ich bin ihr Ergebnis der Diener ich weiß von der Intrige ich weiß davon alles ist offengelegt glaubt ihr wirklich den Augen und Ohren des Bürgermeisters blieb es verschlossen wenn sie hinter äh meinem Rücken gegen mich arbeiten und die Kräfte bündeln um mich zum Sturz zu bringen nun tun sie sich selbst ein gefallenwerter Knecht wenn sie noch etwas Anstand in sich haben dann raus mit der Sprache wer sind die Hintermänner dieser elendigen Verschwörung retten sie sich los Knecht retten sie sich ich werde kein weiteres Wort darüber verlieren Magier hab Dank vor eure edle Tat welche himmlischen Kräfte auch immer ihnen zur Verfügung stehen sie tun dieses zur Rechtschaffenheit tun sie mir noch einen letzten gefallen und seien sie mein Zeuge vor Gericht denn ich muss mein Knicht vor selbiges ziehen damit dieser unheilvollen Aktivität ein Ende bereitet wird das kann ich nicht versprechen da hier lediglich Aussage gegen Aussage steht ich kann mich für keine Seite entscheiden vor allem nicht wenn ich keinen Nutzen daraus ziehe was passiert hier wieso kann der Mann seine Sätze nicht zu Ende sprechen Knecht der größte Kummer ist nicht die Angst um mein Amt oder die Angst um mein Leibeswohl der größte Kummer der mir widerfahren ist ist die Enttäuschung in meinem Herzen dass ihr die ich wie einen Sohn nun nicht wie einen leiblichen aber wie ein Stiefsohn einen zugegebenermaßen nicht besonders prächtig geratenen aber immerhin dass ihr mich verraten ich will das nur mithören weil es dazu gehört ich möchte einfach nur diesen Plot zu Ende hören mit der Keule oder mit dem Schwert wie konnte es so weit kommen habe ich euch nicht immer gut behandelt weil das so ein bisschen dazu gehört weil das so ein bisschen dazu gehört weil das so ein bisschen dazu gehört Erlaubnis erteilt mein Herr von Bomhoff das Tagwerk des Rathauses übernehme ich jetzt schon seit mehreren Monaten vielleicht sogar Jahren während sie nachmittags schon in der Schenke dem Alkohol frönen ich halte dieses Haus hier am Laufen und dafür lebe ich dort unten im Keller Ja Ich kenne jeden einzelnen Bewohner mit Vor- und Nachnamen seit mehreren Generationen Achso man kann sich übrigens RP mäßig meinem Zauber auch wieder setzen ne also deswegen ich hätte gedacht dass Asta das macht aber ich fand es geil dass Asta gesprochen hat nicht jetzt sehen sie ja nicht dass sie in einem kommen sie später wieder ich hab ja auch gesagt immer ich kann es versuchen äh ich verstehe dieses Dilemma aber mit dem Schild da steht ja schon wieder älterring aber diesmal in rot also entschuldigen sie bitte hören sie denn nicht dass wir hier nun Knecht ich verstehe Ambitionen auch ich war einst jung und ehrgeizig doch jeder muss seinen Platz kennen und äh ich besuche die Schenkel nun nicht um den Alkohol zu frönen sondern weil in der Schenkel der Pöbel einkehrt und ich muss meine Nähe zu diesem halten und wissen was in dem Dorfe geschieht das ist der einzige Grund weshalb ich dort hingehe das müssen sie doch verstehen Aber was passiert denn im Dorf? Naja zum Beispiel wurden kürzlich Pferde geklaut ist das nicht ungeheuerlich? Ja Asta hat auch dagegen angekämpft und so weiter also und was noch? Wenn du es RP mäßig irgendwie runterspielst oder so ist das ja super cool also es war ja auch Knechti finde ich hat das sehr cool gemacht gerade weil sowohl der Bär als auch der Postmann des Schild-Vandalismus angeklagt waren und Gott hat den Bären zum Sieger ernannt weshalb der Postmann nun überführt ist Sehen sie denn nicht dass ich so bemüht bin dieses Dorf zusammen zu halten Sehen wir es denn nicht? Ich will das auch nicht zu oft verwenden aber ich glaube hier war das ganz cool weil Knechte ja auch da mitmacht mein Herr vom Bomhoff das sind alles die kleineren Übel ja aber der Grund warum ich sage man kann sich da widersetzen ist weil ich kein Power-RP machen will ich möchte nicht einfach jemanden der eigentlich lügt erzwingen sag jetzt die Wahrheit das finde ich scheiße das will ich ja gar nicht deswegen Asta hätte wahrscheinlich auch sagen können was soll der was soll der Quatsch das alles habe ich herausgefunden solche Sachen habe ich nur herausgefunden weil ich im Dorf unterwegs bin den ganzen Tag als Stadtvertreter des Bürgermeisters ja aber das ist auch euer Job aber so habe ich jetzt Knechte und Nils ein bisschen RP gegeben also ich fand das eigentlich ganz gut vielleicht gerne mal ein Butterbier aber doch nicht ich bin doch nicht das ist doch nicht meine Geliebte der Alkohol der Gottes Gott und das Dorf sind meine einzigen Geliebten und ich sitze Tag ein Tag aus stund um stund auf diesem viel zu harten Schemel dort und höre mir das Leid und die Sorgen der Bürger an und versuche in ihrem Sinne die Geschäfte zu führen da kann ich doch nicht die ganze Zeit von Wachtürmen im Südosten äh schwadronieren und dorthin laufen also das wissen sie doch auch Herr Knecht ich bin komplett unterbezahlt für das was ich hier bin Leute vielen vielen Dank übrigens für euren Support für den Dienst den ich hier bin ich sehe gerade Black Hawk im Rathaus Mrs. Crimes Dankeschön Ina Peds ich bekomme zu wer stinkt das geil M Detective Stefanos Zipo an jeden vielen vielen Dank da verdingen sie sich als intriganter Mörder haben sie auch was mit dem Anschlag auf mein Leben zu tun ich verweigere die Aussage was ist Power RP ähm ich sag du musst jetzt die Wahrheit sagen erzähl alles was du weißt so ihn jemanden zu zwingen etwas zu tun wo er keinen Ausweg hat als Sohn und Erbe in Betracht gezogen jeder muss im RP immer eine Möglichkeit haben raus zu kommen oder was zu machen wird der Kummer aller groß sein wenn sie an die Macht kommt was machen sie damit wer ist sie wenn sie an die Macht kommt was meinen sie mit sie ich wollte Knechte nicht erzwingen dass er die Wahrheit sagen muss deswegen hätte er sich widersetzen können oder irgendwas machen können was ist los Galle ich brauche eine Aufgabe eine Aufgabe okay was ist das letzte was du getan hast ich werde nicht ich werde nicht ich werde nicht wartet bis der endlich da ist und er hat es nicht geschafft ich brauche also muss ich morgen meinen Waffenschein machen ich brauche vom Schmied eine exakte Kopie der Keule des Henkers eine exakte Kopie ich habe etwas gut bei dem ich brauche die exakt selbe Waffe die der Henker trägt deine stimme ist alles in ordnung galle ja ich muss da halt flüstern ist nicht deine stärke galle was wir reden warum man versteht ich manchmal gar nicht eine exakte kopie der keule vom henker und ich muss ganz dringend zu unserem turm wer ist in meinem turm habt ihr das gesehen die kristalle waren an ich habe das blitzen gesehen durch die blätter wer schleicht in meinem turm um wo seid ihr sprecht wer ist an meinem turm jemand war jemand war in meinem turm und die falle war aktiv das sind auch übrigens deko artikel die wir aufstellen können also die wir wirklich noch hinstellen können die sind für uns da jemand hat mein turm besucht es gibt einen ort wo ich meine infos bekommen hat gegrüßt ist jemand in der taverne gewesen der hier nicht hingehört wer gehört denn nicht hierher jemand der nicht von hier kommt den ihr noch nicht gesehen habt ich suche jemanden ich weiß nicht wen jemand war in meinem turm und weitergekommen als jede andere oben auf der toilette haben sich zwei verstecken gehen und nicht in die tavern die wahrsagerin jeder besoffene bürger kann dieselben informationen geben wie die wahrsagerin ich flehe sie an ich bin arm durch den bärenkampf und ich habe zutiefst hunger könnte ich eine großzügige spende haben nehmen sie es nicht zu ihm aber natürlich ich hoffe es geht ihm bald wieder besser sehr gerne wenn sie jemand seinen brief abschicken müssen werden das für die zahl ist was hast du gesagt ich habe ich habe tatsächlich etwas was sie mir geben könnten ein blatt papier auf dem ich sagte dieser häxenschuss ist nicht gut für meinen rücken alles klar ich habe dein geld genau gezeichnet okay weil ich habe kein papier mehr hier was anders war niemand da schreiben sie ich habe ich habe deine sache niemand kommt so weit niemand kommt so weit um die falle auszulösen in dem moment in dem die falle auslöft stirbst du du wirst weggebrutzelt deswegen habe ich die auch noch nie leuchten sehen Galle es war kein admin und es war kein anzeigefehler es war schon richtig ich weiß nur nicht wer also es ist gewollt gewesen und kein fehler es also ich weiß es ist ein bisschen schwierig ich bin auch admin selbst wenn ein admin das ausgelöst hat damit keiner stirbt hat es eine bedeutung sagen wir es so ich glaube das erklärt es ganz gut jemand wollte in den turm und jemand sollte in den turm ich glaube das erklärt es besser wie gesagt jeder der den turm betritt wenn wenn wechs öfter mal sagt er will hier mal in meinen turm reingehen in dem moment dem der oben die treppe betritt ist der weggebrutzelt das alles richtig weiß ich ja genau ja ja weil man muss ja auch sagen ich kann das ding ja nicht aktivieren also das ist ja noch ein ganz kleiner fehler ich kann die falle ja nicht aktivieren und runter gehen das einzige was ich machen könnte ist die falle aktivieren und runterschweben jetzt kann die falle anbleiben und ich kann den turm verlassen sonst wenn ich runter gehe aktiviere ich sie aber ich habe den turm gesehen ich habe gesehen wann es passiert ist das war sehr geil weil es so zufällig war durch die bäume hinweg sehe ich das blitzen das war geil seht ihr hier kommst du nicht rein wenn du nicht rein sollst du betrittst einen der laser oder die druckplatte oben du bist magisch komplett weggebrutzelt jemand möchte mir was stehlen und galle habe ich weder in der taverne gefunden noch beim schmied wo ich gerade vorbeigelaufen bin was ein zufall hat mit dem schmied gesprochen und der diskutiert der redet gerade mit seinem kollegen darüber und ihm die haben meinten oh ich muss dir ganz dringend was sagen nachdem ich mit dem geredet habe und jetzt reden die da oben drin danke schön da aber ich kann nicht zuhören ich bin echt leise halt mich auf dem laufenden galle weil ich einen Brief gefunden habe einen Schandbrief am Marktplatz wenn nicht die Falle also für euch einfach ihr müsst aber in der Immersion bleiben das ist ganz wichtig diese Falle oder mein ganzer Turm existiert nur RP mäßig der Grund warum da nichts drin ist was du stehlen kannst ist dass nicht irgendeiner aus Versehen da reingeht und wichtigen Objekt ABC mitnimmt ähm ihr müsst ich muss das so spielen eigentlich dass ihr es nicht versteht sozusagen ähm aber ihr ich muss ich rede ja mit euch wir streamen ja zusammen ich rede ja mehr mit euch als mit den Leuten ingame ähm alles was hier passiert ist story bedingt und nicht weil Vex sich eine zweite Identität als Taschendieb aufgebaut hat und mal bei mir im Turm was klauen wollte das kann er gar nicht die Falle selbst sollte auch RP mäßig äh ausgelöst werden weil wie gesagt ich sind wenn Gipi in den Turm geht geht die Falle an wenn ich runter gehe geht die Falle an so ich kann das jetzt mal kurz machen äh und ab jetzt ich wäre tot also ich wäre ich wäre komplett weggebrutzelt jetzt gerade das war's du kommst hier niemals lebendig hoch eigentlich also du hast eigentlich keine Chance hier lebendig hoch zu kommen aber dass gerade der Turm gebrutzelt hat das wird das wird eine Relevanz haben eine Relevanz von der ich weiß aber nicht weiß wer also dass die Falle aktiv war war natürlich nicht von mir weil ich sie nicht aktivieren kann also ne wie gesagt wir können das machen und jetzt muss ich vom Turm springen damit die Falle anbleibt dass die Falle gerade an war war Absicht und ich hab jetzt meine eigene Mission bekommen ich muss wissen wer es kann keiner neugierig gewesen sein das ist ja das was ich gerade ausgeschlossen hab Neugier ist nicht möglich weil die Falle nicht an war ich hab Gipi gerade nicht beim Schmied gesehen der Henker es haben so viele Leute was gegen mich wie immer deswegen könnte es jeder sein auch auch jemand der trollen will würde nicht funktionieren es ist also wirklich was relevantes äh es könnte die weiße Moment ich hab die Falle an ich kann nicht runter könnte die weiße Hexe gewesen sein könnte die schwarze Hexe gewesen sein wir haben genug Leute die hier Sachen wissen wollen ich schwebe Chat ich schwebe ich bin am schweben ich bin geschweben ich bin am schweben ich bin am schweben Ich musste gerade kurz was schreiben, weil eine Frage offen war. So, Moment. Ich suche jetzt schon wieder und ich finde das Ding nie. Diese die Kackhöhle. Die muss hier sein. Weil hier ist schon wieder der Weg. Ich muss einmal zurück zu meinem Turm. Von da aus ist es einfacher. Hier ist der Turm. Dann geht man hier rein. Hier durch. Und dann... Da. Den Weg habe ich gesucht. die türen halten mich nicht auf mittlerweile gibt es also mal wegweiser das tunnelsystem ist riesig die meisten leute haben das noch gar nicht entdeckt scheint keiner im schloss zu sein dann kann ich mich selber mal umschauen dann spionieren wir doch mal etwas rum magische pflanzen sind übrigens richtig geil aus holy shit dann Ahem! Ahem! Ich muss mich um die königlichen Kristalle kümmern. Magst du selbst auch... machst du selbst auch... Äh... Ja? Wer spricht zu mir? Ja? Was kann ich für euch tun? Wo seid ihr? Im Thronsaal! Ich kümmere mich nur um die magischen Kristalle des Königs! Zeigt euch! Wer seid ihr? Im Königssaal! Ich bin im Königsraum vorm Thron! Der ist da rumgelaufen! Was kann ich für euch tun? Ich sah euch auf königlichen Fensterbänken! Das müsste eine Illusion gewesen sein! Ich habe lediglich die Kristalle hier begutachtet und mit meiner Kraft versehen! Ihr habt euch wahrscheinlich geirrt! Wie könnte ich es wagen, euch zu widersprechen? Wohl wahr! Wohl wahr! Alles in bester Ordnung! Ihr habt mich zufälligerweise einen verdächtigen Mann mit grünem Umhang gesehen! Die verdächtigste Person in eurer Burg ist der Henker! Nun, der Henker ist uns aber bekannt und der ist zurzeit aushäusig! Und der ist nicht dafür bekannt, grüne Umhänge zu tragen! Grüne Umhänge nicht, aber eine Person, die ihr im Blick haben solltet! Das werde ich mir merken! Vielen Dank! Auf bald! Der kann mich doch niemals auf der Fensterbank sehen! Ich war doch da unglaublich cool unterwegs! Herr Magier! Auf bald! Wunderschön! Guten Abend! Guten Abend! Guten Abend! Guten Abend! Ich begebe mich zur Stadt, aber spart euch das Tor zu öffnen! Keine unnötige Arbeit! Entschuldigung! Wer steht denn davon? Was soll denn das? Der werte Schmied! Der werte Schmied! Entschuldigt bitte! Ich musste leider durch die Mauern verschwinden! Ach, mit den belligen Taschenspielertricks! Wie erklärt ihr euch denn, dass ich auf einmal auf der anderen Seite der Burgmauer bin? Wie erklärt ihr mir, dass ich nicht weiß, wo sie vorher gewesen sind? Eventuell standen sie ja hinter mir, werfen mich mit Dreck ab, sodass ich nicht sehe! Mit ein bisschen Sand und irgendeine Staubwolke kriege ich auch hin! So wird's gewesen sein! Dann entschuldigt bitte meinen Sandwurf! Auf bald! Wie geil war das denn, dass da einer vorm Tor stand? Ich hab das Klimper nur nicht verstanden! Ich find's cool, dass manche Leute die Magie gar nicht glauben! Das ist super nice! War das jetzt gerade an oder nicht? Ich hab wirklich gerade in den Chat geguckt, aber... War das Idle-Animation? Hallo? Hallo? Du warst also gerade im Turm! Warum waren denn unsere Kristalle aktiv? Wenn ich in meine... In meine... Galle! Ich bin gleich wieder da! Dann fängt das auch an! Was kann ich für euch tun? Alles in Ordnung bei Ihnen! Hm, warum fragt ihr? Wir haben gesehen, wie der Himmel brennt! Oh, da ist schon wieder! Ah! Galle! Komm aus dem Turm! Ah! Ich kümmere mich drum! Entschuldigt die Aufruhr! Alles unter Kontrolle! Wie? Das heilt die Lunge von dem alten Herrn nicht immer aus! Was passiert denn da um? Wir studieren lediglich etwas... Magistratische Künste! Nicht wahr? Ja! 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 Was treibt euch zu meinem Turm? Ja! Wir sind nur vorbeigelaufen und Hubert braucht einen Mittagsschlaf! Der ist alt! Ja! Ja! Ich hab mich grad mal eben kurz ein bisschen hingelegt! Wer ist das? Das ist ja! Ich bin ja heute den ganzen Tag von links nach rechts, von rechts nach links und 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 da muss man sich eben ab und zu, ne? Muss man sich dann auch mal hinlegen! Ja! Und wir sind gerade... Nein, nein, nein! Und ich mein ihn! Nicht den Oberknie! Den Oberknie doch! Und jetzt, wo sind wir denn jetzt hin unterwegs eigentlich? Zum Dorf! Zum Dorf! Ah ja! Zum Dorf! Ja! Ja, ja richtig! Bezüglich der Schatzkarte, habt ihr da für Morgenzeit oder muss das heute sein? Äh, also, äh, wir suchen jetzt schon! Aber nur einen Teil! Wo trefft ihr euch? Na, wir sind ja schon da! Sie und der Trunkenbold! Ja, wissen sie was? Also, der Hubert und der Chris, die sind, die sind Christos... Weil Ollard wirklich den hässlichsten Schaden im Spiel, ja! Sie haben ja schon mal vergessen, worüber wir reden! Wovor ist überhaupt passiert? Christos! Wo treffe ich euch in 5 Minuten? Christos! An der Schmiede wahrscheinlich! Dann bis gleich! Mhm! An der Schmiede soll... Boah! Okay, jetzt bin ich mal dran! Galle! Wenn du mich hören kannst! Ich brauch ein paar Sekunden! Mal schauen, ob es klappt, was wir vorhaben! Der wahre Schatz des Turms! Das, was jeder haben möchte! Aber hoffentlich keiner bekommt! Aber hoffentlich keiner bekommt! Das goldene Ei der Brutmutter! Das Ei des Dracht! Ein Gegenstand von äußerster Wichtigkeit! Die wahre Macht! Hinter der Kontrolle des Drachen! Meister, was war denn los? Nichts! Wovon redest du? Warum ist der Turm so ausgerastet? Magische Fähigkeiten, Galle! Ich musste was überprüfen! Meister, wann erlerne ich die Fähigkeiten der Magie? Schon bald, Galle! Schon bald! Zuerst... Das Replika des Henkers! Das Bogentraining! Und... Dein Sieg beim Ritterturnier! Und wenn du die Prinzessin gewonnen hast... Dann bringe ich dir die Magie bei! Warum geht das nicht? Mir geht das nicht! Ich hab kein Pferd und keine Rüstung und kein Gold dafür! Dafür... Bin ich ja da, Galle! Ok... Ich hab da ganz schlechte Erinnerungen an deine vergangene Zeit! Okay... Ich bin mir ziemlich sicher, dass du genau der Richtige bist, um dieses Turnier zu gewinnen! Entschuldigung, Meister! Das wird deine Aufgabe sein, um ein großer Magier zu werden! An der Seite der Prinzessin! Ich als Berater des Königs werde dir beibringen, die Magie zu nutzen, damit du als Begleitung der Prinzessin über das Land herrschen kannst! Wann soll das Turnier sein? Am Freitag? Am kommenden Freitag! Das heißt, ich muss noch so lange warten? Zuerst lernst du, wie man Bogen schießt! Dann werden wir den Henker los! Und dann... Och! Der macht ein bisschen Stress! Der denkt, wir manipulieren den König! Aber das würden wir ja nie tun, richtig? Genau, deswegen muss er verschwinden! Weil er den Leuten Quatsch erzählt! Okay, und was ist mit meinem Freund dem Schreiberling? Was soll mit deinem Freund dem Schreiberling sein? Ich habe das Gefühl, er wird irgendwie als Bauernopfer gesehen! Der Schreiberling hat anscheinend viele komische Sachen erzählt! Sonst würde es ja nicht auf den Zetteln stehen, oder? Das war der nicht! Das war der nicht! Das ist ja das, was ich von Anfang an sagte! Das ist die Schwarzmagierin mit dem Julius gewesen! Wenn wir deinem Freund helfen wollen, müssen wir seine Unschuld beweisen! Aber wie wollen wir die Unschuld des Schreiberlings beweisen, wenn er heute in einem fairen Aussage-gegen-Aussage-Kampfes gegen den Bären verloren hat, und der Bär öffentlich als unschuldig ausgepriesen wurde? Sie meinen den Bären, den Sie getötet haben, Meister? Der war unschuldig, ja! Ich werde weiter versuchen, die Keule zu bekommen, und dann werde ich wiederkommen! Die Keule des Henkers, und dann geht's weiter! Jawohl, mein Meister! Toro! Ich fand's so geil, dass Toro heute von dem goldenen Ei erzählt hat, und das goldene Ei! Also das ist natürlich nur Symbolik, ist nur ein Gag! Das Ei, was in meiner Kiste da drin ist, ist das Ei der Brutmutter! Das ist der Drache, den wir ja am ersten Tage schon gesehen haben, den natürlich nicht der König kontrolliert, sondern ich! Aber wir lassen es natürlich so aussehen, als wenn's der König ist, damit alle Angst und Respekt vor dem König haben! Und den Drachen kontrollieren kann ich aufgrund des letzten verbliebenen Eis! Hm, ich hab Gipi 15 Münzen fürs Bogenschießtraining gegeben, ich geb Gipi ja das Pferd und die Rüssel und so weiter für's Ritterturnier und alles! Also ich hab das ja, Gipi kriegt seinen Stuff schon! Gipi muss das Ritterturnier gewinnen! Ich würde gerne mal gucken, was wir mit Gipi machen können, dass er das gewinnt! Also ich hoffe, er gewinnt's von sich aus! Er darf auf jeden Fall keinen Nachteil haben, also er muss ne richtige Rüstung haben! Ja, das ist die Story momentan! Kannst du ihn mal in der Nacht anmachen und weit weg angucken? Ja, ich mach das jetzt einmal kurz, damit man's sieht, weil ich seh's sonst nicht, aber es ist halt laut, ne? Also aus der Stadt raus sieht das so aus! Jetzt halt, ja jetzt war ich zu weit weg! Aber ihr habt's gesehen! Ja, Galle? Geht's Ihnen gut? Bei mir ist alles bestens! Sie scheinen ja sehr, sehr viele Experimente heute zu machen! Es bestehen wichtige Dinge an, Galle! Schauen Sie mal, Meister! Wenn ich fliege, bin ich unsichtbar! Die Leute sehen mich nicht! Die Keule! Hahaha! Des Henkers! Wie hast du die bezahlt? Äh... Mir wurde gesagt, sie haben bereits bezahlt! Das ist nicht richtig, aber das nehmen wir! Geld wächst schließlich nicht auf Bäumen! Haha! Meister, sie sind so gewieft! Also ein weiterer Schritt, dass ich meine Magie erlernen darf, ja? Richtig! Und jetzt statten wir dich aus, also die Tage statten wir dich aus, dass du beim Ritterturnier teilnehmen kannst! Eine Rüstung, Pferd, Lanze, wir brauchen das Beste vom Besten! Was ist mit dem Bogenschießtraining? Ja, da habe ich heute zwei Stunden, zwei Glockenschläge drauf gewartet, aber das werde ich dann morgen am 19. Glockenschlag machen! Perfekt! Perfekt! Morgen, wenn die Sonne wieder aufgeht, müssen wir mehr Informationen zur schwarzen Hexe sammeln, damit wir rausfinden, was mit deinem Freund passiert ist! Ich finde Voller gleich schon! Was mit deinem Freund passiert ist? Ja, der Schreiberling! Warum der für alle schuld sein soll! Ja, das habe ich ja mit ihm mitbekommen, der Schreiberling hat das doch alles aufgeschrieben! Ja, aber wir brauchen Beweise! Wir wissen, was da los war! Wir brauchen Beweise! Ja, die Worte des Schreiberlings sind jetzt nicht mehr so verhültig! Hm, er hat ein Disput und eine Diskussionsrunde mit einem Bären verloren! Ja, das stimmt! Darum kümmern wir uns morgen! Erstmal gehe ich zur Schmiede! Wenn du willst, kannst du mitkommen! Da geht es nämlich um die Schatzkarte! Wir treffen uns beim Schmied! Aber ja, klar! Hoppalt! Seid gegrüßt! Der Taschentrickser! Ich bin hier, weil ich ein ehrenhafter Mann bin! Mein werter Diener Galle war vor einigen Stunden hier, richtig? Das ist korrekt! Ich habe euch für die... Für den Streitkolben noch nicht bezahlt! Ich hätte nicht zurückkommen müssen! Ich hätte euch das Geld nicht geben müssen! Aber ich habe es getan, weil es sich so gehört! Ja, das ist natürlich das Geld für eure Arbeit gewesen! Ihr habt vorzügliche Arbeit geleistet! Sie sieht perfekt aus! Ja! Ich habe versucht, jedes kleinste Detail nachzuempfinden! Es ist natürlich schon eine Weile her, dass der Henker sein gekriegt hat, aber es sollte identisch sein! Perfekt, perfekt! Habt ihr zufällig die Kapitänin gesehen? Ja! Wie lang ist das her? Und wohin ist sie verschwunden? In den Wald und maximal fünf bis zehn Minuten auf der Suche nach Hubert! In diese Richtung! Vielen Dank! Dann machen wir uns mal auf den Weg! Dankeschön! Habt einen wunderschönen Abend! Ihr habt euch wohl! Galle! Wohin ist sie gelaufen? Vielleicht zu ihrem Boot? Naja, die Leute brauchen... Ah, das Boot würde aber in die anderen Richtung liegen, oder nicht? Ich weiß es nicht! Es wird so nichts! Keine Ahnung! Ich suche doch die doch, Meister! Ja, wir... Ich möchte die Energie nicht, was? Was wolltest du sagen? Ich kann nördlich! Such du nördlich! Ich gucke zur Taverne! Ja! Alles klar! Wenn ich sie finde, soll ich denn irgendwas sagen? Oder machen? Hm... Versuch ihr zu helfen! Das, was sie versucht, ist nämlich einen Schatz zu finden! Sie wird den Schatz heute noch nicht komplett finden können, sondern nur einen Teil! Aber wir müssen uns auf jeden Fall daran beteiligen, denn... Naja, die Rüstung bezahlt sich nicht von allein, oder? Mhm... Okay... Auf bald, Mann! Auf bald! Solange ich die Keule nicht im Inventar... Also, solange ich die Keule nicht in der Taskleiste habe, sieht man sie nicht auf meinem Rücken, oder? Ah... Oder? Ne, doch! Mein Turm läckt wie sonst was nachts, n- Ja. Ich wusste, dass ich die Trunkenbold hier finden werde. Ihr habt es gefunden? Ja, man geht's weiter. Ne, ihr weilt mich nicht ein. Der Apfel hört zu. Sehr gerne. Ich nehme sowohl was zu essen, als auch was zu trinken. Und eure Begleitung. Bier natürlich. Siehste, das hatte ich schon wieder vergessen. Ich hatte es nur den Robert schon besprochen. Ihr besprecht es einfach morgen. Sie weiß noch nicht, ob ich morgen da bin. Es kann sein, dass ich morgen große Schiffe kachern werde für unsere königliche Hoheit. Und falls das der Fall sein sollte, geht es erst übermorgen weiter. Was bekommt ihr dafür? Steckt euch eine Münze extra ein. Oha, oha. Vielen, vielen Dank. Eure Großzügigkeit. Maiko, danke für den Raid. Wir sind gerade am Rust RP. Dankeschön. Haben Sie die Person gefunden, die Sie gesucht haben vorhin? Ich habe gefunden, nach dem ich gesucht habe. Vielen, vielen Dank, Maiko. Oha. Trinken wir auf Reichtum. Ist das hier etwa unsere Gruppe für die nächsten Tage? Danke. Maiko, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Der Herr Bülsen, der gehört eigentlich gar nicht zu uns. Der wollte uns nicht mal zu mir einladen. Jetzt gibt es hier Hunden. Danke, danke, danke. Entschuldigung. Und jetzt dein Apfel. Das Problem von heute ist, dass die Frauen auch mal ein bisschen lieber verdient haben, aber ihr habt nur die zwei Venilen. Aber warum? Das ist nicht richtig. Bitte. Äh. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ich wollte nur wissen, warum die älteren Herrschaften uns begleiten wollen. Du war ein bisschen aufrichtige Liebe, weil wir reißen und weilen. Aufrichtige Liebe. Und vergesst nicht. Nehmt lieber einen kräftigen Abgebauern. Die Verkabelung wurde gerade drüber. Was ist das denn für ein Hexenwerk? Seid gegrüßt, Hexe. Seid gegrüßt, Scharlatan. Nein. Wo wir gerade von Scharlatan reden. Vielleicht. Ach ja. Liebe Freunde, ihr solltet vielleicht nicht in eurem Zustand mit diesem Scharlatan kommen. Wir sollten vor die Tür gehen. Geht es fantastisch. Das ist genug Bier. Aber nein. Ihr solltet ruhig hier. Ich weiß nicht genug Bier. Wir sollen nicht der Nächste auf meiner Liste sein. Das ist doch herrlich. Hier. Nein, wir sind Heune. Ich glaube, ich lebe hier heute im Gasthaus. Ich glaube, es gibt noch eine Runde auf. Da ist Prudov. Herr Magier. Warum werde ich gesucht? Sie meinen wohl Herr Scharlatan. Nein, er ist kein Scharlatan. Er ist ein magiebegabtes menschliches Wesen. Herr Magier, wir brauchen Sie ganz dringend im Palast. Haben Sie ein Pferd oder wollen Sie sich wieder teleportieren? Ich werde mich auf den Weg zum Palast machen. Bis gleich. Entschuldigt, Hexe. Das ist eine wichtige Angelegenheit. Wir benötigen Sie. Kommen Sie, Herr Wachemann. Warum muss ich immer zum Palast? Oh Gott. Ja. Oh nein, ich bin der Steuermann. 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 Ich habe auf euch gewartet. Was kann ich für euch tun? Hervorragend. Also, am besten gehen wir mal in den Palast. Auf dem Weg dahin werde ich Ihnen alles erklären, Herr Kadergast. Es ist folgendes geschehen. Sie erinnern sich vielleicht an meinen unsäglichen verräterischen Knecht, den Sie aufgedeckt haben. Nun, er ist vor den Häschern der Palastwache geflohen und ward nicht aufzufinden. Und dann, als der König mit seinem Gefolge auf dem Marktplatz war, da sah ich eine finstere, unheimliche Gestalt, die etwas auf den Boden schmisst und dann Reißausnahmen und in die Wälder floh. Ich bin ihm natürlich sofort hinterhergeritten, habe ihn zur Rede gestellt und es stellt sich raus, er sieht haargenau so aus wie mein ehemaliger Knecht. Doch er behauptet, er sei lediglich der Bruder meines Knechtes, was ich natürlich für eine Lüge erachte. Und er behauptet auch, er habe nichts auf den Marktplatz geschmissen, als der König zugegen war. Also er scheint mir voller Lügen zu sein. Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob es wirklich der Bruder ist oder ob es sich um Julius Knechtmann, den verräterischen Mörder handelt, der dem König und dem ganzen Adel nach dem Leben trachtet. Wir müssen zum Verlies. Wer brüllt denn hier so durch meine Burg? Oh nein, der König ist da, es sind alle da. Hallo, wie habt ihr den Magier mitgebracht? Der König ist hier, es sind alle da. Seid gegrüßt, Werther Henker. Mein guter Freund. Wir müssen zum Gefangenen, Herr Knechtelmann. Nun, Herr, äh, wer, äh, Herr Bürgermeister, äh, Magier, ähm, womit ich, kann ich helfen? Nun, wie bereits erwähnt, wollte, äh, der, äh, Sir Wangelbert, der Herr Kadergast und ich, den Gefangenen sehen. Herr Bürgermeister dürfen eintreten. Herr Kadergast nicht, außer er hat einen plausiblen Grund oder Anweisung vom König. Es ist mir egal, ob du mich reinlassen möchtest oder nicht. Ich geh hier einfach durch. Ja, aber das ist das Schloss des Königs. Aber es geht um das Leben des Königs. Nun, Herr, äh, Werther Kerkermeister, äh, Bürgermeister, treten Sie ein. Das Gespräch mit dem Gefangenen muss... Das ist sehr nett, aber ich benötige die Dienste von Herrn Kadergast. Verstehen Sie, es geht um Leben und Tod. Ich bürge für ihn. Habt ihr gehört, werter Henker? Lasst mich doch bitte rein. Nein, Herr Bürgermeister, bitte. Dann bringen Sie den Gefangenen doch zu uns heraus. Es ist unabdingbar, dass der Herr Kadergast dabei ist. Sie dürfen gerne gehen, Herr Bürgermeister. Ich werde mit dem König reden oder stecken Sie etwa mit. Und nun verlass das Schloss mit fremde Personen, die ich überhaupt nicht kenne und zum ersten Mal heute gesehen habe. Ich glaube, der Herr Bürgermeister hat andere Probleme. Um was geht es denn? Was möchten Sie bei dem Gefangenen? Er ist unter meiner Opfer. Mein Gefangener. Wissen Sie, wer den Gefangenen hierher gebracht hat, werter Gefängnismeister? Nein, ich war zu der Zeit in der Stadt. Ich habe ihn hierher gebracht. Ich habe ihn gefangen genommen, auf frischer Tat ertappt und hierher gebracht, um den König zu schützen, um den Adel zu schützen, um die gottgegebene Ordnung zu schützen. An die Zuschauer von Maiko, ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung, was das hier ist, oder? Wir haben den Königlich Magier dabei und Sie wollen uns aufhalten? Das tut mir so leicht für euch. Stecken Sie etwa mit den intriganten Scherchen unter einer Decke? Das habt ihr wahrscheinlich in Rust noch nie gesehen, oder? dieser Person im Gefängnis vorwerfen. Mord und Plotterei. Was machen Sie denn hier? Wer hat sich hier reingelassen? Was? Und äh... Sie wissen schon, dass der Angeklagte sagt, er ist zum Verwechseln mit einer anderen Person. Herr Kerkermeister, Sie haben Besuch. Neuling, noch jemand hier. Der werte König! Eure... Eure Hoheit! Eure Hoheit! So ein Glück, dass Sie erschienen sind! Eure Hoheit! Eure Hoheit! Lassen Sie mich berichterstatten! Eure Hoheit! Ich habe sie doch... Drehet euch alle! Kenn dieser Band! Alle! Eure Hoheit! Eure Hoheit! Da kennt man den Geheimgang! Mord und eine Feinde! die person hat doch mehr zu eure hoheit ich helfe ich werde euch beschützt wir müssen uns unterhalten viele leute reden über euch ihr seid nicht besonders auffällig und mein könig könig aller könige ich berichte erstatte ich dachte bericht der die der glaube der raute hat wohl den pöbel aufgestachelt und ist auf dem weg zur brock allein ich hab doch gesagt ich wusste das mit der kirche was nicht stimmt der pöbel kommt wieso muss ich das eigentlich rufen wozu habe ich machen pöbel kommt verschwinde gefahr droht gefahr droht geschlossen wo ist die gefahr ich möchte sprechen wo soll ich gehen wo ist der prinz gefährlich alle die nicht zu burkhofen gehören in der mitte zusammentreiben und mit waffen bedrohen ich halte ein der prinz wird erzählen und die prinzessin da ist er der prinz und die prinzessin die prinzessin war verhindert nun berichtet eurem vater was geschehen ist und prinz berichtet dem vater dem könig vater vater nach dem feste bei der arena wo wo er auch zugegenwart ich habe euch gesagt ich begebe mich auf der suche nach der schwester ins dorfe ist dies korrekt ich glaube ich bin heute ein bisschen zu sehr aus der reihe getanzt ja natürlich ich bin der könig auf dem weg ich weiß für wahr und auf dem weg zum dorfe ritt ich an einem hause vorbei von dem haus habt ihr sowohl meiner wunderbaren schwester als auch mir immer erzählt dass wir es niemals betreten dürfen und dort stand ein mann der mich herein gebeten hat und es war wie eine verzauberung und ich ging hinein ich konnte nichts dagegen tun auch die neugier trieb mich ich muss gestehen die verbotene frucht der neugier das haut unten wenn man raus geht rechter hand es ist mehr im wald verborgen draußen befindet sich ein symbol eines fensters gleich und der vater dort der vater raute hat mit mir geredet und oh nein die kinder wurden bekehrt von der kirche ein aufstand gegen euch in planung sei aber lasst mich weiter erzählen denn dann wurde mir gesagt dass ihr vorbeirittet an eben diesen hause wie ihr auch gerade selber gesagt habt und ich wurde nach hinten in eine kammer geführt damit ihr mich dort nicht vorfindet und eventuell groll gegen das haus der sogenannten raute erführt und dort sollte ich dann still sein ich sollte die gewänder anziehen die mir gegeben wurden hier diese kleidung wurde mir übergestülpt damit ich einen der ihren bin für den augenblick und falls ich entdeckt werde nicht unbedingt auffalle und dann musste ich eine der sogenannten predigten hören die dort geschehen sind und dort wurde das volk welches zu großer zahl zugegen war aufgewiegelt sowohl gegen den hauptmann als auch gegen euch herr könig gerade gegen den hauptmann wurde sehr viel gewettert nicht vom priester selber aber er hat das gespräch geführt in diese richtung er hat nichts gesagt gegen die buhrufe des volkes wenn eure namen gefallen sind ich ordne hier mit offiziell am morgen aber es geht noch weiter eine inspektion jener kirche an sprich weiter vater es geht noch weiter und dann wurde ich nach hinten in einen anderen raum geführt wo mir ein beichtee anscheinend verabreicht werden sollte und dort kam dann eine weitere person hinzu einer der der jüngeren rauten brüder und er hat verlauten lassen dass anscheinend der mob sich nun aufwiegelte mit fackeln und missgabeln und gegen das schloss hetzt und der vater raute hat nichts getan er hat gesagt oh das aber doof und in der art ein skandal ich weiß aber nicht wie es dazu kann in meiner weisheit bestimme ich allerdings dass wir nun vorsicht walten lassen und nicht sofort wir könnten natürlich sofort jenes gebäude einreißen lassen nur zur sicherheit und verbrennen und hier jene tötet ich habe etwas abbekommen gegen die rübe nun dann werden wir uns in die unter die gesellschaft mischen eure hoheit ich höre den priester ich vernehme die stimme des ich weiß nicht ob das jetzt der beste plan ist dass in der öffentlichkeit diese besprechen ich meine wir sind doch am burg hoffe dies ist doch nicht die öffentlichkeit aber ja ihr habt recht ja aber da steht der dorfvogt und der priester selbst scheinen vor den toren zu stehen der priester ich bin mir nicht sicher zumindest konnte ich seine stimme vernehmen durch nachschauen könig aller könige so offensichtlich kadergast eventuell nutzt eure fähigkeiten um euch in ein gebüsch zu spezial offizisieren und seht was ihr in erfahrung bringen könnt ich belausche den priester bis gleich die rauten gänger hat jemand vielleicht etwas nahrung für mich mit den leuten zu reden überlassen sie das über mir es wäre vielleicht besser wenn sie wieder ins schloss gehen würden ich muss nicht ins schloss zurück gehen ich war mit beiden ansitzungen dabei das stimmt ich leuchte mit dem volk zu reden die war ja was kann ich für sie tun wir sind nicht hier dafür damit sie was für uns tun wir sind hier um euch darüber in erkenntnis zu setzen euch die königliche familie dass ihr möglicherweise der heutigen nacht nicht sicher sein könntet mitten einer intrige befindet die vermordlich zurück schreckt und ich mache mir große angst um sie und da ist der magier und wir haben jetzt die einmalige möglichkeit wo er hier im knast sitzt mit den magischen fähigkeiten des magiers zu prüfen und zu testen ob er die wahrheit spricht oder ein schändlicher lügner ist der nach ihrem leben trachtet herr könig Julius Knechtemann sitzt in diesem moment im kerker entweder Julius Knechtemann oder sein bruder felix Knechtemann wir müssen diesem schauspiel die maske vom gesicht reißen und das vermag nur der magier zu tun ich habe äußerst wichtige informationen unabhängig von dem was der bürgermeister gerade sagt die raute droht uns und sagt dass wir diese nacht nicht sicher sein werden das ist doch kein zufall dies wurde gerade vor den toren gesagt nein ich wurde nicht von der raute erkannt ein skandal wir sollten uns in ruhe beraten Kind falsche zauberstab die kerker angelegenheit kümmern dort bevor er verrottet ist bevor wir ihn befragen konnten auf auf was macht der magier eigentlich ständig hier weise und wohlgesprochen ich bin der berater eurer hoheit seit wann denn das seit einigen monaten Kind der könig ich möchte sie ungern in ihrem gespräch mit ihrer ehrwürdigen tochter stören aber wir können den mann natürlich nicht ewigkeiten im kerker festsetzen ohne ihn überführt zu haben also wenn sie kurz eine minute hätten mit dem magier würde ich diesen test sehr gerne durchführen die raute droht uns das trotzdem kam der pöbel nicht freunde war allerdings nur eine floskel natürlich seid ihr alle nicht meine freunde ich bin der könig wo ist der prinz da ist ja gar keine tür warum komme ich denn hier raus ich vernehme aus dem kerker eure hoheitlichkeit der medikus war schon wieder am tore und hatte gebeten die königliche familie zu untersuchen sollte ich ihm etwas drängt er darauf mich zu untersuchen solange ich nicht krank bin bedarf ich keiner untersuchung was kommt diesem in den kopf ständig mich untersuchen zu wollen der könig erzählt von dem todestag der königin der morgigen am morgigen tage wäre man stelle mir einen stuhl hat denn niemand einen stuhl dabei ins knie ficken was welche unziemlichen worte in ordnung niemand hat einen stuhl dabei man verfrachte den gefangenen in jene zelle welche hier liegt damit ich ihnen im sitzen begutachten kann ich höre könig und einmal mit die andere zelle bewegen darf jawohl mein herr Roberts rein da wo ist denn der kerkermeister mit dem schlüssel wo ist denn und wieso habe ich keinen schlüssel der kerkermeister permanenten freigang das ist unterhin viel lustiger auf den lustigen folter schlüssel warum werde ich da jetzt auch noch gefolter moment aufstehen kurz aus hinsetzen so jemand dreht an dem gerät dass ich es nicht sage ja ja ich übergebe euch das kommando waltet und schaltet wie ihr es für richtig haltet mit dem kerl dort nun ihr habt ja diese prozedur schon einmal überstanden herr knechtelmann was für eine prozedur also herr kadergast wir müssen jetzt überprüfen ob dieser mann ein lügner ist oder über die wahrheit spricht walten sie ihres amtes werter magier erneut sage ich ihnen dass ich es lediglich versuchen kann aber ich möchte alles tun was in meiner macht liegt werter herr knechtelmann der bürgermeister dieser stadt hat ein paar fragen für sie bitte beantwortet diese ehrlich und offenherzig der bürgermeister stellt eure fragen Herr knechtelmann wie lautet euer vorname sprecht er scheint zu schwach zu sein was habt ihr auf dem marktplatz geworfen kurz bevor ihr gefürchtet seid sprecht wer sagt ihr hab ich einfach rumgebracht der mann spricht in zungen der mann ist lediglich zu schwach das einzige was ich tun kann ist den mann zurück zu bringen er wird er wird durch meinen zauber nicht kontrolliert werden können weil sein geist viel zu schwach ist ich werde ihn zurück holen dann könnt ihr erneut mit ihm reden schließt eure augen wer 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 kommt das mit den blutungen zu überprüfen ist jetzt sehr sehr schwierig wir müssen einfach abwarten ob sie qualvoll sterben oder nicht dann wissen wir ob sie die wahrheit gesprochen haben äh echt nur warum denn sterben ich bin grad auf der insel gekommen eindeutige sprache nil spielt so als hätte er erst geklappt ja die ganze kerker ist versaut wir kommen so nicht weiter auf diesem stuhl mann hat alles voll geblutet der mann hat alles voll geblutet warum mann hat alles voll geblutet warum hab ich eigentlich keine hose an ist das ein verbrechen die königlichen gemächer voll zu bluten ja allerdings das entscheidet der könig und kadergast kommen wir hier zu einem ergebnis oder wir werden keine wand wir sind in dem fall leider gegen eine wand gelaufen sein geist ist zu schwach um ihn zu kontrollieren er verfügt nicht über die geistige gabe dass ich kontrolle darüber erlangen kann in kurzform er ist zu dumm oh ich verstehe nun äh eine neue das ist ja wirklich höchst ärgerlich herr radegast ich hatte immer von ihren fähigkeiten geschwärmt gestern abend beim schweinekeule essen habe ich den anderen adeligen noch gesagt mensch dieser radegast das ist der mächtigste magier den wir seit langem hier im dorf hatten und nun diese enttäuschung entschuldigt aber ihr habt doch ebenfalls gesehen dass es bereits funktioniert hat oder nicht ja ja nun weiß man natürlich nicht wenn sich so etwas nicht wiederholen lässt was etwa eine eintagsfliege ein zufallserfolg oder verfügen sie die einzige eintagsfliege haben sie hier unten ins gefängnis geschleppt schön wärs wissen sie lieber würde ich mich irren eure majestät was denkt ihr bei diesen dort er schlich ums schloss die person schlich ums schloss dann lass doch mal schauen ich glaube wir können sie zum reden bringen die sieht zumindest wesentlich intelligenter aus als die person da hinten entschuldigt wen haben wir denn hier bei unseren bauern da hinten habe ich es noch freundlich versucht hier denke ich ist ein wenig mehr magie von nöten und angebracht du wirst uns erzählen was wir wissen wollen sieh mir in die augen und beantwortet die fragen des königs könig stellt eure fragen du da komm näher tritt heran nicht so nah du stinkst ein meter zurück und sprich wer bist du und was schleichest du um die burg flicher um die burg oder in der burg herum mein name ist amathäus von bungeweiler könig ha 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 verantworten meine fragen aufrichtig und du wirst verschont warum sehr wohl und warum hast du eine maske auf damit ich nicht erkannt werde bonn schweiler wegen bonn schweiler könig nun warum verbürgst du dein gesicht aha das wahre gesicht ist ohne holz warum schleichst du um die burg des nachtens er wurde wohl schon vorher gesehen von den wachen am schlosse schweil still sei zeuge meiner wacht bürgermeister ich schaue zu ich wollte macht sagen aber wacht gesagt er stachelt euch dazu an spiele gespielt werden wer hat euch dazu angestiftet recht wir sind mehrere das halbe volk von rastalot eine verschwörung mein könig ganz danach jawohl in der tat wer sind denn die drahtzieher hinter dieser verschwörung sprich die hühnerbäuer rinnen und der müller und und ich finde super dass knechte gerade mitgemacht hat mein könig fragen sich nach julius knechtelmann Schmied sagt euch der name julius knechtelmann etwas sehr wohl könig ja rede er weiter woher kennst du diesen unhold einfach ich kenne ihn aus dem dorfe achso ich habe mehr macht für den verwenden ich habe immer so ein bisschen gedroht sehr hoch interessant aber ich kann es mal ansprechen was macht ihr weiter ich bin dieser mensch viel weiter machen kann ich leider nicht meine kraft lässt langsam nach aber ich hoffe er hat alle eure fragen beantwortet ich denke er sammelt sich gerade schon wieder so sollten wir die genannten personen vorladen hier in eine dieser zellen oder unter beobachtung halten ich bin mir ziemlich sicher dass er die wahrheit gesagt hat aber wir sollten die person beobachten er wird nicht gelogen haben da bin ich mir sicher ich lege herr könig nehmen sie sich in acht vor der kirche vor der raute vor den brüdern ja nun das ist nicht das erste mal heute das mir ähnliches angeraten wird nehmen sie sich in acht nehmen sie sich in acht nun wie verfahren wir mit dieser person tja was denkt ihr ist das beste wollt ihr ihn rauslassen wollen wir ein exempel statuieren oder denkt ihr er könnte uns noch nützliche informationen geben ich glaube der ist durch nicht ich denke eine nacht in der zelle wird ihm guttun das ist eine gute entscheidung so ein jammer dass der scherke zu dümmlich war um ihrem zauberfolge zu leisten eine wirklich unnötige begrenzung ihrer macht wenn sie mich fragen was könnten sie mit dem obersten ihres zirkels da nochmal gedankenkontrolle schwer wenn ein gehirn keine gedanken trägt das klingt sehr einleuchtend radergast eure hoheit ich korrigierte nur den bodenhoffschen versprecher der euch radergast nannte verzeihen sie ein alter schulfreund von mir hieß so ich meinte natürlich kadergast herr bürgermeister verdammt die gefangenen sollen leiser stöhnen ich fühle mich gestört hier auf meinem throne am throne meine ich mit ihrer erlaubnis ziehe ich mich zurück mit ihrer erlaubnis ziehe ich mich zurück in mein rathaus haben sie einen wohligen schlaf mein monarch auf wiedersehen auf bald könig mit den prinzen die prinzessin gar noch draußen sie wollte auf ihr den befehl meinerseits nicht hören ich habe aber mehrere wachen hinterher gesandt um sie zu beschützen ähm junge äh könig schagos der erste seines namens ich äh mich und der prinz hätten einen vorschlag zu machen ähm den nur ihre ohren hören sollten ja ich hätte auch einen vorschlag zu machen nehmen dieses brennende gerät aus meinem gesicht auf das meine krone nicht schmelt natürlich wieso muss der magier nichts essen und nichts trinken weil ich der magier bin ich bin nur für rp da ich hab kein ich hab kein ich bin nur dafür da damit auf bald eure hoheit ja eure hoheit auf bald ich bin lediglich ein npc der den leuten ein bisschen rp gibt theoretisch ich helfe schagges so ein bisschen seine sachen durchzuboxen mit magie das ist alles so ein bisschen alles ein bisschen für story ich hab nichts äh ich hab kein eigenes ziel mein ziel ist vordefiniert also ich weiß was passiert ich kenn die geschichte und so weiter und so fort ich muss nichts essen ich muss nichts trinken trotzdem geb ich den leuten äh Geld und aufträge womit sie Geld verdienen können ich hab dem der bar gerade eine münze mehr gegeben ich statte gipi aus geb gipi ein paar missionen ähm jetzt das rp mit knechti und mit nils fand ich sehr sehr geil ähm ich bin dafür da dass andere leute also ja der die die da laufen rp server auf einem rp only server ich bin da damit leute die rp suchen rp bekommen also wenn irgendeiner irgendwas machen möchte kann er gegebenenfalls zu mir kommen oder zu schagges und schagges kommt zu mir und wir geben den leuten eine aufgabe holler mit dem schatz das machen wir morgen das kommt dann ins holler als nächstes dran also wer wer rp machen möchte äh neben dem hauptplot den ich natürlich auch mitmache äh kann ich mir ausdenken was ich möchte ich kann ich kann machen was ich möchte damit die anderen eine gute zeit haben und äh ich fand das war heute sehr erfolgreich bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020